Sie hören Nomads 7 Zu den Sternen von Alan J. Stark Gelesen von Georg Bruckmann Kapitel 1 3. Mai 4602 Die Monster drängten aus dem Dunkel heran. Sie wälzten sich durch Höhlen und Stollen wie eine Masse geformt aus Finsternis. Ein Heer von schwarzen Körpern. Fauchende, zischende Ungeheuer mit Zähnen und Krallen scharf wie Rasiermesser. Schweißgebadet erwachte Monika und saß kerzengerade auf ihrer Pritsche. Ihr Blick jagte weiter nach den Scheusalen, die, eben noch real, nun rasch zu Nebelwolken wurden und vergingen. Was übrig blieb, war Elena, die ihr gegenüber saß. Zeitgleich mit ihr aus demselben Traum geworfen und ängstlich ins Dunkel starrend. Für einen Moment glaubte Monika, in ihr ihr Spiegelbild zu sehen. Alanas Mund stand offen, die Lippen geformt zu einem stummen Schrei. Schweißperlen glänzten auf ihrer Stirn. Das lange, dunkelblonde Haar klebte in Strähnen an ihrer Haut. Verdammt, so krass war es noch nie, keuchte Monika, nachdem die Realität in ihrem Kopf wieder Fuß gefasst hatte. Elena schien außerstande zu antworten. Schweigend und wie zu bleichem Stein verwandelt saß sie da, ohne zu atmen. Ihre Finger gruben sich in das Kissen, welches sie an ihrer Brust presste. Ihr Blick durchdrang Monika, als sei sie nicht vorhanden. »Kannst du dir das erklären?«, fragte Monika. Sie war sich nicht sicher, ob ihre junge Freundin sie überhaupt gehört hatte. Sie fügte an. »Warum wird der Scheiß immer heftiger?« Endlich drang ein Keuchen aus Elennas Kehle. Ihre Brust hob und senkte sich schnell. Sie begann zu husten. »Ja, irgendwo muss ein Caymanschiff runtergegangen sein. Schnüffler. Überall. Ihre Gedanken schwirren in der Gegend herum.« Monika wankte aus dem Bett und sah durch das schmale Bunkerfenster hinaus in die Nacht. »Aber draußen ist alles ruhig,« sagte sie. Sie vergewisserte sich einige Male, ob sie sich nicht täuschte, doch die Nacht war friedlich und still. »Nein, es ist nichts passiert. Keine Cayman hier.« Müde kehrte sie auf ihre Pritsche zurück und betrachtete die Uhr an der Wand. Es war zwei Uhr morgens. Um diese Zeit besaßen die Visionen immer ihre größte Kraft. Das war ein Grund, aus dem Monika und Elenor sich zu den Nachtrundgängen einteilen ließen, so oft es ging. Bei Bewusstsein konnte man diese mentalen Übergriffe leichter abwehren. Nun sprach Elenor leise und nachdenklich. »Es fühlt sich an wie Donnergerollen, das man in der Magengrube spürt. Weit entfernt, wie ein Unwetter in den Bergen oder wie Wetterleuchten. Aber diesmal ist es näher, sehr viel näher.« Monika empfand das ähnlich. »Ja, ich konnte die Cayman beinahe physisch fühlen, ihren Atem spüren, als sie hinter mir herkamen.« Die Visionen, die die beiden Frauen miteinander teilten und die sie Traumkonstante nannten, besaßen nicht die geringste Gemeinsamkeit mit gewöhnlichen Träumen. Der Realismus dieser Erfahrungen kannte keinen Vergleich. Gerüche, Farben, Formen, Geräusche. Alles darin war klar und deutlich. Mehr als das. Die Welt ihrer Visionen besaß eine Deutlichkeit, die selbst die Realität übertraf. Details wurden schärfer wahrgenommen, je mehr man sich auf sie konzentrierte. Manchmal konnte Monika eine Szene anhalten, um sich einer Einzelheit etwas genauer anzusehen. Sie konnte sich eine Atempause in den nächtlichen Treibjagden verschaffen. Aber diese seltenen Momente gingen so schnell vorüber, wie sie gekommen wären und ließen sich nicht lange steuern. Leise und gedankenverloren murmelte Elena vor sich hin. »Kann es sein, dass sich unsere Welt verändert? Dass die Skalks irgendetwas Seltsames mit der Erde anstellen?« Monika gefiel dieser Gedanke nicht. »Warum sollte das so sein?« fragte sie ihre Freundin. »Ich... ich hab keine Ahnung. Aber es ist doch möglich, oder?« Nachdem das undenkbare Geschehen war, in dem zwei außerirdische Kulturen auf der Erde ihre Streitigkeiten ausfochten und weltweite Verwüstungen verursachten, musste man mit festen Behauptungen vorsichtig sein. Monika schüttelte den Kopf. »Ich kann mir nicht vorstellen, warum das so sein sollte. Es betrifft doch nur unsere Wahrnehmung.« »Mehr nicht.« »Die Naturgesetze sind unverändert.« Elena beruhigte sich allmählich und legte sich wieder schlafen. »Ach, ich weiß nicht, ob ich mir wünschen sollte, dass es wieder so ist wie früher, bevor uns diese besondere Antenne eingepflanzt wurde. Aber andererseits ist es doch so etwas wie eine Superkraft, oder? Darauf kann man doch stolz sein, wenn man gelernt hat, damit umzugehen oder sie als Teil der Persönlichkeit akzeptieren.« Monika scherzte. »Ja, aber zieh dir bloß keinen Strampelanzug mit Cape an. Wenn ich unsere Gabe gegen die Fähigkeit zu fliegen tauschen könnte, würde ich das sofort machen.« Elena sah an die Decke und setzte zu einer Entgegnung an, die sie jedoch für sich behielt. Es schien so, als wolle sie ihrer Freundin widersprechen. Monika besaß ihre eigene Ansicht über die Verbindung zu den Cayman. »Ich weiß nicht, welchen Nutzen unsere Gabe haben soll, wenn wir die Cayman erst verjagt haben. Und bis dahin verursacht sie uns nur schlaflose Nächte.« »Kann sein, aber ich mag es, wenn die Truppe mich fragt, ob ich etwas spüre,« meinte Elena knapp. »Ich mag's auch, wenn ich unseren Leuten sagen kann, wo wir die Schnüffler erwischen können und wir sie dann fertig machen.« »Ja, sie gibt ihr also ein Gefühl von Wichtigkeit und von Macht.« Elena schien zuerst nicht bereit, darauf zu antworten. Erst nach einigen Momenten ging sie auf Monikas Mutmaßung ein. »Nein, es geht mir nicht darum, wichtig zu sein oder Macht zu haben. Jedenfalls nicht mehr als jedem Menschen zusteht.« Elena machte eine weitere Pause, um ihre Worte ganz genau abzuwägen. »Ich denke einfach, ich habe meinen Platz gefunden und ich will ihn behalten, weil ich ihn sehr gut ausfülle.« Monika fragte. »Trotz der Albträume?« Elena nickte knapp. »Ja, man muss doch immer einen Tribut zahlen, sonst taugt es nichts. Ist etwa so wie bei neuen Stiefeln. Wir sind auch unangenehm, bis sie eingelaufen sind.« »Ich nehme das in Kauf.« »Wie ich schon sagte, akzeptieren oder krepieren?« »Evolution muss man annehmen.« Monika waren diese Überlegungen zu harsch, zu drastisch, zu erwachsen für eine junge Frau Anfang 20. Sie fragte sich, ob durch die mentale Verbindung auch ein Austausch von Gefühlen stattfand. Erinnerungen und Gedanken waren es jedenfalls nicht. Es gab kein einziges Bild aus Elenas Vergangenheit, das irgendwie Eingang in Monikas Bewusstsein gefunden hätte. Sie nahm an, dass das auch umgekehrt nicht der Fall war. Aber wie verhielt es sich mit Emotionen? Monika glaubte manchmal Verhaltensweisen an Elena zu erkennen, die ihr seltsam vertraut erschienen. Der Hang zur Melancholie oder zu fatalistischem Denken. Im Gegenzug, meinte Monika, sei ihr selbst wieder eine Art jugendlicher Übermut und Leichtsinn zuteil geworden, von denen sie meinte, sie längst abgelegt zu haben. Kapitel 2 Monika liebte die frühen Morgenstunden in der Wüste von Arizona. Sie liebte diesen Moment, wenn der von Sternen übersäte Himmel am östlichen Horizont eine bläuliche Färbung annahm und sich die Berge wie ein violetter Scherenschnitt gegen die Dämmerung abhoben. Die Morgensonne stieg wie immer schnell über deren Gipfel und schien auf die kargen Hügel rund um die Stadt Sedona herab, die das Landschaftsbild der Gegend prägten. Nach einem nächtlichen Regenschauer war die Luft noch kühl und klamm. Der feuchte Wüstenboden verströmte einen frischen und herben Duft, der Monikas Sinne belebte. Über Nacht begannen die Oktillo-Sträucher hellgrüne Blätter und knallrote Blüten hervorzutreiben. Wie kleine Flämmchen glommen sie in den seltsamen Büschen. Pflanzen, die scheinbar nicht mehr als eine Ansammlung kahler Äste waren, die wie Speere aus dem Sand ragten. Das Licht der Morgensonne fing sich auch in den Suguaro-Kakteen als seines Männer mit erhobenen Armen. Eine Herrscher müder Krieger, die ihre Hände von sich streckten und sich ergaben. Zu ihren Füßen wuchsen Ginstersträucher, die die Täler sprengelten, aus denen sich die blauen Schatten der Nacht allmählich zurückzogen. Hier und da ragten die Wipfel großer Bäume über die Hügelkämme. Künstlich angelegte Waldflächen, die als Wasserreservoir dienten. Sumpfige Paradiese für allerlei Getier. Vor einigen Stunden waren Monika und ihre Begleiterin Elena Green auf geheimen Pförden durch eines dieser Gebiete gegangen. Man hatte sie schon vor Jahrhunderten angelegt, sie dann vernachlässigt und am Ende Jablonski, den Chef der Sedona-Miliz, damit beauftragt, sie wieder zu erneuern. Für Jablonski erfüllten sie jedoch auch einen strategischen Zweck. Diese Areale bedeuteten ein großes Hindernis für jeden Feind, der sich durch die Canyons auf Sedona zubewegte und die sicheren Pfade nicht kannte. In ein paar Stunden würde die Luft über den Hügeln vor Hitze tanzen und flimmern und Arizona wieder in genau jenen Backofen verwandeln, den Monika Simmons in Erinnerung hatte. So sehr Monika die Hitze als Jugendliche geliebt hatte, so sehr vermied sie es nun, sich unter der Sonne zu bewegen, wenn diese hoch am Himmel stand. Sie schätzte die Rundgänge in den kühlen, bisweilen eisigen Nächten, wenn die Sterne klar und hell über der Wüste funkelten. Und es war gut, dass Elena damit einverstanden war, sie auf den Nachtpatrouillern zu begleiten, für die sie sich freiwillig meldete, so oft es ging. Monika Simmons und Elena Green hatten sich gut in die Truppe um Dallas Jablonski eingefügt. Sie waren stolz auf das Emblem, das ihre Uniformen über der rechten Brusttasche zierte und das einen Stierkopf zeigte, aus dessen Nüstern Flammen schlugen. Ein Schriftzug war darunter zu lesen, der der Truppe ihren Namen verlieh. The Wild Bunch, ein treffender Name, der gut beschrieb, aus was für Leuten sich das Freikorps oder die Miliz, wie man sie auch nannte, zusammensetzte. Monika und Elena identifizierten sich voll und ganz mit diesem wilden Haufen, der an eine Großfamilie mit freundlichen, frechen und unartigen Kindern erinnerte. Dallas Jablonski war wie ein Patriarch und seine Frau Rosalie erinnerte an eine Matrone, die ihre Kinder mit gutmütiger Rauheit im Zaum hielt. Mit Ramona und Peville, den Sprösslingen der beiden, die etwa in Elenas Alter waren, kamen sie blendend zurecht. Sie waren fähig und besaßen den Humor ihres Vaters. Also war alles bestens, wenn Elena ihr bisheriges Leben überdachte und es mit dem aktuellen Stand verglich. Abgesehen natürlich von den Querelen, die es üblicherweise unter Truppen von Freiwilligen gab, in denen die Führungsposten von Freunden und Kumpels besetzt wurden. Für gewöhnlich herrschte ein zu vertrauter Umgangston, der Probleme mit sich brachte, wenn man Befehle geben musste. Wer es nicht fertig brachte, diese Situation zu meistern, verlor schnell den Respekt der Kameraden. Aber immerhin, trotz aller Vertraulichkeiten nahm sich keiner der Jungs Freiheiten gegenüber den Frauen in der Truppe heraus. Offenbar verfügte Dallas Jablonski über ein gutes Händchen bei der Auswahl seiner Leute. Vielleicht aber lag es auch nur an der konservativen Einstellung des strenggläubigen Katholiken, der kein Verständnis für anzügliches Verhalten besaß und ganz klare Ansagen zu diesem Thema machte. Bislang hatten Monika und Elena also nicht den geringsten Grund, die Entscheidung zu bereuen, sich Jablonski anzuschließen, anstatt sich mit Benjamin Porter in den verwüsteten Landstrichen des Mittleren Westens herumzutreiben. Alleine die Verpflegung, die sie genießen durften, war alle Mühe wert, die das Leben in der Miliz mit sich brachte. Dennoch gab es in letzter Zeit Probleme, die Monika Sorgen machten und die nichts mit ihren Kameraden zu tun hatten. Es waren die Kampfeinsätze, die sich nicht selten gegen andere Menschen richteten. Auch wenn es sich größtenteils um Gauner und Plünderer handelte, die dabei verletzt oder getötet wurden, machten Monika diese Missionen mehr und mehr zu schaffen. Mit den Schnüfflern verhielt es sich natürlich anders. Es waren nur Monster, die zur Strecke gebracht werden mussten. Dabei empfand sie kaum etwas. Bei dieser Art von Arbeit waren Eleanor Green und Monika Simmons inzwischen unentbehrlich geworden. Besonders Monika besaß ein herausragendes Gespür für die Gegenwart von Schnüfflern. Insofern brauchten sich die beiden keine Sorgen machen, dass jemand in der Truppe es darauf anlegen könnte, es sich mit Monika und ihrer Freundin zu verderben. Nein, das war es nicht, was Monika Kopfzerbrechen bereitete. Es waren die Menschen, die gerade dabei waren, ihre Menschlichkeit zu verlieren. Anstatt sich gegen den drohenden Untergang zu wehren und alles daran zu setzen, die Werte zu bewahren, die sie sich als Erdbewohner über Jahrtausende hinweg so mühsam erkämpft hatten, wandten sie sich gegeneinander. Es deprimierte Monika, ansehen zu müssen, wie sehr der Mensch zum Feind seiner eigenen Spezies wurde. In dieser zerbrechenden Welt stellte Jablonskis Truppe eine Zuflucht dar. Ein Gegenbild zu all dem Chaos, das in den dunklen Ländern um das kleine Sedona-Refugium herum herrschte, das Monika und ihre Kameraden beschützten. Abgesehen von marodierenden Banden, denen Jablonski immer wieder diverse Denkzettel verpasste, vergrößerten Warlords ihre Gebiete und begannen gegeneinander Krieg zu führen. Das brachte indirekt ein weiteres Problem mit sich. Denn auch Jablonski geriet immer mehr ins Visier von Leuten, die ihn ebenfalls als Kriegsherrn betrachteten. Diese Leute sahen ihn als einen Mann, dem man nicht trauen sollte und der nur darauf wartete, die Macht an sich zu reißen und die Region um Sedona zu beherrschen. Sicher, wer Jablonski gut genug kannte und Monika ging davon aus, dass das auf sie zutraf, der wusste, dass er nichts mit jenen Kriminellen gemeinsam hatte, die sich gerade zu Kriegsherren aufschwangen. Dallas Jablonski tat zwar alles, um die Zweifel des sogenannten Landtages, die der zivilen Verwaltung zu zerstreuen, aber dennoch konnte er nichts dagegen tun, dass viele von den Menschen, die er eigentlich beschützte, in ihm eine Gefahr sahen. Dieser Landtag wurde aus einer Gruppe von etwa 15 Männern und Frauen gebildet, unter denen Randolph Stokes den Vorsitz hatte, den alle nur Randy nannten. Ein Mann von gut 70 Jahren. Groß, grauhaarig und hager und der in Gestalt und Gehabe irgendwie an Abraham Lincoln erinnerte. Er kam meist in Begleitung von zwei oder drei weiteren Mitgliedern des Landtages. Am häufigsten begleitete ihn Jeff Hadley, ein junger, blonder Mann, gut aussehend, mit kantigem, meist stoppelbärtigen Gesicht. Er sagte niemals viel und machte einen eher unbeteiligten, vielleicht sogar genervten Eindruck. Ihn schienen die Aufgaben seines Amtes zu langweilen, was den Verdacht nahe legte, dass man ihn irgendwie in diese Stellung gezwungen hatte. Vielleicht entstammte er einer einflussreichen Familie, in der man von ihm erwartete, Verantwortung zu übernehmen. Egal. Monika interessierte sich nicht für ihn und seine Motive. Es war ohnehin belanglos, denn alles machte den Anschein, die ruhigen Tage hier seien gezählt. Monika blendete diese Gedanken aus, verdrängte sie, so gut es ging, doch immer wieder schlichen sich Befürchtungen in ihr Bewusstsein. Sie musste es sich allmählich eingestehen. Es war nur eine Frage der Zeit, wann es zum Bruch zwischen der zivilen Verwaltung und ihren bewaffneten Wächtern kommen würde. Irgendwie lag das seit einigen Tagen in der Luft. Nur die Angst vor dem Chaos, das danach eintreten mochte, hielt alle Seiten davon ab, es jetzt schon dazu kommen zu lassen. Natürlich waren alle Bewohner der Gegend bewaffnet und jeder vermochte, sich seiner Haut zu erwehren. In Arizona gehörte der Waffenbesitz seit jeher zur Kultur, genau wie in den Nachbarstaaten. Und in keiner Zeit zuvor war es vernünftiger gewesen, Waffen zu tragen. Aber bislang hatte sich außer Jablonski niemand gefunden, der die bewaffneten Bürger organisierte oder anführte und so verhinderte, dass man sich gegenseitig bekämpfte. In gewisser Weise war es gut, dass es nur wenige, wenn überhaupt jemanden gab, der diese Art von Verantwortung übernehmen wollte. Aber bald, so fürchtete Monika, würde es hier nur so von lokalen Kriegsherren und Banden wimmeln. Die Verwaltung wusste, wie wichtig es war, die Bildung derartiger Gruppen zu verhindern, die Jablonski und damit der ganzen Region Probleme machen konnten. Aber es schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Irgendwann würde ein Konkurrent auftauchen, um Ärger zu machen. Dies und die mögliche Angst der Bewohner, die sie zu unbedachten Handlungen verleiten konnte, bereiteten Monika ebenfalls Sorge. Gerade vor drei Tagen war erneut eine Delegation des Landtages eingetroffen, um Jablonski ihre Bedenken anlässlich des Baus eines weiteren Stützpunktes im Süden vorzutragen. Jablonski hatte alles Nötige hierzu bereits in die Wege geleitet. Bisher unterhielt die Miliz dort nur ein Lager mit einem kleinen Landeplatz. Doch wie Stokes behauptete, besaß der Ausbau nun Dimensionen, die bei den Bewohnern ein Gefühl von Bedrohung erweckten. Und da es seit einigen Monaten nicht mehr zu Überfällen gekommen war, hatte Stokes ausgeführt, hielt der Landtag den Ausbau des Stützpunktes für unnötig. Jablonski dagegen argumentierte, dass die Überfälle nur wegen seiner Aktionen abgenommen hätten und die Baumaßnahmen dazu beitragen würden, die Sicherheit der Zivilisten weiter zu erhöhen. In Anbetracht des wachsenden Einflusses der Warlords schien ihm dieser Schritt nur allzu vernünftig. Die Verwaltung jedoch war anderer Ansicht und rückte bald mit der Wahrheit heraus. Die Anzahl der Kämpfer unter Jablonskis Kommando stellte inzwischen eine Größe dar, die man als Gefahr betrachtete. Als Jablonski nachfragte, ob das nur die Meinung einiger Einwohner sei oder ob es die Ansicht der Verwaltung widerspiegelte, die die Lage bestimmt besser und vernünftiger einschätzen konnte, erntete er einige Momente betretenes Schweigen. Kurz darauf war das Treffen beendet. Sowohl Dallas Jablonski als auch Stokes sowie dessen Begleiter sahen davon ab, sich voneinander zu verabschieden. Die Stimmung in der Truppe war seither getrübt und es gab oft Streitigkeiten, die verdeutlichten, wie sehr die Meinungen darüber auseinandergingen, wie Jablonski auf diese Sache hätte reagieren sollen. Du bist ja heute sehr gesprächig. Was grübelst du? Elenas Worte wissen Monika förmlich aus ihren Gedanken. Ach, ich versuche mir ein Bild zu machen. Ein Bild, wovon? Ist nicht so wichtig. Sicher? Ich kann mir noch kein Urteil erlauben. Ich muss Fakten sammeln. Elena schüttelte den Kopf, während sie weitermarschierten. So ernst ist das. Es klingt, als müsstest du vor Gericht aussagen. Kurz bevor sie den Stützpunkt erreichten, machten die beiden Frauen eine Pause. Sie setzten sich auf jenen flachen Felsen, auf dem sie immer eine kurze Rast einlegten und dabei gelegentlich die letzten Reste ihres Proviantes verzehrten. Von hier aus konnte man den Stützpunkt sehen, auf dessen Landeplatz einer der zwei schwer bewaffneten Gleiter stand. Er trug den Namen Betty und war erst vor kurzem pechschwarz lackiert worden. An beiden Seiten prangte der Stierkopf, aufgemalt in hellem Gelb. Weiter entfernt erstreckte sich das Häusermeer von Sidona. Die meisten Wolkenkratzer im Zentrum der Stadt lagen in Trümmern. Umgeben von Ruinen ragten nur noch drei von ihnen stolz in den Himmel. Sie sahen trotzig aus, als wollten sie den ungebetenen Besuchern aus dem Weltraum, die so viel Verwüstung über die Erde gebracht hatten, den Mittelfinger entgegenstrecken. Mit einem kleinen Stöckchen begann Monika, sich die feuchte Erde aus dem Profil ihrer Stiefel zu kratzen, die zäh und widerspenstig in den Rillen der Gummisäulen klebte. Eine notwendige Prozedur, denn sowohl Dallas als auch seine Frau legten größten Wert auf Reinlichkeit und hassten es, wenn jemand unvorsichtigerweise Dreck in den Stützpunkt trug. »Meinst du, es wird Ärger geben?«, bohrte Eleanor weiter nach und drehte sich eine Locke in die dunkelblonden Haare. Monika wunderte sich manchmal darüber, wie unbedarft und beiläufig ihre Freundin das Offensichtliche in Frage stellte. Eleanor fügte an, »Ich hoffe, man wird das vermeiden können.« Monika schüttelte langsam den Kopf. »Der Ärger ist doch schon da und er schwillt schon eine ganze Weile.« Eleanor betrachtete die verdrehte Haarsträhne und ließ das Gewehr quer über die Knie gelegt, die Beine über die Felskante baumeln. »Eleanor, jetzt guck nicht so. Es wäre doch nicht das erste Mal, dass es Ärger gibt, oder?«, meinte Monika. »Nein, aber irgendwann ist eben Schluss.« Monika legte den Kopf schief. »Also, du meinst die Zwischenfälle mit den Zivilisten?« »Ja, aber die gibt's doch schon lange, schon bevor wir hier angekommen sind.« »Und Dallas schickt diejenigen weg, die sich nicht benehmen können. Und seit wir hier sind, habe ich nichts mehr von ernsteren Vorkommnissen gehört.« »Außerdem sind solche Sachen Angelegenheit der Polizei.« Eleanor lochte. »Diese Clown-Truppe, die ist nicht dein Ernst. Wir sind froh, wenn man sich nicht behelligt. Denkst du, die wollen mit uns Schwierigkeiten bekommen?« »Wir sagen den Zivilisten, sie sollen einfach das Maul halten und das Unrecht schlucken.« Monika musste ihr Recht geben. Andererseits war bislang nichts vorgefallen, was man als Schwerverbrechen betrachten könnte. Jemand hatte mal drei Hühner gestohlen. Zweimal wurden Frauen belästigt. Einmal die junge Tochter eines Grundbesitzers. Dallas hat die Männer weggeschickt und war wohl der Meinung, dass die Sache damit erledigt sei. Doch offenbar war er im Irrtum. Monika wurde den Eindruck nicht los, dass Eleanor mehr wusste. »Was hörst du so? Und von wem?«, wollte sie von Eleanor wissen. Eleanor sah zum Himmel hinauf, über den gerade ein Schwarm Krähen hinwegflog. »Ach, dies und das. Ich bin ja auch tagsüber auf Rundgang und da begegnet man den Leuten.« »Quatscht.« »Tauscht sich aus.« »Ja, klar.« »Und? Weiter?« »Ja, es ist nicht alles so rosig, wie du es gerne hättest.« »Ach was, ich denke, du übertreibst. Oder die Leute, mit denen du dich unterhältst.« »Ich will nicht, dass man uns Probleme macht«, ergänzte Eleanor. Ihre Stimme verriet Anspannung und unterdrückte Wut. »Ich bin schon zu oft davon gelaufen. Vor meinen Eltern, vor der Flotte, den Saviors, den Caymen. Ich werde den Platz nicht kampflos räumen. Es wird Blut fließen. Ich spüre das.« »Ich sehe es kommen.« Sie legte die Hände aneinander, als hielte sie eine Waffe und zielte mit dem Zeigefinger in die Ferne. »Tiu, tiu.« Monika schockierten Eleanars Worte, auch wenn sie damit nur das aussprach, was sie selbst dachte und die ganze Nacht beschäftigte. Oder war das nur, weil Eleanor ebenfalls besorgt war und bis jetzt beschlossen hatte zu schweigen? Es traute sie ihr etwa. »Wer hat etwas von Kampf gesagt?«, wollte Monika wissen. »Niemand. Aber das ist doch gar nicht nötig. Und willst du wissen, was ich denke?« »Natürlich«, wollte Monika es wissen. Sie nickte. »Die Zivilisten haben recht. Wir sind eine Gefahr, wie alle Menschen, die automatische Waffen handhaben können. Menschen, die militärisch organisiert sind und sich für Beschützer halten. Manchmal weiß man nicht, wie man beschützen soll. Wie weit man gehen darf, um jemanden vor Unheil zu bewahren. Und das führt dann zu Fehleinschätzungen. Besonders, wenn sich jemand gar nicht beschützen lassen will. Oder die Art und Weise kritisiert, wie man es tut. Oder darauf besteht, dass man es genauso tut, wie dieser Mensch es für richtig hält. Alle Schlichtheit, die Monika so oft an ihrer Freundin beobachten konnte, war von ihr gewichen. Monika war für einen Moment von Elenas Überlegungen überrumpelt. »Sag mal, willst du etwa deine Knarre wegwerfen und Felder beackern? Sehe ich etwa so aus?« Elena widmete ihrer Freundin einen langen, nachdenklichen Blick. Die grün-blauen Augen glitzerten, als loderte ein Zorn darin, den sie nur schwer zu bändigen vermochte. Oder war es nackte Angst, die sich in Wut und Verwirrung ausdrückte? Elena fuhr fort. »Ich will mich weder vertreiben lassen, noch meine Waffen abgeben. Und Felder bebauen will ich ebenso wenig. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Wer weiß schon, was passiert, wenn man mich dazu zwingen will, eine Wahl zu treffen.« Die Frage war außerdem, was Dallas tun würde, wenn ihm der Landtag mitteilte, dass seine Dienste nicht länger erwünscht seien und man ihn somit als unerwünschte Person betrachtete. Monikas Antwort fiel schlichter aus, als sie beabsichtigte. »Es wird komplizierter werden, so viel steht fest. Aber womöglich kommt es auch ganz anders und wir machen uns zu viele Sorgen. Wir brauchen einander. Gerade weil es Leute wie dich gibt, die keine Kartoffeln züchten wollen. Es gibt umgekehrt ausreichend, die keine Waffen benutzen möchten oder sich davor fürchten wie die meisten Zivilisten.« Elenor gab darauf keine Erwiderung, sondern betrachtete Gedanken verloren ihr Gewehr. Sie sah aus wie jemand, der beschlossen hatte, sich Sorgen zu machen und das auch für ganz vernünftig hielt, anstatt sich die Situation schönzureden. Sie hob den Kopf und starrte auf Sedona herab, als stiege gleich der Teufel über die Dächer empor. Ihre Meinung über Zivilisten schien nicht dieselbe zu sein wie die ihrer Freundin. Monika beschwichtigte erneut. »Komm schon, wir warten erst mal ab, bevor wir uns das Hirn zermatern. Die Leute brauchen uns. Und sie brauchen jemanden, der so vernünftig ist wie Delas. So viel steht fest.« »Tja, wir wissen das, aber die anderen scheinen das vergessen zu haben. Die Bewohner von Sedona, die Farmer, die haben nur Angst. Angst ist alles, was die kennen.« Damit hatte Elena recht, fand Monika. Danach zu urteilen, was Stokes von sich gegeben hatte, als er in den Stützpunkt gekommen war, bestand die ganze Stadt aus Misstrauen und Furcht. Aber Monika wollte Elenas negative Gedanken nicht noch befeuern. »Ach komm schon, Elena, die werden sich schon einigen. Es ist ein Gebot der Vernunft, oder?« Die Worte kamen unvermittelt über Monikas Lippen. Vernunft war seit jeher ein seltenes Gut und machte nur wenige Momente der Menschheitsgeschichte aus. Elena rümpfte die Nase. »Ach, Kosten-Nutzen-Rechnung wohl eher, hm? Das leuchtet mehr ein. Rechnen kann jeder. Wenn eine größere Plündererbande auftaucht, werden die schon angekrochen kommen. Red nicht so laut davon, sonst trifft es noch ein.« Elenas nächste Worte klangen wie ein Zischen. »Dann will ich es herausschreien. Sollen Sie doch kommen, um unsere Schützlinge daran zu erinnern, warum sie uns brauchen.« Monika missfiel, was ihre Freundin sagte. Und das lag nicht an dem Unheil, das sie beschrieb und das jederzeit Wirklichkeit werden konnte. Irgendetwas anderes beunruhigte sie. Etwas in ihrem Tonfall, in ihrer Mine, das in ihrem ganzen Verhalten zutage trat. Etwas Bitteres, das in ihrer Freundin scheinbar über Nacht gewachsen war. Diese Veränderung machte Monika wütend. Sie wollte keine Veränderung. Sie war zu alt dafür. Schorf versetzte sie. »Es gibt kein Wir und Sie. Es heißt Wir. Hast du verstanden? Es gibt nur uns. Die Bewohner von Sedona, Arizona, zu denen wir auch gehören.« Elenas schwieg, während sie den Trampelpfad betraten, der Schnurgerade zum Hauptstützpunkt führte. Es sah aus, als sei Monikas Zorn an ihr abgeprallt. Lapidale gab sie zurück. »Wenn du das so siehst, ist das schön. Wär mir auch das Liebste, aber ich glaub, du bist den Ereignissen hinterher.« Seuerlich verzog Monika das Gesicht, bevor sie sagte, »Ich kann unsere Lage sehr wohl beurteilen. Das heißt allerdings nicht, dass ich mich damit abfinden muss. Auch Dallas wird seine Hoffnung nicht aufgeben und alles daran setzen, dass sich nichts ändert.« So viel ist gewiss. Eleanor sagte keinen Ton mehr, bis sie das Bunkertor erreichten, wo die Ablöse bereits auf sie wartete. Diese Ablöse bestand aus zwei Männern. Der eine war Peter Jenkins, ein ehemaliger Soldat, der als Polizist gearbeitet hatte. Er war 27, groß und schlank. Bei ihm stand Fred Mayfield, ein stämmiger, muskulöser Mann mit dichten, schwarzen Haaren, der sich erst vor einigen Tagen der Miliz angeschlossen hatte. Jenkins warf seine Zigarette weg und, nachdem er eine Rauchwolke aus der Nase gestoßen hatte, spuckte er auf den Boden. Danach rieb er sich die kurzen, roten Haarstoppel auf seinem Schädel und verzog sein hageres Gesicht. Seine grünen Augen sahen etwas verschlafend ein. »Verdammt, pünktlich seid ihr immer. Das nervt gewaltig. Hätte nichts dagegen gehabt, mir noch einen Kaffee zu holen und ein bisschen auf euch zu warten.« Aaron Mayfield nahm sein Gewehr auf, das an der Wand lehnte, und legte Jenkins die Hand auf die Schulter. Anders als sein Partner verkniff er sich einen dummen Kommentar. Er war eigentlich immer freundlich, stets gut gelaunt und zu Scherzen aufgelegt. Mit einem Lächeln verteidigte er seinen Partner. »Ach, Petey wird nie richtig wach. Der Sandmann verbraucht bei ihm immer eine ganze Ladung, bevor der das Maul hält. Babys benötigen viel Schlaf und jammern trotzdem dauernd. So wie er. Ich hab gehofft, dass ihr pünktlich auftaucht. Ich bin froh, wenn wir hier wegkommen. Es herrscht gerade dicke Luft.« Eleanor wunderte sich. »Ah ja?« »Weswegen denn? Der Landtag?« Mayfield nickte. »Aha, sieht so aus, als hätten die Ärger mitgebracht. War gerade jemand von denen da. Dallas hat das diesmal ziemlich mitgenommen. Ah,« machte Eleanor. »Um diese Zeit?« »War es Stokes?« »Nein, nicht Stokes. Headley und noch zwei andere, die ich noch nie gesehen habe.« Monica wollte mehr erfahren und hielt Mayfield noch einen Moment zurück. »Ist etwas passiert?« »Ah, es gab einen Überfall im Süden von Sedona.« Einem Farmer wurde mächtig Angst eingeirgt. Vieh wurde gestohlen. Getreide und so. Mike Coburg hat Jablonskis Ärger voll abgekriegt. Hat ihn mächtig zusammengeschissen. Was kann der dafür? Der war auf einem Rundflug im Norden. Er hätte nie rechtzeitig dort unten sein können, um die Bande noch zu erwischen. Geschweige denn, das Ganze zu verhindern. Dieser Farmer, der wohnt etwas außerhalb. Meiner Meinung nach hat er sich dasselbe eingebrockt. Sonderlinge machen immer alles nur schlimmer und ziehen dann andere in die Probleme hinein, die sie verursachen. Eleanor grinste und warf ihrer Freundin einen vielsorgenden Blick zu. Monica runzelte die Stirn. »Das ist alles. Deswegen wird Jablonski gleich zum Berserker. Früher oder später musste es doch wieder zu Überfällen kommen. Warum also die Aufregung?« Eleanor gab ein bitteres Lachen von sich. »Tja, das ist wohl eine Erinnerung daran, wie das Leben ohne uns wäre. Und wie wichtig es ist, dass wir die Stützpunkte erweitern, damit wir unseren Job machen können.« Sie wandte sich ab und ging in den Bunker hinein. Für Mayfield schien das Gespräch ebenfalls beendet. Er wollte sich offenbar nicht seine Laune verderben lassen. »Ja, also, wir sehen uns dann«, sagte er und machte sich mit Jenkins auf den Weg. Monica und Eleanor gaben Gewehre und Pistolen beim Waffenmeister ab, gingen unter die Dusche und verkrochen sich anschließend in ihrer Stube, um zu schlafen. Allerdings wehrte ihr Schlaf nur wenige Augenblicke. Wieder tauchte eine Abordnung des Landtages auf. Der neuerliche Besuch ging mit einem Tumult einher, offenbar angezettelt von einigen Milizionären, denen der unangemeldete Besuch nicht passte. Dallas Jablonski beendete den Aufruhr, doch nachdem die Abordnung der zivilen Verwaltung wieder gegangen war, ging das Donnerwetter erst richtig los. Man konnte jedes Wort durch die geschlossene Tür hören. Jablonski war außer sich. Er verlangte sofort, einige seiner Leute zu sprechen, die gerade auf Streife waren. Er kontaktierte sie über das Funkgerät auf dem Tisch und schrie in das Mikrofon, als sie nicht sofort gehorchten und meinten, sie hätten noch Arbeiten zu erledigen, die nicht warten konnten. Tja, beginnt alles viel früher als gedacht, meinte Eleanor und drehte sich auf ihrer Pritsche um. Monica fragte sich, warum sich Jablonskis Zorn so heftig gegen seine Leute richtete, die er als Schwachköpfe bezeichnete, die offenbar nicht wussten, wo ihre Verantwortlichkeiten lagen. Inkompetente Idioten, die mit ihrer Dummheit alles zerstörten, was er hier aufgebaut hatte. Dabei blieb er jedoch seltsam unkonkret. Monica konnte aus seinem Geschimpfe nicht erfahren, was genau schiefgelaufen war. Vielleicht hatte er einfach nur seine Grenzen erreicht und musste sich Luft machen. Unvermittelt trat Stille ein. Man konnte Jablonski zwar noch reden hören, aber offenbar hatte er sich beruhigt. Monica sprang aus ihrer Koje und trat in die Galerie hinaus, von wo aus sie nach unten in den großen Gemeinschaftsraum hineinsehen konnte. Auf dem großen Tisch neben dem Funkgerät waren ein paar Landkarten ausgebreitet. Hier und da leuchtete ein Hologramm und zeigte Symbole oder Zahlen über einer bestimmten Position. Coburg war angekommen und stellte sich gerade den Vorwürfen seines Kommandanten, der eine Weile mit ihm redete. Es war noch nicht zu verstehen, was Jablonski sagte. Schließlich zogen sich die beiden in ein Nebenzimmer zurück, während nach und nach weitere Personen ankamen, deren Anwesenheit Jablonski gefordert hatte. Sie alle verschwanden in dem Nebenraum, aus dessen geschlossener Tür jetzt kaum noch ein Ton drang. Nur ab und an wurde Dallas wieder etwas lauter, was anzeigte, dass sein Zorn nicht ganz verflogen war. Eleanor setzte sich auf und murmelte. Ich bin ja direkt froh darüber, dass so ein Farmer einen Denkzettel erhalten hat. Es spart uns Diskussionen mit den Bewohnern und man wird unsere Arbeit in Zukunft nicht in Frage stellen, wenn sich die Aufregung gelegt hat. Monika verdrehte die Augen. Langsam merkt man echt, dass du die Letzte bist, die irgendetwas begreift. Was meinst du damit? wollte Eleanor wissen. Monika sah in das fragende Gesicht ihrer jungen Freundin. Hör mal, es war doch klar, dass es hin und wieder zu Überfällen kommen wird. Das ist nichts, was Dallas so derart aus dem Häuschen bringen könnte. Ich meine, du bist nicht die Einzige, die sich Sorgen über unsere Zukunft macht. Nur wird das weder dich noch mich veranlassen, dass wir unsere Kompetenzen überschreiten. Andere jedoch haben den Mut, oder vielmehr die Dummheit besessen, Tatsachen zu schaffen, so wie es aussieht. Elenas Miene verriet Monika, dass der Gorschen jetzt bei ihr gefallen war. Nun wirkte sie hellwach. Das ist nicht dein Ernst. Das würden wir nie tun. Ich meine, wir lieben unsere Schützlinge zwar nicht, aber das ist doch komplett was anderes, als ihnen absichtlich zu schaden. Du hast es doch selbst gesagt, Elena. Angst veranlasst Menschen zu jeder Art von Torheit. Und wir sind davon nicht ausgenommen. Ach, das vermutest du alles nur? Ja, Monika schüttelte den Kopf. Als wir unsere Waffen abgegeben haben, habe ich einen Blick auf den Dienstplan geworfen. Und? Monika kam näher und sah Elena tief in die Augen. Es gab keine Änderung im Dienstplan. Dallas hat niemanden abgestellt, um die Räuber zu verfolgen. Was er doch sicher als erstes getan hätte, würde es sich um einen tatsächlichen Überfall gehandelt haben. Er wusste genau, wer da ein Ding abgezogen hat. Elena verschlug es die Sprache. Fassungslosigkeit machte sich auf ihren Zügen breit. Sie setzte zu einer Entgegnung an, aber kein Wort kam über ihre Lippen. Monika sprach weiter. Und jetzt muss ich Jablonski natürlich fragen, wie er die Sache verschleiern kann. Vorausgesetzt, Stokes hat noch nicht Lunte gerochen. Und das bedeutet, er muss den Landtag täuschen. Er hat gar keine andere Wahl, als das zu tun. Elena fand ihre Stimme wieder. Das, das wird doch nicht funktionieren. Früher oder später kommt die Wahrheit ans Licht. Monika nickte. Ja, natürlich. Na toll, und was dann? Monika wandte sich ab. Das werden wir dann schon sehen, fürchte ich. Kapitel 3 Die Zeit verging, aber mit der Unbeschwertheit der vergangenen Tage war es vorbei. Jeder ahnte oder wusste bereits, wie es sich in Wahrheit mit dem Überfall verhielt. Und jeder fragte sich natürlich, wie lange dieses Damoklesschwert über ihn schweben mochte, bis es herabfiel und die Bürger von Sedona eine Erklärung fordern würden. Es gab gerade kein anderes Gesprächsthema unter der Truppe und jeder besaß eine eigene Meinung darüber, wie Jablonski reagieren sollte. Coburg erwies sich als ein Störfaktor, um den sich eine ansehnliche Gruppe von Unzufriedenen formierte. Hinter vorgehaltener Hand sprachen sie davon, Jablonski wäre weich geworden und es sei an der Zeit, ihn abzusetzen. Monika bereitete es Kopfzerbrechen, warum Jablonski, der davon wusste, sich nicht dazu durchringen konnte, den Mann wegzuschicken. Es machte sie auch fassungslos, dass Eleanor den Umgang mit Leuten aus Coburgs Umfeld zu suchen schien und sich zunehmend von ihr abkapselte. Monika genoss ihre freien Stunden, indem sie sich an einer Felskante oberhalb des Canyons niederließ, an dessen weit entferntem Ende sich das Häusermeer von Sedona ausbreitete. Hier konnte sie ungestört auf andere Gedanken kommen, wäre da nicht Fred Mayfield, der diesen Fleck ebenfalls für sich entdeckt hatte. Gemütlich schlenderte er heran, die Hände in den Taschen. »Oh, ungewöhnlich kühler Tag für Ende Mai«, bemerkte er und hauchte zur Bekräftigung in seine Handflächen. »Aber dafür eine schöne klare Sicht. Darf ich mich zu dir setzen?« Eigentlich war es Monika nicht recht. Sie hätte gerne einige Minuten für sich gehabt, um dem leidigen Thema aus dem Wege zu gehen, das gewiss auch Mayfields Gedanken beherrschte. Mit Sicherheit würde er auch gleich davon anfangen. Aber sie wollte nicht unfreundlich sein. Mayfield war sympathisch und verdiente es nicht, ihm unfreundlich zu kommen. »Ist schon in Ordnung, aber ich will nichts von irgendwelchen aktuellen Ereignissen hören. Verstanden?« »Kein Problem«, er setzte sich neben sie und ließ ebenfalls seine Beine über den Rand der Felskante baumeln. »Schon ein Plan für später?« »Was meinst du mit später?« »Wenn wir von hier weggehen müssen.« Streng genommen sprach er damit tatsächlich ein anderes Thema an. »Also, ich wüsste nicht, warum das so kommen sollte. Dallas wird schon einen Weg finden, sich mit den Leuten zu einigen.« Darauf gab Mayfield keine direkte Antwort. »Ich habe gehört, dass die Akato sich wieder für uns Menschen interessieren. Sie nehmen wieder welche von uns in ihrer Reihen auf. Allerdings nur solche, die ihnen nützlich sind.« Er tippte auf seinen Pistolenhäufter. »Und die damit umgehen können. Sie wollen nur Menschen mit der Bereitschaft und der Fähigkeit zu kämpfen.« »Ah ja? Und woher hast du das?« »Piti. Ach, genauer gesagt Nathan. Der Junge aus Mexiko hat das heute gegenüber ein paar Jungs angesprochen. »Piti hat es mir dann geflüstert. Die haben da wohl eine Anlage in der Nähe von Mexiko City. Die Akato, meine ich.« Nathan meint, dass das irgendwas Religiöses ist. Der Andrang ist wohl groß, aber viele werden abgewiesen. Alte, Kranke. Für uns besteht aber Aussicht. Wir sind Krieger, wie ich schon sagte. Und nach dem, was Nathan gesagt hat, geht es dort heiß her. Die Gegend ist gefährlich, weil sich allerlei Gesindel auf den Weg gemacht hat, so wie man es rund um die Akato-Türme findet. Und die Cayman sollen den Himmel dort unsicher machen. Aber ich würde es schon wagen, dort aufzukreuzen, wenn die geringste Chance besteht, sich mit den Pferdeköpfen anfreunden zu können. Monika sah ihn an. »Wo hat Nathan diese Information her?« »Oh, in Sedona sind wohl Leute angekommen, die von dort stammen. Von denen weiß er es. Die sind wegen der Zustände weg von dort. Und warum glaubst du, dass mich das interessiert?« »Weiß nicht. Ich wollte es nur gesagt haben.« »Suchst du Reisegefährten?« Er schüttelte langsam den Kopf. »Ich würde nicht jeden mitnehmen. Deswegen halte ich sonst meinen Mund.« Monika lachte. »Ich fühle mich geehrt.« »Na ja, die Sache könnte schneller aktuell werden, als du denkst. Darum bin ich zu dir gekommen.« »Ist das so?« Er nickte und sagte dann. »Ja, ich sollte es ja nicht ansprechen. Du hast dir die Schnauze voll von dem Gerede.« Da hatte er recht, aber nun wollte Monika doch mehr erfahren. »Also, dann sag mal, wie ist der Stand der Dinge? Wie siehst du unsere Lage?« Mayfield kam gleich zur Sache. »Tja, das Ganze ist keine Spekulation mehr. Die Zivilisten haben Beweise gebracht. Es waren keine Plünderer.« Monika fragte sich, was das wohl für Beweise sein mochten. »Also?« »Na ja, sie haben die Kühe und die Schweine gefunden, die gestohlen wurden, verscharrt im Wald. Und da fanden sie dann auch die Kutten, die Masken und die alten Flinten, die die Angreifer benutzt haben.« Monika schüttelte den Kopf. »Das sind doch keine Beweise. Das sind Indizien, nichts weiter.« »Aber warum sollten die Plünderer ihre Beute denn verschauen und ihre Waffen gleich mit?« »Okay, ein Anwalt könnte da schon abwiegeln und behaupten, dass dieser Sachverhalt kein Gewicht hätte.« »Sicher beweist er nicht, dass wir das waren.« »Aber wir sind weit ab von jeder geregelten oder zivilisierten Justiz.« »Die Menschen sind zu ihren archaischen Wurzeln zurückgekehrt, und da werden halbwegs flüssige Indizien nicht hinterfragt.« Erzählt, Instinkt und Gespür, auch wenn es täuschen kann. Monika beharrte auf ihrer Meinung. »Ja, trotzdem. Dallas wird sich deswegen nicht den Schneid abkaufen lassen. Der knickt nicht ein.« »Dafür ist aber Cowberg eingeknickt, und auch die, die dabei waren, haben alles zugegeben und versucht, ihr Handeln zu rechtfertigen.« Monika seufzte. »Ach, Scheiße. Und jetzt?« Mayfield zuckte mit den Schultern, stand auf und klopfte sich den Staub von der Hose. »Ich habe dir gesagt, welche Alternative ich sehe. Wenn es hier zu ungemütlich wird, bin ich schneller weg, als du einen Gedanken denken kannst.« »Mexico City ist weit weg von hier. Willst du einen Gleiter stehlen, um dorthin zu kommen?« »Tja, bevor sich andere einen unter den Nagel reißen.« »Aber falls wir zu Fuß gehen müssten«, er warf ihr einen vielsorgenden Blick zu. »Mit dir und Elena an der Seite müssten wir uns zumindest nicht vor den Kämen fürchten.« Für Monika klang das alles zu sehr nach Untergang und Verzweiflung. Und was Elena betraf, konnte sie nicht sagen, wie sie sich entscheiden mochte. »Ah, mal abwarten, Mayfield. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.« Monika wusste ganz genau, dass sie sich mit dieser Bemerkung selbst betrog. Manchmal musste man sogar Lava schlucken. Mayfield ließ seinen Blick über das Land schweifen und schüttelte skeptisch den Kopf. »Ah, nicht in dieser Gegend, Monika. Nicht in dieser Gegend.« Mit diesen Worten, die in Monika einen bitteren Nachhall hinterließen, ging er weg. Sie ärgerte sich über die ganze Entwicklung, die bereits die Gemüter bewegte und die den wilden Haufen bald zerreißen würde. »Warum musste das jetzt so kommen, wo doch alles so gut lief?« Es ging letztendlich doch nur um ein paar Kühe und Schweine. Warum musste man mehr daraus machen, als es war? Im schlimmsten Fall würde Dallas Mike Coburg und seine Kumpane fortjagen, nachdem sie Schadensersatz geleistet hätten. Es wäre zumindest pragmatisch und könnte die Wogen glätten, um ein wenig Zeit zu gewinnen. Sie hasste die Vorstellung, dass die relative Idylle ihrer Situation plötzlich in dasselbe Chaos abstürzen mochte, das über die übrige Welt herrschte, die dieses Refugium umgab. Sie fürchtete auch, dass Mayfield mit seinem Gefasel über ein archaisches Rechtsverständnis richtig lag. So etwas war einfach anzuwenden, ohne dass man viel nachdenken musste. Wenn man Angst hatte, wollte und konnte man nicht viel nachdenken. Und die Menschen waren voller Angst. Monika zählte zwar auf Jablonskis Verstand, aber das traf nicht auf den Rest der Truppe zu. Es war schwer zu sagen, was genau geschehen mochte, sollten Coburg und seine Helfer gehen müssen. Seine Sympathisanten konnten das wahrscheinlich nicht einfach hinnehmen. Es war egal, ob sie ihren Unmut gleich ans Tageslicht bringen oder Zwietracht in der Truppe schüren würden. Verdammt, im Augenblick wusste sie nicht einmal, wie Elena reagieren würde. Ihre letzten Äußerungen ließen den Schluss zu, dass auch sie einem primitiveren Rechtsverständnis beziehungsweise dem Gesetz der Stärke zugetan war. Junge Leute neigten dazu. Es war simpel und schlicht. Vor allem verschwendete man keine Zeit und konnte seine ganze Kraft auf einen Punkt fixieren, anstatt sie auf unnötig viele Aspekte verteilen zu müssen. Monika sah Mayfield hinterher, der gerade ins Tal hinunterstieg und hinter der Felskante verschwand. Sie sollte es sich nicht mit ihm verscherzen und seinen Vorschlag im Sinn behalten. Kapitel 4 In den nächsten Tagen änderte sich einiges. Dallas schickte Coburg und all jene weg, die am Überfall auf den Farmer beteiligt gewesen waren. Sie durften keine ihrer schweren Waffen mitnehmen. Nur solche, die sie brauchten, um in der Wildnis zu überleben. Ein Gleiter setzte sie weit genug von Sedona entfernt ab, damit sie nicht kurz darauf wieder hier auftauchen und Ärger machen konnten. Aber falls Dallas davon ausging, sich damit der Probleme entledigt zu haben, so war er im Irrtum. Coburg, der die Einwohner von Sedona als Nutzvieh bezeichnet hatte, verfügte über mehr als nur eine Handvoll Gleichgesinnter in der Truppe. Die waren noch hier, gingen mit ihrem Unmut hausieren und versuchten, ihre Kameraden auf ihre Seite zu ziehen. Es ging eine deutliche Spaltung durch die Miliz. Eleanor zog sich gänzlich von Monika zurück. Sie suchte neue Freunde unter denen, die keinen Hehl daraus machten, dass sie sich von Zivilisten nicht vorschreiben lassen wollten, wie sie zu leben hatten. Den Landtag betrachteten sie lediglich als eine Gruppe von Naglern, hinter der sich all jene Einwohner von Sedona verbergen, die zu feige waren, sich selbst zu verteidigen. Die Herren konnten nur diejenigen sein, die über Waffen verfügten und die wussten, wie man sie benutzte. Nicht umgekehrt, meinte sie. Monika fragte sich, ob sie diese Weltsicht schon immer mit sich getragen hatten. Oder hatte sie sich erst in den letzten Tagen entwickelt, wie das wohl bei Eleanor der Fall war, die sich immer reservierter zeigte. Auch wenn die beiden Frauen sich noch immer ein Zimmer teilten, sprachen sie kaum noch miteinander. Dieser Aspekt irritierte Monika, denn normalerweise liebte es Eleanor, sie zu provozieren und alles daran zu setzen, sie von ihrem Standpunkt zu überzeugen. Sie ließ normalerweise nicht locker, bis nicht auch das letzte Argument ausgeschöpft und Monika bereit war, wenigstens einen kleinen Schritt von ihrer Ansicht abzurücken. Jetzt aber zeigte sich Eleanor verschlossen und wortkarg. Sie schien keine Lust zu haben, Monika zu missionieren. Auch mit den anderen argumentierte sie nicht. Peter Jenkins und Fred Mayfield füllten die Lücke, die entstanden war, und gaben sich alle Mühe, Monika aufzuheitern. Ach, nimm es ihr nicht übel, beschwichtigte Mayfield Monika auf einem nächtlichen Rundgang. Eleanor ist jung. Sie sucht noch nach ihrem Platz. Sie ist bestimmt gerade ziemlich zerrissen. Es gibt sich wieder. Lass schon sehen. Monika hätte ihm gerne zugestimmt, aber Eleanor wusste ziemlich genau, was sie tat und wie sie zu denken hatte. Sie war kein Kind mehr und auch wenn sie hin und wieder etwas einfältig wirkte, schien sie doch immer genau zu ahnen, was gerade für ein Wind wehte und stellte sich darauf ein. Opportunistisch. Dieses Wort wollte Monika nicht gebrauchen. Über Lebensinstinkt vielleicht. Ja, damit konnte sie sich eher anfreunden. Kapitel 5 Ramona Jablonski konnte sich nicht mehr an die vergangenen Minuten erinnern. Sie war außerstande zu sagen, was geschehen war, nachdem die Rauchgranaten zündeten und schlagartig alles mit rotem Qualm erfüllten. Dessen betäubende Wirkung verbreitete sich sofort und hatte sie umgehend ins Reich der Träume geschickt. Jetzt ließ die Wirkung nach und sie kehrte allmählich aus der Bewusstlosigkeit in die Gegenwart zurück. In Ramonas Schädel pochte der Schmerz, während sich ihr Blick zu klären begann und ihr bewusst wurde, dass sie mit gefesselten Händen auf dem Boden eines Gleiters lag. Aber es war nicht irgendein Gleiter. Es war die Dorian, einer von den vier Transportern der Milets. Mindestens so gut bewaffnet wie die Betty, die auf dem Landefeld beim Hauptstützpunkt stand. Die Motoren schwiegen. Vor wenigen Minuten, als Ramona langsam aus ihrer Ohnmacht herausdämmerte, hatte sie noch das Summen der Triebwerke vernommen. Jetzt schien das Fahrzeug gelandet zu sein und die Besatzung machte sich daran, es zu entladen. Sie hörte, wie sie die Ausstiegsrampe hinauf- und hinunterliefen und Kisten nach draußen schleppten. Ramona fragte sich, was geschehen war und um was für Leute es sich handelte, die die Dorian gekapert hatten. Zumindest wussten sie, wie man einen Gleiter flog und eine bewaffnete Crew überwältigte. Ramona tippte auf Soldaten eines Warlords, von denen man immer öfter zu hören bekam. Die Stümper, die den Bauern überfallen hatten, konnten es gewiss nicht gewesen sein. Ramona blickte sich weiter um und erkannte ihren Bruder, der neben ihr lag und noch immer ohne Bewusstsein war. Sie hörte Stimmen aus dem Cockpit. Jemand lachte. Eine Frau. Sie sprach mit einem Mann, der scheinbar eine weitere amüsante Bemerkung machte. Die Frauenstimme lachte abermals. Die Stimmen kamen ihr bekannt vor. Das, das waren Chris Gareth und Eleanor Green. Auch die anderen, die gerade die Ladung hinaus beförderten, hörten sich nach ihren Kameraden an. Falls das ein Scherz sein sollte, dann würde er Konsequenzen haben. Aber, überlegte Ramona dann, es war höchst unwahrscheinlich, dass es sich um einen Streich handelte. Eleanor Green trat nun aus dem Cockpit und beugte sich zu Ramona hinunter. Euch passiert nichts. Jedenfalls nicht, solange ihr beide vernünftig bleibt. Macht keine Dummheiten. Das Sedativum wirkt noch nach. Es wird schwierig zu kämpfen. Also versucht es erst gar nicht. Vernünftig sollen wir sein. Ihr habt doch den Verstand verloren, presste Ramona hervor. Oh nein, da liegst du falsch, Ramona. Wir sind alle ganz klar im Kopf. Umso schlimmer. Ja, das ist wohl Ansichtssache. Entscheidend ist, wer am Ende auf seinen Füßen steht. Was? Was habt ihr vor? Die Dinge neu ordnen. Und deswegen entführst du uns? Eleanor berichtigte. Nein, ich bringe euch lediglich aus der Schusslinie. Und gleichzeitig sorge ich dafür, dass dein Vater vernünftig bleibt, wenn die Dinge ins Laufen kommen oder etwas schief geht. Es wird Verhandlungen geben, denn keiner der Kameraden möchte auf seine Kumpels schießen. Auch nicht, wenn wir gerade Differenzen haben. Chris Gareth, ein stämmiger Mann mit langen, dunklen Haaren, der zu den Piloten in der Miliz gehörte, trat aus der Kanzel. Er grinste breit. Also, da bin ich mir nicht so sicher. Ich hätte da schon jemanden, dem ich gerne eins auf den Pilz brennen würde. Ach, tja, und andersrum gibt's bestimmt auch welche, ergänzte Ramona. Wollt ihr wirklich alles kaputt machen, was mein Dad aufgebaut hat? Und wofür? Wenn es Probleme gibt, kann man doch über alles reden. Der Mann lehnte sich gegen den Türrahmen. Tja, ich glaub, so einfach wird das nicht. Es geht auch um weltanschauliche Aspekte, die man nicht so locker beiseite legen kann. Wow, so einen Satz bringst du zusammen? Ramona verzog das Gesicht und sah dann Eleanor fragend an. Dann sieht es wohl mit den Verhandlungen schlecht aus, von denen du geredet hast, Eleanor. Mein Vater wird nicht zum Dieb werden, der die Bewohner terrorisiert. Eleanor zögerte einen Moment mit einer Antwort und Ramona beharrte. Das wird nicht funktionieren, hörst du? Es wird Kämpfe geben. Eleanor wandte sich ab und ging nach draußen. Wir haben Arbeit zu tun. Ramonas Bruder bewegte sich, nachdem Eleanor und Chris Gareth gegangen waren. Ich hab mitgehört, möchte wissen, wer dahinter steckt und warum Eleanor da mitmacht. Es passt nicht zu ihr. Wer kann schon sagen, was in einem Menschen vorgeht, entgegnete Ramona. Jemand setzt sie unter Druck. Sie wird erpresst, anders kann ich mir das nicht erklären. Vielleicht hast du recht, aber was auch immer man für ein Druckmittel gegen sie hat, Es würde ihre Position bei Dad nicht verbessern. Kannst du drauf wetten. Nach einer Weile brachte man Ramona und ihren Bruder in einen Unterstand. Ein Sturm bzw. ein Tornado-Keller. Er befand sich unter den Überresten eines niedergebrannten Hauses, dessen Ruine von Büschen und jungen Bäumen überwachsen war. Der Eingang bestand aus einer schweren, zweiflügeligen Falltür, die einen Treppenaufgang verbarg, der in steilem Winkel in die Tiefe führte. Der Raum, in den er mündete, war wie ein kleiner Stützpunkt eingerichtet. Es gab ein Regal mit Waffen, eine Kochnische, eine Funkanlage und etwa zehn Pritschen, auf denen sich die Milizionäre ausruhen konnten. Sogar an eine gemütliche Sofa-Ecke hatte man gedacht. Eine Gruppe von Männern vertrieb sich dort gerade die Zeit mit Kartenspielen an einem niedrigen Tisch. Über allem hing der Geruch von frischer Farbe. Ramona kannte alle Stützpunkte und Unterstände der Miliz, aber dieser hier war ihr neu. Gewiss gab es noch andere Lager, von denen ihr Vater nichts wusste. Aber wie war es nur möglich gewesen, das alles geheim zu halten? Warum hatte niemand etwas mitbekommen? Es kam nur eine Schlussfolgerung in Frage. Die Bürger Sedoners mussten ihre Hand im Spiel haben. Womöglich der Landtag? Wir holen noch eure Mutter, sagte Elena, die gerade einen Kaffee aufsetzte und zusah, wie ihre Kameraden Kisten mit Proviant und Munition in den Keller togen. Wenn wir sie haben, wird euer Vater bereit sein, zu reden und seinen Platz zu räumen. Pavel Jablonski konnte sich nicht mehr zurückhalten. Na ja, und für wen soll er seinen Platz räumen? schrie er Elena an. Wer ist das? Coburg? Trenton? Elena lachte auf. Du machst wohl Witze. Auch Gareth machte eine spaßige Bemerkung und stellte eine Kiste ab. Hör zu, Junge. Die Zeiten ändern sich und wir tun alles, um uns gegen die Warlords zu rüsten, die uns bald Probleme machen werden. Jeder Siedler hier wird sich bald daran gewöhnen müssen, ein Gewehr zu tragen und Befehle zu befolgen. Momentan sind sie nur eine Ballast, die uns nicht nützlich ist, wenn es zum Krieg kommt. Krieg. Das Wort jagte Ramona Angst ein. Sie riss sich zusammen und fragte, Und was wollt ihr dann essen, wenn keiner mehr die Felder bestellt? Gareth tippte auf sein Pistolenhäufter. Wir finden schon Möglichkeiten. Wir kennen ja die Methoden der Plünderer. Wir holen uns, was wir brauchen. Das ist doch Wahnsinn. Ramona konnte nicht glauben, was sie da hörte. Wir sind doch keine Vandalen, die nur rauben und morden und dann weiterziehen, wenn das Land nichts mehr hergibt. Ihr fiel auf, dass Elena schwieg und nachdenklich beobachtete, wie das heiße Wasser durch den Kaffeefilter sickerte. Dann wandte sie sich unvermittelt an Gareth. Geh und mach dich nützlich. Er salutierte kurz und wenig respektvoll, bevor er sich entfernte. Elena, was hast du damit zu tun? Ramona konnte unschwer erkennen, dass Elena offenbar Autorität in der Truppe besaß. Elena goss den Kaffee in drei metallene Becher und antwortete knapp, Ich habe früh erkannt, was ich zu tun habe. Danach löste sie Ramonas und Pevels Fesseln und reichte den beiden die Getränke. Ramona konnte ihre Finger kaum spüren, die sich kalt und steif anfühlten, wie Fremdkörper. Am liebsten hätte sie ihre ehemaligen Kameradin ins Gesicht geschlagen. Stattdessen griff sie nach der verkromten Tasse und führte sie zitternd zum Mund. Er machte einen Fehler, wiederholte Pevel und rieb sich die Handgelenke. Es geht für niemanden gut aus, egal, was du dir dabei denkst. Elena nippte an ihrem Becher und gab dann zurück. Es geht nur darum, die Dinge zu ordnen und ein Statement zu setzen, das keine Fragen mehr offen lässt. Ramona lag eine Antwort auf der Zunge, aber irgendetwas hielt sie davon ab, sie Elena an den Kopf zu werfen. Sie erkannte ihre Freundin nicht wieder. Oder traten gerade nur ein paar Eigenschaften deutlich an ihr hervor, die schon immer dagewesen waren, während andere in den Hintergrund gerieten? Wie konnte sie sich nur so in jemandem getäuscht haben? Kapitel 6 Jeff Hadley fühlte sich großartig, so viel konnte Elena erkennen. Der ansonsten eher zurückhaltende und farblos wirkende Mann zeigte sich seit einiger Zeit selbstsicher und stolz. Für Elena war das nicht neu. Sie wusste inzwischen, dass dieses zurückhaltende, zuweilen unsichere Gehabe einem Geist entsprang, der kühl kalkulierte und der keine Skrupel kannte. Er hatte seine Maske schon früh abgelegt, nachdem es ihm gelungen war, Elena ins Vertrauen zu ziehen und ihr seine Pläne für Sedona und deren Bewohner darzulegen. Elena war damals neugierig gewesen und wollte unbedingt wissen, welche Ziele der ehrgeizige junge Mann verfolgte. Nachdem sie auch noch Jablonskis Frau in Gewahrsam genommen hatten, lobte er Elena für ihre Raffinesse und erzählte ihr, mit welch großen Visionen er sich befasste. Er überprüfte den Sitz seines Pistolengürtels vor dem Spiegel in der Diele seines Hauses und sagte, »Die Cayman und die Akato haben unserem Leben eine neue Richtung gegeben. Die außerirdischen Besucher haben uns, ohne es zu wollen, befreit von all den Dingen, haben uns eine neue Ausrichtung gegeben, haben die Dinge in neue Bahnen gelenkt, Wege geschaffen, wo vorher keine waren. »Ich kann keine Ordnung sehen«, widersprach Elena, die an der Eingangstür stand. »Nur Chaos.« »Und genau deswegen bist du eine Kriegerin und ich bin ein Anführer. Ich sehe die Strukturen, die sich bereits bilden. Strukturen, die den Menschen Gelegenheit bieten, sich der Fesseln ihrer alten Welt zu entledigen, überkommene Konventionen zu vergessen und neu auszuprobieren, sich aus der Umklammerung unsinniger Moralbegriffe zu befreien und sich zu entfalten. Kein Zwang aus Gewissensgründen, die auf verstaubten Philosophien beruhen.« Er wandte sich Elena zu. »Wer von den Führern der alten Welt hätte es denn gewagt, alles einzureißen und radikale Ideen zu verwirklichen? Die Umstände haben uns gezwungen, über uns hinauszuwachsen. Wer es geschickt anstellt, kann König werden. Oder Königin.« Elena versuchte in seinen Augen eine Spur von Wahnsinn zu erkennen, aber Jeff Hadley war ganz bei sich. Seine Worte klangen zwar hochtrabend, aber er äußerte sie klar und ohne den Überschwang an Emotionen, den man bei Verrückten beobachten konnte. Er fuhr fort. »In der vergangenen Welt wäre jede neue und radikale Idee erstickt worden. Unterdrückt von etablierten, unflexiblen Strukturen, geleitet von Menschen, die Angst vor dem Unbekannten haben, weil sie um ihr Geld, ihre Macht und ihren Einfluss fürchten.« »Na ja, soweit ich weiß, gibt es noch Regierungen und Verwaltungen. Die Flotte zum Beispiel. Sie untersteht noch immer dem Senat und der Präsidentin.« Er konterte. »Ja, und du weißt ebenso, dass diese Institutionen dabei sind, auseinanderzubrechen. Sie verschwinden und hinterlassen einen Strom von orientierungslosen und verängstigten Menschen. Diese Menschen, die sind wie wildes Wasser, das sich neue Wege sucht. Und du willst ihnen also ein Zuhause bieten, ja?« Er nickte. »Die Energie von entfesseltem Wasser ist unbeschreiblich. Hast du jemals einen wilden Fluss nach einem Unwetter gesehen? Wenn er über die Ufer tritt und alles mit sich reißt, was ihm im Weg steht. Ja, das habe ich.« »Und hat dich diese Kraft nicht beeindruckt?« Er schien auf irgendeine Reaktion zu warten, aber was immer er sich erhoffte, Eleanor blieb es ihm schuldig. Eine Demonstration sinnloser und ungelenkter Gewalt. Ich habe mich immer gefragt, warum die Natur so verschwenderisch mit ihrer Energie umgeht, und da kam mir ein Gedanke. Jetzt war Eleanors Interesse tatsächlich geweckt. Er war augenscheinlich bereit dazu, seine innersten Gedanken mit ihr zu teilen. Er das Schlüsselerlebnis zu offenbaren, das sein Handeln bestimmte. Sie nickte ihm zu. Er sollte weitersprechen. »Ich will der entfesselten Energie Richtung und Ziel geben. Sedona und die angrenzenden Regionen sind große Gebiete voller Menschen, deren Leben weder Ordnung noch Richtung hat. Ich will ihnen einen Traum geben. Wir sind schon jetzt deine Macht, aber wir müssen expandieren. Sonst werden wir zwischen den anderen aufkommenden Mächten zermalmt.« Er legte eine Pause ein, dachte nach und fuhr dann fort, seine Vision in Symbolen zu beschreiben. Sedona ist ein ruhiger See, eingeschlossen von starren Grenzen. Kein wilder Strom, der seine Kraft zur Schau trägt. Wir müssen zu einem Fluss werden und die Energie nutzen, die uns zu eigen ist. Eleanor schämte sich beinahe für ihre Gedanken, aber es konnte durchaus sein, dass er mit seinen Überlegungen recht hatte. Sie musste zugeben, dass es die Veränderungen waren, die sie stärker und zu der Frau gemacht hatten, die sie jetzt war. Eine Kriegerin mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Abgebrüht und kalkulierend. Er würde sich noch über sie wundern, dessen war sie sich sicher. Jablonski und der Landtag beharren auf dem Status quo, erklärte er weiter, wandte sich wieder seinem Spiegelbild zu und rieb kurz mit den Fingerspitzen über die verkrommte Gürtelschnalle. »Weißt du, was hier draufsteht?« Eleanor war schon aufgefallen, dass ein Schriftzug auf der Koppel zu lesen war. Die Worte waren ihr jedoch unbekannt. Jeff las vor. »Gott mit uns. Dieser Gürtel ist uralt und er gehörte einem Soldaten. Und wie jeder gute Soldat glaubte er an etwas. Nur der Glaube gibt uns Kraft, Dinge zu ertragen, Ziele zu verfolgen und uns zu behaupten. Noch immer war kein Hauch von Wahnsinn in seinen Äußerungen zu spüren, obwohl das zu seinen Folgerungen gepasst hätte. Er sah Eleanor erneut an. »Ebenso wie Jablonski glaube auch ich an Gott, aber ich tue das eher in einer archaischen und naturgemäßen Weise. Warum hat Gott Schafe und Wölfe geschaffen?« Eleanor war mit dieser Frage überfordert. Um das Gleichgewicht zu halten, wäre ihre instinktive Antwort gewesen. Eine allzu simple Antwort, über die Jeff gewiss milde und herablassend gelächelt hätte. »Nein, ich habe keine Ahnung«, gestand sie, gespannt auf seine Erklärungen. »Gott hat Schafe geschaffen, damit sie die Wölfe bewundern können.« Sie verließen Headlays Haus und stiegen in die Fahrerkabine des Lastwagens, der Eleanor vom Unterstand, in dem sie Jablonskis Familie gefangen hielten, nach Sedona gebracht hatte. Der Truck war nur eines von 20 Fahrzeugen, die einen Konvoi bildeten, in dem bewaffnete Männer und Frauen saßen. Einige von ihnen gehörten zur Miliz, aber die meisten waren Zivilisten, von denen man wusste, dass sie mit Waffen umzugehen verstanden. Jäger und Hobbyschützen, die jedoch noch nie auf Menschen geschossen hatten. Das konnte zu einem Problem werden, sollte es zu einer Auseinandersetzung kommen. Die Fahrt ging in Richtung des »Parlamentes«, einer ehemaligen Bibliothek im Zentrum der Stadt, die dem Landtag als Plenum diente und wo sie Randy Stokes treffen wollten. Es gab also noch genug Gelegenheit, für Jeff Headlay Eleanor in epischer Breite weiterer Einzelheiten seiner Motive zu erklären. Er ließ sich nicht lange bitten. »Es ist die Ära der neuen Reiche«, sagte er, während er mit strengem Blick in die Ferne starrte. »Wer ein Schaf bleibt, wird getötet.« Jablonski ist im Grunde seines Herzens ein Schaf. »Ein Schaf in der Herde Gottes. Steht das nicht so in der Bibel?« »Sagt nicht Jesus, wir sollen Schafe sein.« Er machte eine verächtliche Handbewegung und zeigte Eleanor ein mitleidiges Gesicht. »Dallas glaubt an diesen Jesus, der uns alle zu hilflosen Kreaturen machen möchte. Aber wir müssen zu Jägern werden und unsere Instinkte wiederfinden. Wenn wir nicht expandieren und zeigen, dass wir gefährlich sind, werden wir überwollt.« »Von den Warlords?«, fragte Eleanor. Er schüttelte leicht den Kopf. »Ich würde sie nicht als Warlords bezeichnen.« »Er als Könige der neuen Welt.« »Manche von ihnen haben bestimmt auch Visionen und Ideale.« »Ich respektiere sie, aber sie sollen mir nicht in die Quere kommen. Die kommenden Jahre werden voller Herausforderungen sein.« »Das würden sie auch ohne ihn und diese Könige sein,« überlegte Eleanor. Sie wusste, dass Jeff aus allen Einwohnern Sedonas Krieger machen wollte. Jeder musste lernen zu kämpfen, ausnahmslos. Eleanor wusste auch, wie sehr ihn Geschichte und diverse Völker des Altertums interessierten. In seiner Wohnung stolperte man geradezu über allerlei Dinge, die mit Wikingern, den Sküten und anderen kriegerischen Völkern zu tun hatten. Er besaß einen Schild, der flankiert von einer Streitachst und einem Schwert an der Wand in seinem Wohnzimmer prangte. Darunter auf einem Sideboard war ein Helm platziert. Alles teure Handarbeiten, die neben Bildern und allerlei Büchern über das seefahrende Volk die Regale füllten und die Wände zierten. Eleanor besaß nur geringe Erkenntnisse über diese Kulturen. Bisher hatte sie sich nie für die Menschen aus der Vergangenheit interessiert. Die Geschichte war in ihren Augen eine Abfolge blutiger und abstoßender Ereignisse. Nur hin und wieder gab es Phasen von Frieden, in denen die Menschheit Fortschritte machen konnte. Das Zeitalter der Wikinger und ihre Fahrten gehörten ihrer Meinung nach nicht dazu. Aber womöglich tat sie diesen Menschen auch Unrecht. Als sie sich einmal durch die Seiten eines illustrierten Bandes arbeitete, den sie auf Jeffs Schreibtisch fand, entdeckte sie auch viel Schönheit und Anmut. Die Kunst zeigte, dass es sich bei aller Angst und all dem Schrecken, den diese Stämme verbreitet hatten, noch immer um Menschen handelte. Ach, was immer Jeff vorschwebte, wenn er von Wölfen und Lämmern sprach, Eleanor hoffte, dass er die Menschen nicht zu Monstern machte, für die sich die kommenden Generationen schämen mussten. Eleanor lachte innerlich über sich und über Jeff Hadley, der von sich und seinen Visionen sprach, als wäre alles bereits eingetroffen. Er konnte schon sagen, ob Jeffs kleine Mäuterei jemals ein Format erreichen würde, dass es wert war, in Geschichtsbüchern Erwähnung zu finden. Diese Könige habe ich schon kennengelernt, warf Eleanor ein, als sie sich an ein Erlebnis erinnerte, das noch gar nicht so lange zurücklag. Die Saviors, das war eine Bande von Menschenfressern, völlig verwahrlost, aber die beherrschen ein ziemlich großes Gebiet. Das sollen also die Herrscher der Zukunft sein, ja? Ich will dafür sorgen, dass Nicht-Barbaren und Kannibalen das Sagen haben, versicherte Jeff. Im Grunde genommen ist das genau meine Motivation. Aber um unsere Lebensart zu sichern, müssen wir Skrupel überwinden und uns behaupten. Dallas ist gefährlich, weil er keine Vision hat. Er hat keine Ahnung, wohin er will. Ich möchte, dass jeder das begreift. Die Bibliothek war ein unscheinbares Gebäude, gebaut aus Beton mit großen quadratischen Fenstern. Ein paar Stufen, die sich über die ganze Breite der Frontseite erstreckten, führten zum Haupteingang hinauf. Der Konvoi mit all seinen bewaffneten Insassen stellte natürlich eine Provokation dar, die den ahnungslosen Landtag einschüchtern sollte. Schon als sich die Kolonne durch die Stadt bewegte, zog sie die Aufmerksamkeit der Bewohner auf sich. Stokes und die Mitglieder der Verwaltung, die gerade eine Sitzung abhielten, waren gewiss nicht darüber im Bilde, was sich gerade durch die Straßen Sedonas bewegte. Der große Saal, den nun Headley mit seiner bewaffneten Garde betrat, diente früher zur Aufführung von Laientheaterstücken. Jeff meinte beiläufig, dass er genau darum ein passender Ort für die Tagung des Landtages sei. Wenn sie wollten, konnten die Bürger Sedonas dabei zugegen sein und die öffentlichen Abstimmungen und Debatten mitverfolgen. Auch heute waren viele Bürger anwesend, während einer der Abgeordneten auf der Bühne stand und über nötige Kanalarbeiten referierte. Als er seine Rede unterbrach, weil Headleys Truppe durch den Mittelgang schritt, wurde es zuerst still, bevor dann ein Raunen durch die Menge ging. Stokes, der in der ersten Reihe saß, erhob sich und musterte die Delegation martialisch ausstaffierter Bürger. Er behielt seine gewohntstorische Art bei und ließ sich dabei nicht aus der Fassung bringen. Einige der Abgeordneten bemühten sich mit mäßigem Erfolg seinem Beispiel zu folgen. Stokes verschränkte die Hände hinter dem Rücken. »Darf ich den Grund für diesen Auftritt erfahren?« Headley drängte sich an ihm vorbei, betrat die Bühne und schob den Redner weg vom Pult. Ohne Umschweife erklärte er, »Heute Morgen haben wir uns entschlossen, Dallas Jablonski das Heft aus der Hand zu nehmen. Überfälle wie die auf Fred Owens Farben werden nicht mehr vorkommen. Dafür werden wir in Zukunft Sorge tragen.« Während seine Kollegen ihre Bestürzung zeigten, blieb Stokes weiterhin gefasst. Er ging langsam auf Headley zu. »Ich habe keinen Antrag entgegengenommen, der diese Handlung rechtfertigen könnte. Die Aufstellung einer Bürgerwehr und auch größere Polizeiaktionen müssen erst durch den Landtag genehmigt werden.« Headley schüttelte den Kopf. »Jeder, der erwartet, ist gegen sein Volk. Der Überfall auf Owen war nur der Höhepunkt einer Serie von Vorkommnissen, die wir nicht länger hinnehmen können.« Er sah in die Reihen der Bürger hinunter und Eleanor konnte sehen, wie etliche von ihnen zustimmend nickten und die Köpfe zusammensteckten. Stokes warf ein, »Wir haben Verfahrensweisen für derartige Zwischenfälle und bisher ist es nie zu einer Anklage gekommen. Owen hat Zeit genug gehabt, Anzeige zu erstatten und er hat es nicht getan. Jeff Headley nahm dieses Argument augenscheinlich mit Genugtuung entgegen. »Ah, und genau da liegt der Hund begraben. Wer würde es schon wagen, gegen eine Bande von Söldnern zu klagen, die keine Skrupel kennen?« Ein paar Zuschauer mummelten Worte der Zustimmung. Eleanor erkannte, dass Jeff sein Ohr ganz genau am Puls der Bewohner hatte und über viele Informationen verfügte. Besonders gut kannte er wohl die Meinungen der Unzufriedenen, deren Besorgnis und Ängste er zu befeuern wusste. Letztendlich bestand seine ganze Truppe aus genau diesen unzufriedenen, wütenden Leuten, die lediglich die Spitze des Eisbergs bildeten. Headley fuhr fort. »Wir haben uns einem Mann anvertraut, der vor ein paar Jahren mit seinem Gleiter hier auftauchte und uns seine Dienste anbot, als wir durch einen Schlagabtausch von Cayman und Akato über unserer Stadt sowie den Einfall von Banden geschwächt und verängstigt waren. Wir hätten uns jedermann die Brust geworfen, der uns helfen konnte, unser Gebiet vor diesen Verbrechern zu schützen. Aber inzwischen haben wir unsere eigene Stärke wiedergefunden. Wir brauchen niemanden, der nur darauf wartet, uns alles zu nehmen, was wir hier aufgebaut haben. Was die Bewohner Sedoners aufgebaut hatten, war das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen ihnen und Jablonski. So viel wusste Elena. Aber es gab wohl immer Menschen, die neben ihrer Angst auch eine gute Portion Neid in ihrem Herzen trugen. Menschen, die immer das Gefühl hatten, im Leben zu kurz gekommen zu sein. Seltsamerweise wuchs ihre Zahl, wenn die Zeiten besser wurden. Sie sah, dass Stokes den Kopf schüttelte. Sein verständnisloser Blick war weiterhin auf Headlay gerichtet. Womöglich gingen dem Vorsitzenden gerade dieselben Gedanken durch den Sinn, die auch Elena beschäftigten. Und du, Jeff Headlay, denkst, du kannst das besser machen als wir, warf Stokes ein. Wir haben immerhin gehandelt. Während der Landtag dem Unrecht zugesehen und zugelassen hat, dass ein fremder Warlord eine Armee aufbaut und sich von uns hat durchfüttern lassen, bis er dick, fett und mächtig wurde. Bereit, uns aus dem Nest zu werfen, wie ein Kuckuckskind. Stokes schien nicht begriffen zu haben, dass er bereits verloren hatte. Wir haben mit ihm geredet, was die Stützpunkte angeht. Du weißt, dass wir darüber noch befinden müssen. Es gibt nicht wenige, die in weiteren Stützpunkten ein Mehr an Sicherheit sehen. Jeff Headlay ignorierte Stokes Worte und ließ ein Auge über die Zuhörerschaft schweifen. Gerade jetzt, in diesem Moment, findet ein Angriff statt. Wir werden dafür sorgen, dass nur Leute aus Sedona Waffen tragen dürfen oder als Offizier über andere gesetzt sind, die für diese Stadt kämpfen wollen. Menschen, die wir seit Jahrzehnten kennen und denen wir vertrauen können. Oh, ein spannender Punkt, überlegte Elena. Sie würde gewiss alles daran setzen, ihre Waffe zu behalten und wagte zu bezweifeln, dass sich die nichtgebürtigen Einwohner Sedona so leicht entwaffnen lassen würden. Sie fragte sich, was geschehen mochte, wenn jemand versuchte, sie ihnen abzunehmen. Jeff ergänzte seine Worte. Es steht jedem zu, sich den freien Kämpfern Sedona anzuschließen. Wer seine Waffen behalten will, kann dieser neuen Bürgerwehr beitreten. Wie ich schon sagte, Offiziere können nur diejenigen werden, die länger als 30 Jahre hier wohnen oder mit jemandem verheiratet sind, der hier geboren ist. Stokes geriet nun doch etwas aus der Fassung. Sein Gesicht verriet den Widerstreit zwischen Belustigung und Ärger. Sieht aus, als hättest du bereits alles ganz genau geplant. Er klotschte einige Male in die Hände. Bravo! Deine Umsturzpläne hören sich ganz simpel an. Aber simpel wird es nicht werden. Wann hast du dir das ausgedacht? Als es notwendig wurde. Jemand aus der Zuhörerschaft meldete sich. Er hat mit mir gesprochen, als Jablonski angefangen hat, auf meinem Land einen Unterstand zu bauen. Stokes wandte sich dem großen Mann zu, dem anzusehen war, dass er seinen Lebensunterhalt mit harter Arbeit bestritt. Du hattest nichts dagegen, soviel ich weiß, Ashton. Ja, das hab ich aber. Du hattest Probleme mit Streunern, die sich immer mal wieder eine Kuh oder ein Schwein geholt haben, hab ich recht? Einmal sogar ein Pferd. Ja, richtig. Aber später waren Jablonskis Leute das Problem. Die verlangten auch ihren Tribut. Und ich hab ihn entrichtet. Stillschweigend. Er machte mit den schwierigen Händen eine Geste, die seine Hilflosigkeit verdeutlichte, und die bitteren Worte unterstrich. Das derbe Gesicht verriet tiefe Frustration und Wut. Stokes zeigte sich verblüfft. Warum hast du das nicht gemeldet? Na ja, aus den Gründen, die Jeff genannt hat. Die Polizei hat kein Interesse, mit der Miliz ins Gehege zu kommen. Und ihr kümmert euch mehr um Verwaltungssachen. Jeff hast du es aber erzählt, nicht wahr? Ja, das hab ich. Jeff ist der Einzige, der zuhört, wenn man mit Sorgen zu ihm kommt. Und er hat Pläne gemacht, während ihr nur redet. Stokes fixierte Headlay mit ernstem Blick. Auch jetzt versuchte er ruhig zu bleiben und seinen Zorn zu unterdrücken. Wie Elena sehen konnte, fiel ihm das zunehmend schwerer. Sie hatte sich immer gefragt, wie lange es dauern mochte, bis Stokes seine gleichmütige Maske verlor. Es war wohl endlich soweit. Stokes stemmte die Fäuste in die Hüften. Du hast hinter unserem Rücken mit den Bürgern über unsere Unfähigkeit gesprochen. Ja, das hab ich, verteidigte sich Jeff. Ich wollt nicht zulassen, dass all das, was ich gehört habe, von den Bürgern in der Bürokratie verschwindet. Oder von Subjekten geblockt wird, die mit Jablonski gemeinsame Sache machen. Headlay, du weißt ganz genau, dass das eine Lüge ist. Niemand blockiert hier etwas oder macht sich zum Komplizen von Verbrechern. Bullshit. Wenn ihr euch für die Angelegenheiten der Bürger interessiert hättet, wäre euch das alles nicht entgangen und ihr hättet nicht so viel Zeit verschwendet. Die Polizei, die will sich nicht mit Jablonski anlegen und die Richter auch nicht. Ich verstehe inzwischen, dass Sedona ein tiefes Misstrauen dir gegenüberhegt. Und auch gegenüber der Polizei, den Gerichten und den Abgeordneten. Also haben sie sich an mich gewandt. Und das Ergebnis siehst du jetzt. Ich war nicht träge und habe meine Zeit zu nutzen gewusst. Bisher konnte sich Eleanor keinen Reim darauf machen, wie es Jeff gelungen war, so viele Bürger auf seine Seite zu bringen. Aber nun begann ihr die ganze Strategie einzuleuchten. Und wenn es auch im Vergleich zum Rest der Einwohner nur wenige sein mochten, handelte es sich zumindest um solche, die bereit waren, das Heft in die Hand zu nehmen. Entschlossene Leute, von denen ein einziger, zehn andere aufwog, die ihren Hintern nicht in die Höhe bekamen oder sich den neuen Gegebenheiten fügten. Aber dennoch stand Jeffs Zukunftsvision auf wackeligen Beinen. Eleanor wusste, dass Jeff Hadley unter Jablonskis Leuten ebenfalls Zwietracht gesät hatte, um sie zu Verrätern zu machen, aber diese Strategie konnte auch nach hinten losgehen. Die Militionäre der Wild Bunch würden gewiss nicht begeistert sein, wenn man ihnen am Ende mitteilte, sie sollten ihre Waffen abgeben und sich den Vorgesetzten unterstellen, die Jeff eingesetzt hatte. Vorausgesetzt natürlich, er wollte sich überhaupt an die eben dargelegten Vorgaben halten. Eleanor zweifelte daran. Und sie zweifelte auch daran, dass es nach der Revolte gegen Jablonski ohne Probleme weitergehen würde, wie Jeff dachte. Sie fragte sich, wie weit er gehen würde, um seine Idee zu verwirklichen. Er mochte ein großartiger Intrigant sein, aber es brauchte später einen ebenso versierten Politiker, der alle Seiten bei der Stange zu halten vermochte. Einen Polit-Oktopus. Und ob Jeff Hadley beide Rollen ausfüllen konnte, das musste sich erst noch zeigen. Jetzt vertraute man ihm und zeigte Bereitschaft, Risiken einzugehen. Später aber mussten Fakten auf den Tisch, die den Erwartungen entsprachen, und Erwartungen waren so verschieden wie die Köpfe, in denen sie wuchsen. Wir reden nochmal, wenn alles vorbei ist, Stokes. Ich hab jetzt deinen Krieg zu führen, sagte Jeff. Stokes ereiferte sich. Also beginnst du mit Blutvergießen, ja? Nun endlich war ihm die Zornesweite ins Gesicht gestiegen. Deine Methoden sind die alten Methoden. Jeff konterte. Ich habe nichts gegen alte Methoden. Manche sind sehr bewährt, seit Cäsar den Rubikon überschritten hat und sich den Dingen stellte, die darauf folgten. Auch wenn dabei seine vertraute Welt zum Teufel ging. Ein Cäsar bist du nicht, Jeff Hadley. Jeff lachte und stieg wieder von der Bühne herunter. Wir nehmen euch jetzt den Gewahrs an. Ihr werdet das Gebäude nicht verlassen, solange Jablonski nicht klein beigebt. Kapitel 7 Es war früh am Morgen. Monika wartete auf ihren Partner und darauf, ihren Rundgang zu beginnen. Da sie keinen Schlaf hatte finden können, war sie früh aufgestanden. Sie beobachtete Jablonski dabei, wie er auf den Dienstplan starte und versuchte, aus der verbliebenen Anzahl von Kameraden eine sinnvolle Planung zu erstellen. Stirnrunzelnd stand er da, mit einem Stück Kreide in der einen und einem feuchten Lappen in der anderen Hand. Hier und dort wischte er einen Namen weg und schrieb einen neuen in die entstandene Lücke. Über Nacht hatten viele Soldaten die Truppe verlassen und waren mit Waffen, Munition und einigen Fahrzeugen auf und davon. Monika hoffte, dass sie einfach fortgegangen waren und ihr Glück irgendwo weit weg von hier in der Wildnis suchten. Aber das war eher nicht anzunehmen. Auch Jablonski ging wohl nicht davon aus, denn vor ein paar Stunden hatte er allen, auf die er noch zählen konnte, Anweisungen erteilt, die Stützpunkte abzuregeln. Weil die Front nicht klar durch die Reihen lief, selbst nachdem sich etliche Kämpfer abgesetzt hatten, herrschte Misstrauen unter den verbliebenen Militionären. Immerhin vertraute Jablonski denen, die das Sagen in den Stützpunkten hatten und hoffte, dass es nicht zu kämpfen kam. »Koburg ist wieder da«, teilte Jablonski Monika leise mit, während er weitere Änderungen im Dienstplan vornahm. Er wirkte dabei gefasst und routiniert, so als wäre ihm nicht gerade die halbe Mannschaft davon gelaufen. »Jablonski fuhr fort.« »Ich gehe davon aus, dass Gareth und Green meine Anweisungen missachtet und Coburg nicht dort abgesetzt haben, wo ich es befohlen habe. Sie sind auch nicht auf ihre Flugstreife zurückgekehrt, was wohl bedeutet, dass wir den Gleiter auch verloren haben.« Monika traf diese Nachricht hart. Noch ehe sie ihm mitteilen konnte, wie sehr sie diese Neuigkeit aufwühlte, wandte sich Jablonski ihr zu. »Ich bin ziemlich irritiert. Elena ist offenbar immer für eine Überraschung gut. Sie hat sich als nützliches Teammitglied erwiesen und ich hielt bisher große Stücke auf sie. Ich frage mich, wie es dazu kommt, dass sie plötzlich solche Dummheiten macht. Habe ich sie enttäuscht? Hat sie sich hier nicht wohlgefühlt?« Jablonski wirkte aufrichtig bekümmert. »Kannst du mir vielleicht etwas dazu sagen, Monika? Ihr wart doch gut befreundet, oder?« Monika suchte nach Worten. Es fiel ihr nicht leicht, ihre Empfindungen zu schildern. »Ich kann dazu nichts sagen. Mir ist es ein Rätsel.« Jablonski rieb sich die Stirn. »Schade. Ich wünschte, du könntest mir erklären, ob deine Freundin noch bei klarem Verstand ist. Wenn nicht, dann bin ich nämlich daran, meinen zu verlieren. Ich dachte immer, ich hätte eine untrügliche Menschenkenntnis.« »Warum ist das noch wichtig? Sie ist fort und gehört nicht mehr zu uns.« Er legte Kreide und Tuch auf das Ablagebrett unter der Tafel, wischte sich die Hände an der Hose ab und kam einige Schritte auf Monika zu, weil Ramona und Pavel sich noch nicht zurückgemeldet haben. Seine Stimme war beinahe ein Flüstern. »Ich gehe davon aus, dass man sie als Geiseln genommen hat, und ich hoffe, dass Green ein Auge darauf hat, dass ihnen nichts passiert.« Monika fühlte, wie ihr der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Für einen Moment meinte sie ihn, Ohnmacht zu füllen. Dann sammelte sie sich und sagte, »Ich weiß nicht, was in Elena vorgeht. Aber zumindest glaube ich nicht, dass sie verrückt geworden ist.« Jablonski hob demonstrativ den Finger und lauschte. »Das ist noch nicht alles. Fällt dir was auf?« Monika horchte in die Stille. Diese Ruhe war eigentlich nicht ungewöhnlich, wenn man davon ausging, dass die Besatzung des Bunkers von gut 50 auf die Hälfte geschrumpft war. Die Nachtpatrouillen hatten noch einige Minuten Zeit für ihre Rückkehr und die Ablöse schlief noch. Aber das war wohl nicht, worauf Jablonski hinaus wollte. Normalerweise schepperte in der Küche schon das Geschirr, um anzuzeigen, dass Rosalie Jablonski für das leibliche Wohl des wilden Haufens Sorge trug. Aber davon war nichts zu hören. Dallas Jablonski mühte sich tapfer, seine Empfindungen zu verbergen. Er atmete ein-, zweimal durch. Dann sagte er, als Tina und Mary vor einigen Minuten in die Küche gingen, um Rosie zu helfen. »Ich habe mich sofort auf die Suche gemacht. Aber es hat keinen Sinn. Tina und Mary sind noch unterwegs. Ich denke, dass einige der Männer, die heute mit Waffen und Fahrzeugen abgehauen sind, sie mitgenommen haben. Im Moment kann ich also nichts tun, außer zu warten, bis ich Nachrichten bekomme. »Das klingt nicht nach einer spontanen Entführung«, bemerkte Monika. »Richtig. Sie nehmen meine Familie als Geiseln. Ach, zumindest heißt das, dass verhandelt wird und dass wir es nicht mit Hitzköpfen zu tun haben, die nicht wissen, was sie wollen. Steckt jemand mit einem Plan dahinter, und das mindert meine Befürchtungen etwas. Also mich beruhigt das eher weniger. Ja, was ihre Taktik und Strategie angeht, stimme ich dir zu. Wir sind uns zuvor gekommen, und wir müssen jetzt reagieren. Wir sind im Hintertreffen. Aber dennoch. Ich habe es lieber mit jemandem zu tun, der eine klare Absicht verfolgt, als mit jemandem, der seinen Impulsen ausgeliefert ist. Was hast du jetzt vor? Tja, heute wird niemand einen ruhigen Tag haben. Wann die Nachtpatrouillen eintreffen, werden wir uns einigeln und Belagerungszustand ausrufen. Ich werde jemanden zum Landtag schicken und Bericht geben, was hier los ist. Die werden sich bestätigt fühlen in ihren Befürchtungen. Zur Hölle. Jablonski vergaß für einen Moment seine Zurückhaltung. Natürlich werden sie das. Und ich, ich muss den ganzen Mist aufräumen, sollte das überhaupt möglich sein. Kapitel 8 Monika konnte es nicht fassen. Sie war auf der Flucht und raste mit einem Geländewagen durch den Wald. Auf der Rückbank lag ein Milizionär, der aus einer Schusswunde am Bauch blutete. Er stöhnte bei jedem Ast und jeder Wurzel, über die das Fahrzeug hinwegjagte. In der Dunkelheit war es schwer, die Markierungen an den Bäumen zu erkennen, die den Verlauf des geheimen Pfades kennzeichneten. Links und rechts glänzten kleinere und größere Tümpel im Mondlicht. Nicht auszudenken, falls Monika eine Markierung übersah und in einen davon hineinschlitterte. Der Morast unter den Reifen machte es Monika nicht einfacher, den schweren Wagen unter Kontrolle zu behalten. Mehr als einmal geriet sie ins Schleudern und konnte es gerade noch vermeiden, in einem Sumpfloch zu landen. Ihr Beifahrer beobachtete gespannt die Umgebung, während Monika den Wagen endlich auf einen breiteren Waldweg steuerte, der zurück zur Basis führte. Die Reifen griffen wieder in festeren Grund und der Schlingerkurs fand ein Ende. Die plötzliche Beschleunigung des Fahrzeuges fühlte sich gut an. Das Brummen des Verbrennungsmotors war das einzige Geräusch, das jetzt noch an ihre Ohren drang. Ihre Verfolger waren offenbar im Sumpf zurückgeblieben oder hatten es gar nicht erst gewagt, in das tückische Gelände vorzudringen. Das ist doch eine verdammte Scheiße, fluchte der Beifahrer und umklammerte sein Gewehr fester, bereit jeden Angreifer mit einer Salve zu belegen, der ihnen in die Quere kam. Das waren unsere Leute. Verdammt, die wollten uns umbringen. Hoffen wir, dass im Stützpunkt noch alles beim Alten ist, antwortete Monika und starrte konzentriert auf den kurvenreichen Waldweg, der zu beiden Seiten von dichter Vegetation gesäumt war. Tiefhängende Äste peitschten gegen die Windschutzscheibe, Farnwedel und Büsche schlugen gegen Stoßstange und Kotflüge. Das Waldgebiet lag in einer Talebene nördlich von Sedona. Es war eines von fünf größeren Gebieten, mit denen die Stadt ihre Wasserversorgung sicherstellte. Schon vor Jahrzehnten hatten weitsichtige Bürger dafür gesorgt, sie ins Dasein zu rufen und zu erhalten. Für Jablonski bedeuteten sie einen wichtigen Teil in der Verteidigung der Stadt. Es war unmöglich, sich darin mit Fahrzeugen fortzubewegen, wenn man die sicheren Wege nicht kannte. Im warmen Klima von Arizona verloren die Bäume in diesem Sumpfgebiet zudem nie ihr Laub und schützten die Soldaten vor Spähern aus der Luft. Monika beruhigte sich wieder etwas und gewann die Zuversicht, unbehelligt den Stützpunkt zu erreichen. Für einen Augenblick gelang es ihr, die Schönheit dieser Nacht wahrzunehmen. Sie sah das Mondlicht, das seinen blauen Schein in den Wald warf und die Pfützen und Tümpel wie flüssiges Silber leuchten ließ. Irgendeine Pflanzenart blühte und verströmte einen süßlichen, schweren Duft, der in die Fahrerkanzel wehte. Eine Horde Wildschweine setzte über den Waldweg hinweg und zog für einen Moment Monikas Aufmerksamkeit auf sich. Beinahe übersah sie die Wegsperre aus zwei Fahrzeugen, die links und rechts der Straße im Dickicht standen und nur einen schmalen Durchlass freiließen. Monika stieg auf die Bremse und der Wagen schlitterte über die Erde. Der Verwundete fiel von der Rückbank und schrie vor Schmerzen auf. Jetzt bin ich gespannt, murmelte der Beifahrer und umklammerte sein Gewehr fester. Der Sicherungshebel klickte. Der Wagen kam zum Stillstand. Scheinwerfer gingen an und blendeten Monika. Jemand rief. Rauskommen und keine Dummheiten. Sie öffnete langsam die Tür und stieg mit erhobenen Händen aus, während der Verletzte wimmerte. Wir wollen zu Jablonski, rief sie den Milizionären zu, die jetzt hinter ihren Fahrzeugen hervortraten und mit ihren Gewehren auf sie zielten. Auf welcher Seite stehst du, Monika? Sie erkannte die Stimme von Fabio Moreno, der sich hinter den grellen Lichtkegeln verborgen hielt. Er war Truppführer. Monika hatte zu seiner Einheit gehört, bevor Dallas sie in seine eigene Gruppe integriert hatte. Wir sind auf Jablonskis Seite. Wer ist bei dir? Ryan und Josh. Josh ist verletzt und muss versorgt werden. Moreno schickte vier seiner Leute los, um sich von Monikas Worten zu überzeugen. Die vier inspizierten das Führerhaus des großen Geländewagens und den kleinen Ladebereich. Alles okay hier, bestätigte eine Frau. Ihr Name war Natalie Gale und sie zählte zu den älteren Kämpferinnen, die schon von Anfang an bei Jablonski waren. Sie diente der Miliz als Scharfschützin und hatte Elena und Monika ein paar gute Tipps gegeben, wie sie ihre Talente verbessern konnten. Eine ernste Frau, die keinen Humor besaß und für jeden Kill eine Kerbe in den Kolben ihres Gewehres ritzte. Auf Fabios Winken gaben die Fahrzeuge den Weg frei. Monika stieg wieder ein und fuhr los. Auf Fabios Höhe hielt sie einen Augenblick an und senkte die Fensterscheibe. Wie sieht die Lage aus? Weiß man, was passiert ist? Unklar. Was war bei dir los? Wollte er wissen. Der Stützpunkt wurde überfallen. Ich kannte die Leute nicht, bis auf ihre Anführer. Tommy und Kevin. Aha. War wohl eine gut abgesprochene Aktion. Verrat inklusive, was? Josh stöhnte auf. Ah, was bequatscht ihr da zur Hölle? Fahr weiter. Fabio trat zurück. Ab hier ist das Gebet sicher, Monika. Mach schon. Gib Gas. Es dauerte nicht mehr lange, bis sie ihr Ziel erreichten. Der Stützpunkt glich einer Festung. Absperrungen aus Draht verhauern den Zufahrten. Schützennester auf den Felsen und auf dem Dach des Bunkers. Der große, schwer bewaffnete Gleiter stand oben an einer Felsklippe, die den Bunker im Südosten überragte. Seine Geschütze zielten über das Tal hinweg, das sich in westlicher Richtung nach Sedona schlängelte. Kein Feind sollte es wagen, von dort aus anzugreifen. Die Geschütze würden ihn in wenigen Augenblicken pulverisieren. Die Frage war leider nur, wie viele Gleiter die Aufständischen unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Die Betty war zwar der größte und am schwersten bewaffnete, aber es war unwahrscheinlich, dass sie sich gleichzeitig gegen die anderen fünf behaupten konnte, sollten diese unter Kontrolle der Rebellen sein. Monika stoppte den Geländewagen und zusammen mit Ryan trug sie Josh in den Stützpunkt. Im Inneren des Bunkers herrschte Aufregung. Verwundete lagen vor der Tür des Lazaretts, das noch nie so viele Patienten gleichzeitig hatte versorgen müssen. Das kleine medizinische Team war völlig überfordert. Im Esszimmer lagen Landkarten auf dem großen Tisch ausgebreitet. Bunte Hologramme flimmerten darüber und zeigten die Bewegungen der eigenen und die der feindlichen Einheiten. Dallas Jablonski und einige Truppführer studierten die eingehenden Daten und sprachen mit ihren Kameraden, die draußen unterwegs waren, über das Intercom. Ihre Worte verrieten Irritation und zeigten, wie unklar die Lage war. Auf Monika machte die ganze Situation einen chaotischen und verzweifelten Eindruck. Zumindest dann, wenn sie in die Gesichter der Offiziere sah. Im Gegensatz zu ihnen war Jablonski die Gelassenheit in Person. Monika wunderte sich über seine Ruhe. Die letzten Tagen und Stunden mussten doch Spuren hinterlassen haben. Die Entführung seiner Familie. Die Spaltung der Wild Bunch. Auch wenn er ein erfahrener Soldat war, diese Umstände hatten nichts mit den Kampfsituationen zu tun, in die er sich ansonsten nur allzu gerne stürzte. War es vielleicht Resignation, die Monika auf seinem Gesicht zu sehen meinte? Sie trat an den Tisch heran. Ich melde mich zurück. Jablonski wundte seinen Blick von den Karten ab. Was kannst du mir erzählen, Monika? Ah, den südlichen Stützpunkt kannst du vergessen. Ah, nicht die erste schlechte Nachricht heute. Wer steckt dahinter? Monika war das Ganze ein Rätsel. Dass ein Riss durch die Truppe ging, war ja bekannt, aber irgendjemand musste diese Stimmung ausgenutzt und kanalisiert haben. Coburg war dazu nicht in der Lage. Er war zwar kein Dummkopf, aber er besaß kein organisatorisches Talent. Und als geschickter Intrigant taugte er ebenfalls nicht. Ich denke mal, wer immer dahinter steckt, wird bald in Erscheinung treten. Jablonski tippte auf ein mobiles, kastenförmiges Funkgerät, das auf dem Tisch stand. Anschließend nahm er einen Schluck Kaffee. Und nachdem er den Becher zurückgestellt hatte, rieb er sich die Augen. Wir halten drei Stellungen. Der Feind ebenfalls. Wer sich die Bevölkerung von Sedona verhalten wird, das kann niemand sagen. Durch die Vorkommnisse in den letzten Monaten kann ich wohl nicht auf viel Rückhalt hoffen. Es war ein Fehler, die Sache auf unkomplizierte Weise zu lösen, anstatt sie bei der Polizei anzuzeigen und vor Gericht zu bringen. Tja, aber es lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Hast du denn eine Vermutung, wer uns gerade Probleme macht? Monika hatte Stokes in Verdacht. Wer konnte schon sagen, was hinter seiner gleichmütigen Miene vor sich ging. Sie traute Menschen nicht, die ihre Gefühle stets unter Kontrolle hatten. Die spielten nie mit offenen Karten. Jablonski studierte nun erneut seine eigenen Karten und die roten Linien und Zahlen, die darauf zu sehen waren. Tja, es muss jemand sein, der etwas von Strategie versteht. Dass sich unsere Verluste bisher in Grenzen halten, halte ich unseren ehemaligen Kameraden zugute. Ich hab bislang von drei Toten gehört. Schlimm genug. Aber noch haben die Abtrünnigen offenbar Skrupel ihre einstigen Kumpels umzubringen. Sonst wäre die Zahl viel höher. Ja, Josh ist da sicher anderer Ansicht. Und all die anderen, die da vor dem Behandlungszimmer liegen, wohl auch. Tja, mich würde es nicht wundern, wenn wir es auch noch mit den guten Bürgern von Sedona zu tun bekommen. Wir haben bestimmt weniger Bedenken, ein paar von uns abzuservieren. Ja, wenn das so ist, dann verstehe ich aber nicht, warum wir nicht unsere Sachen packen, die verbliebenen Kameraden einsammeln und einfach verschwinden. Jablonski stemmte die Hände auf den Tisch und sah Monika lange und eindringlich an. Und wohin dann? Irgendwo nach Osten oder Westen? Uns anlegen mit Warlords oder diversen regionalen Banden? Nach Norden vielleicht, wo Unmengen von Streunern durch die Gegend ziehen? Wie lange werden wir wohl durchhalten, wenn nicht regelmäßig das Fressen auf den Teller kommt? Was meinst du, Monika? Monika hätte ihm gerne gesagt, dass sich die Akato wieder bereit zeigten, Menschen in die Reihen ihrer Kämpfer aufzunehmen, sofern Mayfields Informationen zuverlässig waren. Aber das hätte wohl nichts gebracht. Jablonski war einfach nicht der Mann, der dazu geschaffen war, seinen Planeten zu verlassen, um das Glück zwischen den Sternen zu suchen. Unvermittelt fragte er, Warst du eigentlich schon mal verheiratet, Monika? Sie zögerte kurz. Eigentlich wusste er Bescheid. Nein, ich hatte Beziehungen und... Ah, das meine ich nicht. Jablonski löste sich vom Tisch und steckte die Hände in die Hosentaschen. Ich rede von einer Ehe, einer Abmachung, einem Vertrag mit Versprechen, Gelöbnissen und so weiter. Streitet man sich, ärgert sich übereinander, hasst sich, liebt sich, bekämpft und versöhnt sich wieder. Ich denke, wir haben hier nicht nur einen Streit, gab Monika zurück. Wir haben einen regelrechten Krieg. Und ich spreche von nichts anderem. Es gibt da ein russisches Sprichwort. Gehst du in den Krieg, so bete einmal. Gehst du zur See, bete zweimal. Gehst du in eine Ehe, dann höre niemals auf zu beten. Monika wusste natürlich, worauf er hinaus wollte. Aber im Gegensatz zu ihm suchte sie lieber das Weite, wenn die Probleme überhand nahmen. Und sie würde keinesfalls zu beten anfangen, um eine Sache zu Ende zu bringen, die sie als verloren betrachtete. Sie wusste aber auch, dass Jablonski aus anderem Holz geschnitzt war. Zutiefst gläubig sah er hinter allem einen göttlichen Plan, dessen Sinn er ergründen konnte, wenn er nur die Kraft aufbrachte, das Ganze bis zum Schluss durchzustehen. Und wenn es bedeutete, den ganzen Tag um Kraft zu bitten, so würde er das tun. Monika jedoch fehlte der Sinn, Jablonskis Gedanken nachzuvollziehen. Wo er Vorbestimmung sah, da sah sie nur Chaos. Wo er einen göttlichen Plan erkannte, herrschten für Monika nur die wirren Resultate des freien menschlichen Geisters. Sie sah sich außerstande, eine Wertung darüber abzugeben, welche Lebensauffassung die bessere war. Jablonski fuhr fort. Ist der Streit beigelegt, kennt man die Standpunkte genauer und richtet sich entsprechend aus. Meistens war man nur zu blind oder zu nachlässig, um zu sehen, dass der Standpunkt des Anderen sich nicht verändert hat. Er ist nach wie vor der Mensch, für den man sich entschieden hatte. Man lernt zu erkennen, dass man ein Bild betrachtet, das sich nach und nach erst vervollständigt, je länger man zusammen ist. Es ist ein Lernprozess, zu akzeptieren, wen man da vor Augen hat. Es ist die eigene Sichtweise, die einem im Wege steht und zu Enttäuschungen führt. Und die, die gilt es dann zu ändern, anstatt verängstigt und frustriert vor den Realitäten davon zu laufen. Monika ließ diese Belehrung über sich ergehen und hätte am liebsten mit einem herablassenden Lächeln reagiert. Doch Dallas hatte in allem Recht, was er sagte. Monika lief ständig davon und würde erneut das Weite suchen, in der Hoffnung hinter dem Horizont das gelobte Land zu finden. Fast alle Menschen jagten Hoffnungen hinterher und rannten vor den Problemen davon. Genau deswegen war Elena zum Feind übergelaufen, während Jablonskis Truppe zu zerbrechen begann und damit keine Sicherheit mehr zu bieten hatte. Aber das würde sie auch nicht davon abhalten, erneut ins Unbekannte zu fliehen und zu hoffen, dort ihr Glück zu finden, so gut kannte Monika ihre junge Freundin. Das war nur eine Frage der Zeit, egal wie diese ganze Sache ausgehen würde. Weder sie noch Monika hatte den Glauben, dass Gott sie genau dorthin gesetzt hatte, wo er sie haben wollte, damit sie ihren Platz in seinem vorgefertigten Bilder einnehmen würden. Sie hasste den Gedanken, eine Art Spielfigur zu sein, die von einem überirdischen Wesen über ein Schachbrett geschoben wurde. Unfähig, die Möglichkeiten zu verändern, die ihr durch den Charakter der Figur vorgegeben waren. Läufer konnten nicht Springer sein und Springer nicht Turm. Das ist mein Standpunkt. Du musst deinen finden. Jablonski gönnte sich einen weiteren Schluck Kaffee und riss Monika aus ihren Gedanken. Monika wandte sich den Karten zu. Sie verspürte keine Lust, sich weiter mit Philosophie zu beschäftigen, während ihre Welt erneut in Trümmer fiel. Ich brauche was zu tun. Hast du einen Auftrag für mich? Kein außerhalb des Bunkers. Wir igeln uns ein und warten auf die längst überfällige Nachricht unseres Gegners. Mehr können wir gerade nicht tun, Monika. Kapitel 9 Der Tag verlief ohne weitere Vorkommnisse. Alles blieb ruhig. Ein gegenseitiges Belauern, das an den Nerven zerrte. Dulles behielt weiterhin seine Ruhe und wartete auf Nachrichten von seinem Gegner. Er saß am Kartentisch und nippte an seinem Kaffee. Irgendwann musste einfach jemand von der Gegenseite das Hauptquartier über die Prioritätsfrequenz rufen und verlangen, ihn persönlich zu sprechen. Jedenfalls schien er darauf zu hoffen. Und gewiss noch mehr auf ein Lebenszeichen von seiner Frau und den Kindern. Der Tag verging ereignislos, bis gegen halb fünf Uhr morgens die Waffen des Geleiters losratterten. Die Salven pfiffen und surrten über das Bunkerdach hinweg. Ihre hellen Plasmaspuren erleuchteten die Felsen der Umgebung. »Kolonne nährt sich aus West«, knarrte die Stimme des Schützen aus dem Lautsprecher an der Wand des Kartenraumes. Jablonski fuhr hoch. »Wie viele Fahrzeuge?« »Etwa zwanzig Lastwägen, flankiert von zwei Gleitern. Schwer zu sagen, wie viele Einheiten. Ich ballere ihn vor den Latz.« Monika konnte hören, wie weitere Geschosse über den Bunker hinwegpeitschten. Irgendwo gab es eine dumpfe Explosion. »Feuer einstellen«, befreul Jablonski. »Äh, wie bitte?« »Feuer einstellen.« »Reite ich undeutlich, oder was?« Der Geschützdonner veräppte sofort. Die Stille, die daraufhin flückte, fühlte sich seltsam bedrohlich an. Wie das kurze Atemholen vor einem vernichtenden Schlag. Die Soldaten im Bunker sahen angespannt und irritiert aus. »Sollen wir uns etwa ergeben?« rief eine Militionärin quer durch den zentralen Raum, stürmte auf Jablonski zu und baute sich vor ihm auf. »Willst du etwa aufgeben?« Dallas blieb der rothaarigen Frau, die etwas jünger als Monika war und als Hitzkopf galt, die Antwort schuldig. Gleichzeitig knisterte das Funkgerät. Eine männliche Stimme drang heraus, untermalt von leichten Störgeräuschen. »Wir begrüßen Ihre Entscheidung, nicht zu kämpfen«, waren die Worte, die deutlich vernehmbar durch die spannungsgeladene Stille im Bunker halten. »Mit wem spreche ich?« »Sind Sie der Urheber des Ganzen?«, wollte Jablonski wissen. »Nein, Sie werden den Anführer bald zu Gesicht bekommen. Sorgen Sie einfach dafür, dass keinem Ihrer Söldner der Finger zu locker am Abzug sitzt«, erwiderte die Stimme aus dem Funkgerät. Dallas Jablonski kniff die Lippen zusammen. Der Ton und die Art dieser Antwort gefiel ihm augenscheinlich ganz und gar nicht. »Eck up, zurück.« »Seien Sie unbesorgt.« »Wir werden Sie nicht behelligen.« »Nun befassen Sie das bloß nicht als Kapitulation auf.« »Habe ich mich klar ausgedrückt?« Es folgte eine kurze Pause, in der sich der Sprecher gewiss bei seinem Boss rückversicherte, was er zu antworten hatte. »Ja, klar und deutlich. Wir werden gleich bei Ihnen sein und über Ihre Kapitulation reden.« Als Jablonski das Funkgerät abschaltete, traten weitere Militionäre heran. Keiner von ihnen sah zufrieden aus. Im Gegenteil. Für einen Moment rechnete Monika damit, dass einer von ihnen seine Pistole ziehen und Dallas auffordern würde, eine klare Kampfansage an den Feind zu richten. Alle schienen einem Gefecht entgegengefiebert zu haben und zeigten sich dementsprechend enttäuscht. Reden. Verhandeln. Das gehörte zu den Dingen, die man tat, wenn man den ersten ernsthaften Schlagabtausch hinter sich gebracht hatte oder der Krieg beendet war. Das Quatschen kam erst nach dem Kräftemessen. »Wir könnten Sie alle fertig machen,« furchte die rothaarige Frau. »Warum nicht einen Vorstoßwagen Geisel nehmen und einen Austausch verlangen? Du weißt, ich bringe das fertig. Gib mir 15 Mann und ich liefere dir ein paar Gefangene.« Ohne auf den Vorschlag einzugehen, wandte sich Jablonski an Bill Hudson, einen großen, muskulösen Mann, der schon von Beginn an bei ihm war und den wilden Haufen mitbegründet hatte. »Du sorgst mir dafür, dass die schweren Waffen eingesammelt und in der Waffenkammer verstaut werden.« Der dunkelhaarige Mann mit dem kantigen Gesicht zögerte nicht und ging auf seine Kameraden zu. »Also, ihr habt es gehört.« Er nahm einem der Männer ein großes Gewehr ab. »Gebt eure Riesenbabys ab. Keine Zeit verlieren. Der Chef will es so. Harry, hilf mir mal.« Ein weiterer Mann, der ebenfalls nicht zu den zierlichsten Soldaten in Jablonskis Truppe gehörte, beschwichtigte die Widerwilligen alleine durch seine körperliche Präsenz. »Keine Sorge, Jungs. Der Boss weiß, was er tut,« sagte er. »Monika war sich da gerade nicht so sicher. Sie fühlte sich unwohl und ausgeliefert.« Und falls es den anderen ebenso ging, fügten sie sich erstaunlich gleichmütig Jablonskis Befehl. Danach dauerte es nicht mehr lange. Das Haupttor wurde geöffnet. Normalerweise war es verschlossen, wenn nicht gerade Reparaturarbeiten am Bunker durchgeführt oder Versorgungslieferungen gebracht wurden. Die schweren Segmente des Tores, die auch als Barriere dienen konnten, wenn sie nur noch einen Meter aus dem Boden ragten, verschwanden jetzt ganz im Fundament des Gebäudes. Jablonski trat ins Freie, stemmte die Fäuste in die Hüften und wartete auf die Ankunft seines noch immer unbekannten Gegners. Auch Monika und einige von Dallas' engsten Vertrauten gingen hinaus und blieben an seiner Seite, um zu beobachten, was in den nächsten Minuten geschehen würde. Hudson trug das Funkgerät, das normalerweise im Kartenraum auf dem Tisch stand, und stellte es neben Jablonski ab. Noch war nichts zu sehen. Nur das weit entfernte Brummen kraftstoffgetriebener Motoren erfüllte die Nacht. Bald darauf begannen Scheinwerfer durch das Dunkel zu tasten, als die Fahrzeugkolonne aus dem Wäldchen kam, das wie ein dunkler Schatten einen Canyon erfüllte. Sie erklomm anschließend die steile Straße, die zum Stützpunkt der Sedona-Miliz hinaufführte. Monika zählte 28 Wagen, von denen einige groß genug waren, um 10 bis 20 Passagiere zu transportieren. Es waren aber auch Jeeps und Pickups darunter, wie sie von der Polizei genutzt wurden. Monika schätzte die kleine Armee, die sich auf den Stützpunkt zu bewegte, auf 200 bis 300 Mann. Über die Kampfkraft und die möglichen Erfolgschancen im Fall einer Auseinandersetzung gab das natürlich nur wenig Auskunft. Allerdings, die schiere Menge beeindruckte Monika. Diese Streitmacht schien in wenigen Tagen geradezu aus dem Nichts heraus entstanden zu sein. Sie tippte auf Zivilisten, die plötzlich ihren Mut entdeckt und sich Waffen geschnappt hatten und die sich jetzt stark genug fühlten, um einen Kampf mit Jablonski zu gewinnen. Doch Monika wusste auch, die zahlenmäßige Überlegenheit nutzte nichts, ohne einen erfahrenen Anführer, der ihnen zeigte, wie man sich für Angriff und Verteidigung organisierte und als geschlossene Einheit kämpfen konnte. Die Anzahl der übergelaufenen Militionäre konnte in dieser Hinsicht entscheidend sein, aber gewiss hatte noch keiner der Zivilisten zusammen mit den Kriegern eine Kampfsituation durchgemacht. Die Leute und Jablonski hingegen kannten einander, wussten um ihre Stärken und Schwächen. In verschiedenen Gefechtssituationen konnten sie instinktiv vorausahnen, wie sich ihre Kameraden verhalten mochten und vertrauten ihnen. Mindbridge nannten die Soldaten dieses Phänomen. Zivilisten jedoch, die sich nervös oder zu siegessicher in den Kampf begaben, konnten die gewohnten Abläufe unter der eingespielten Truppe stören, die Mindbridge einreißen. Neulinge bildeten darum immer eine Gefahr, solange sie nicht in dieses gedankliche Band eingeflochten waren. Und die Überläufer hatten eine Unzahl von Neulingen bei sich, deren Verhalten sie nicht einschätzen konnten. Insofern mochte die ganze Angelegenheit durchaus ausgeglichen sein und das Ergebnis offen, völlig egal, welch große Armee jetzt gegen den wilden Haufen aufmarschierte. Oder gerade deshalb. Nach wenigen Minuten rollten die ersten Einheiten auf den Landeplatz vor dem Bunker. Bewaffnete sprangen heraus, schwärmten aus und postierten sich rund um den Stützpunkt. Sie nahmen die Schützennester und die Betty auf der Klippe ins Visier. Immerhin hatte man ihnen ein paar Taktiken beigebracht, registrierte Monika. Allerdings besaßen die meisten von ihnen nur Waffen mit kurzer Reichweite, wie sie feststellte. Schrotflinten oder Schockpuscher für den Nahkampf. Sie stellten für die erfahrenen Schützen der Miliz in ihren Stellungen kaum eine Gefahr dar. Andere nahmen in einer Linie vor ihren Fahrzeugen Aufstellung, ohne die Waffen direkt auf ihre Feinde zu richten. Nur eine Handvoll von ihnen zielte auf einzelne Soldaten in Jablonskis Truppe. Im Scheinwerferlicht der Lastwagen zeichneten sich nur die Silhouetten der Angreifer ab, sodass ihre Gesichter kaum zu erkennen waren. Aber an den Bewegungen konnte Monika ihre Anspannung erkennen. Sie rechnete jeden Moment damit, dass sich ein Schuss löste und eine wilde Schießerei einleitete. Endlich verstummten die Motoren und Stille senkte sich über die Szene. Eine Weile blieb alles ruhig, ehe sich irgendwo eine Fahrzeugtür öffnete und Schritte auf dem Kies knirschten, die anzeigten, dass sich einige Personen nährten. Wer auch immer diese Leute anführte, besaß einen Hang zur Dramatik. Das alles diente einer Inszenierung, die sicherstellen sollte, dass niemand die Ereignisse des heutigen Morgens so schnell vergessen würde. Monika war nicht überrascht, dass Elena aus dem Dunkel trat. Sie hatte gewusst, dass Elena bei Jablonskis Feinden schnell einen hohen Rang einnehmen würde. Sie war clever, hatte für ihr junges Alter ein sicheres Auftreten, besaß Ausstrahlung und war nicht auf den Mund gefallen. Zudem sah sie gut aus. Alles in allem eine Frau, mit der sich sogenannte Alpha-Männchen gerne schmückten. Monika wunderte sich vielmehr über den Mann, den sie begleitete und der ganz offensichtlich der Chef der neuen Macht in Sedona war. Jeff Headley Jener zurückhaltende, eher farblose Typ, der Randy Stokes immer begleitet hatte, wenn dieser mit Jablonski sprechen wollte. Monika verschlug es die Stimme. Jablonski hingegen schien damit gerechnet zu haben. Ich wünsche einen guten Morgen, begann Headley und es klang nicht einmal herablassend. Ich bin froh darüber, dass sie die Vernunft aufbringen, die Sache friedlich beizulegen, Jablonski. Dallas Jablonski widmete Coburg, der sich neben Headley postierte, einen Moment seiner Zeit. Hat Headley gerade dich zu seiner Nummer eins gemacht? Ich bin gleichermaßen überrascht wie entsetzt. Sie fühlte sich an, so neben der neuen Macht zu stehen. Coburg tat sich augenscheinlich schwer mit einer Antwort. Was immer er sich für diesen Moment an Worten zurechtgelegt hatte, war in seinen Augen wohl nicht mehr passend genug. Es fühlt sich richtig an, brachte er schließlich hervor. Es fühlt sich verdammt richtig an. Dallas zuckte skeptisch mit den Schultern. Ja, wenn du das so siehst. Er suchte in den gegnerischen Reihen nach weiteren bekannten Gesichtern. Rob, bist du das? Ein Mann räusperte sich. Er schien verlegen zu sein, jetzt, da ihn sein einstiger Chef aus der Menge herausfischte, indem er ihn persönlich ansprach. Tja, Robby, wusste gar nicht, dass du dich so unwohl gefühlt hast, fuhr Jablonski fort. Auf das gute Essen von Rosalie, das du so gern in dich hineingeschaufelt hast, musst du in Zukunft wohl verzichten, was? Verhaltenes Gelächter war, hier und da zu hören, was Hedley veranlasste, das Wort zu ergreifen. Wir werden die Station übernehmen, so wie die andere Hälfte ihrer Stützpunkte. Seine Stimme klang energisch und bestimmt, wie bei jemandem, der sich seines Sieges sicher war. Jablonski gab sich irritiert. Oh, tatsächlich. Haben Sie wirklich meine Stützpunkte eingenommen, Hedley? Lassen Sie die Spielchen, Jablonski, Sie wissen das. Wir werden Ihren Abzug sowie den Ihrer Leute überwachen. Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit, den Bunker zu reimen. Wir haben noch andere Geschäfte zu erledigen. Und mit Geschäften, da meinen Sie die Warlords im Osten und im Westen? Jablonskis Stimme halte in der mit Spannung gefüllten Luft durch die Nacht. Ich hoffe, Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, Hedley. Wie man mit den Pennern umgehen muss. Ja, ich hab die besten Ihrer Leute bei mir, gab Hedley zurück. Und ich hab meine Verbindung. Lassen Sie das meine Sorge sein. Jablonski schüttelte langsam den Kopf. Ich sorge mich um die Einwohner von Sedona, fuhr er fort. Denn die haben keine Ahnung, mit welchen Arschlöchern sie den Kampf aufnehmen müssen. Jack Berlin, the Ripper, ist ein ehemaliger Stella Seal, der nur die härtesten Kämpfe um sich geschart hat. Zehn Mann, die 300 rücksichtslose Schlechter anführen. Alleine sie könnten ganz Sedona in die Knie zwingen. Man muss sehr genau wissen, wie man diesen Leuten beikommt. Hedley trat vor. Sie werden jetzt keinen Ärger machen, Jablonski, und mit ihrem Abzug beginnen. Unverzüglich. Jablonski beachtete Hedley nicht und wandte sich erneut an Mike Coburg. Oh, Entschuldigung, aber ich muss doch nochmal darauf zurückkommen, jetzt da ich weiß, wohin Hedleys Stoßrichtung gehen soll. Mit dir meint der Junge tatsächlich, einen guten Offizier gefunden zu haben. Habe ich recht? Das reicht jetzt, Jablonski. Jeff Hedley richtete seine Pistole auf den Chef der Miliz, der sein Gegenüber gelassen ansah. In Jablonskis Blick glaubte Monica, Mitleid und Enttäuschung zu sehen. Jablonski seufzte. Mike war noch nie eine Leuchte. Und Sie glauben wohl wirklich, dass Sie es mit Berlin oder den Kannibalen im Norden aufnehmen können, die hin und wieder ihre Speer hierher geschickt haben. Hören Sie jetzt auf mit dem Geschwätz, Jablonski. Jeff ließ seinen aufgesetzten Respekt fallen und legte endlich den herablassenden Ton voll an den Tag, den er bislang zurückgehalten hatte. Sie wissen ganz genau, dass Ihre Zeit abgelaufen ist. Sie versuchen lediglich, Zeit zu gewinnen. Tja, naja, und was sollte ich mit Zeit anfangen? Ah, Jeff schien ein wenig irritiert. Jedenfalls antwortete er nicht sofort. Nach einem Moment sagte er, gestehen Sie Ihre Niederlage ein. Dann können wir das alles hier schnell und friedlich beenden. Niederlage, sagst du? Jablonski steckte die Hände in die Hosentaschen. Darf ich mein Funkgerät benutzen? Wozu? Ich erwarte einen Anruf. Er wird auch dich interessieren, Jeff. Jablonski wandte sich an Hudson. Würdest du bitte aufs Knöpfchen drücken? Bill Hudson bückte sich und betätigte einen Schalter an dem klobigen Funkgerät, das neben Jablonski auf dem Boden stand. Es war so still, dass man das Einrasten des kleinen Schalters wie einen Peitschenknall hören konnte, der über den Platz halte. Daraufhin ließ sich ein leises Rauschen vernehmen, aus dem sich bald eine Stimme herausschellte. Ist Steve? Die Worte drangen Blechern aus dem Lautsprecher. Wie ist die Lage, Steve? erkundigte sich Jablonski. Die Unterstände und Lager im Osten sind wieder in unserer Hand. Das ist nicht wahr, brach es aus Headley heraus. Er wandte sich an seine Kämpfer. Das ist ein Trick. Jablonski ist nicht besser als die Kerle, die uns bedrohen. Lasst euch nicht täuschen. Vielleicht will Headley ja einen seiner Kommandanten sprechen, meinte Steve, dessen Worte von Störungen überlagert waren. Ich hab da einen. Eine Frau. Myra Evans heißt sie. Kurz darauf sprach die Frau ein paar entschuldigende Worte. Sie klangen wie ein Schluchzen. Es ging alles so schnell. Einige der Überläufer haben uns was vorgemacht. Jablonski wusste Bescheid. Angesichts der unangenehmen Nachrichten hatte sich Headley dennoch gut unter Kontrolle. Wie auch immer. Wir haben immer noch ihre Frau und ihre Kinder. Sie werden jetzt meinen Befehlen folgen und... Einen Scheißdreck werd ich, fuhr ihm Jablonski über den Mund. Eine weitere Verbindung bitte, Bill. Hudson regelte an einem Drehknopf herum und wieder waren Stimmen zu hören. Zuerst sprach Jablonskis Frau Rosalie, die sich mit ein paar Verwünschungen nicht zurückhalten konnte. Verflucht sollst du sein, Dallas Jablonski. Der Teufel soll dich holen. Hast du gedacht, ich plaudere? Hast du mir deshalb nichts gesagt? Uns geht's gut, ging sein Sohn Peville dazwischen, bevor sich auch Ramona meldete. Mom hat recht. Dad, du bist ein Scheißkerl. Aber Eleanor ist das größere Miststück von euch beiden. Jeff Headleys Miene verriet seine Bestürzung, als er die Neuigkeiten vernahm. Doch er kam nicht mehr dazu, seinen Zaun an Eleanor auszulassen. In einer fließenden Bewegung trat sie einen Schritt zurück, zog gleichzeitig ihre Pistole und schoss Headley in die Schläfe. Coburg hob sein Gewehr, während Headley zu Boden sank, aber Eleanor legte sofort auf ihn an. Mach nur eine Bewegung, Dreckskerl, zischte sie. Keiner der Anwesenden schien in der Lage, das Geschehene zu begreifen oder auf irgendeine Weise zu reagieren. Alle standen sie da wie versteinert. Nur so war es zu erklären, dass kein weiterer Schuss fiel. Jablonskis Stimme tönte klar und deutlich über die Köpfe hinweg. Wir werden jetzt alle ganz ruhig bleiben. Ich glaube, Jeff hat eines sehr, sehr deutlich gemacht. Ich bin hier das einzige Arschloch, das im Tal des Todes und des Schreckens wandelt. Der einzige Mistkerl, der mit den anderen Schweinehunden fertig werden kann, der uns von allen Seiten bedrohen. Oder ist hier noch jemand, der das anzweifeln möchte? Natürlich blieb die Antwort aus. Niemand wagte es, auch nur zu husten oder einen Finger zu rühren. Monica studierte ihre Freundin, die über der Leiche von Jeff Headley stand wie ein Todesengel. Es fiel ihr schwer zu begreifen, was sich eben vor ihren Augen abgespielt hatte und welche Rolle Elena darin spielte. Jablonski erklärte weiter. Ich habe mich auf diesen Tag vorbereitet und ihn geschehen lassen. Von der Sekunde an, als Jeff seinen ersten Fehler machte bis zu seinem letzten. Er bedachte den Toten zu seinen Füßen mit einem kurzen Kopfschütteln. Sein Verhängnis bestand darin, sich einer jungen Frau anzuvertrauen, die nicht zur Verräterin werden wollte. Elena stieg über Headleys Leiche hinweg und stellte sich an Monikas Seite. Ein seltsam, befremdliches Gefühl überkam Monika, als ihre junge Freundin neben ihr stand. Eine Aura aus Kälte und Härte umgab Elena, die Monika deutlich spürte. Umso mehr, da die beiden eine unerklärliche Verbindung vereinte, die noch weit über die Mindbridge hinausging. Eine Verbindung, die durch den Kontakt mit den Sibis entstanden war, als sie an Bord der Zora gingen, um Jagd auf Piraten zu machen. Jablonski war mit seiner Rede noch nicht am Ende. Ich bin bereit, diesen Streit zu vergessen. Ich sehe diese Angelegenheit als einen kurzen Schluck auf in einer ansonsten sehr guten Beziehung. Aber ich bin auch bereit, die Realitäten anzuerkennen. Wenn man mich hier nicht mehr will, dann packe ich meine Sachen und verschwinde. In diesem Fall gehe ich davon aus, dass ihr bereits eine fähige Person zur Verfügung habt, die die vakante Stelle auszufüllen vermag. Er richtete sich wiederum an Coburg. Und ich hoffe, es ist nicht Mike. Oder etwa doch. Die gespielte Überraschung gehörte ebenfalls zu dem Theater, das Jablonski besser spielte, als es Monika jemals für möglich gehalten hatte. Das Schweigen, das auf seine Frage folgte, war Antwort genug. Jablonski sah bestürzt aus. Nicht zu fassen. Ihr wollt euch gegen die Kannibalen und den Ripper stellen, mit Mike an der Spitze? Ihr seid ganz schön mutig. Monika bemerkte, wie ein Raunen durch die Reihen ging. Nach und nach senkten die Leute ihre Gewehre. Einige zogen von ihren Stellungen ab und entfernten sich aus dem Wirkungsbereich der Schützen, die in ihren Nestern aus Sandsäcken saßen und jederzeit das Feuer eröffnen konnten. Es gab ein, zwei Dutzend, die noch zögerten und von ihren Kameraden beschwichtigt wurden, nicht doch noch eine Auseinandersetzung vom Zaun zu brechen. Diese Bemühungen zeigten nach wenigen Augenblicken Erfolg und die ganze Ansammlung von Freizeitkämpfern löste sich allmählich auf. Die Fahrzeuge setzten sich wieder in Bewegung und fuhren in Richtung Sedona davon. Auf dem Landeplatz verblieben Coburg und andere, die sich Hedley angeschlossen hatten und jetzt nicht wussten, was sie tun sollten. Jablonski wirf einen Blick in die Runde. Würde bitte jemanden Mike seine Knarren abnehmen? Eine Handvoll Soldaten reagierte sofort. Ehe Coburg etwas tun konnte, zwangen ihn die Männer in die Knie und entledigten ihn seiner Waffen. Coburg ließ das alles über sich ergehen, ohne zu murren oder zu fluchen. Jablonski redete nun ohne sichtbare Gemütsbewegung. Ich würde dich am liebsten in der Wildnis aussetzen, aber da würde ich mich unwohl fühlen. Besser, du gehst nach Sedona. Da werden sie schnell herausfinden, wie dämlich du bist, wenn sie es nicht jetzt schon wissen. Ich bin sicher, wir brauchen uns vor dir nicht zu fürchten. Du kannst froh sein, wenn man dir einen Posten als Straßenkehrer gibt. Coburg musste seinen Weg nach Sedona zu Fuß zurücklegen, wenn er das überhaupt vorhatte und sich nicht irgendwann seitwärts in die Büsche schlagen würde. Er ging, ohne ein Wort zu verlieren oder sich zu beklagen, und versuchte damit, den letzten Rest an Würde zu bewahren, der ihm geblieben war. Jablonski sah ihm eine Weile nach, Gedanken verloren und mit versteinerter Miene, die gerade deshalb viel über seine Gefühle und seinen Zorn verriet. Monika beobachtete, wie die Morgenräute über den Horizont kroch. Ein friedlicher Morgen, wieder alle Erwartungen. Ein Morgen, der alles verändert hatte und der auch ihr Leben in neue Bahnen zwingen würde. Jablonski ordnete an, Jeff Headley in der Nähe des Bunkers zu begraben. Er ließ ein kleines Kreuz aus vertrocknetem Holz aufstellen und sprach ein paar Worte, weil er das für selbstverständlich hielt, um seinem Gott zu gefallen, der sogar Feindesliebe verlangte. Womöglich betrachteten einige der wenigen Kameraden, die nur aus Respekt gegenüber Jablonski anwesend waren, diese Geste als unaufrichtige Farce, die man sich auch hätte sparen können. Aber Monika wusste, dass das nicht zutraf. Diese Geste war weder unnötig noch unehrlich. Jablonski wollte Mensch bleiben, auch wenn andere seine Menschlichkeit und seine Nachsicht nicht verdienten. Headleys Beisetzung diente als Demonstration seiner Sicht auf die Dinge. Er liebte den unergründlichen Gott, den er ab und an Yahweh nannte, und der von ihm verlangte, selbst die zu respektieren, die sich seines Respektes als unwürdig erwiesen. Es gab wenig Gründe, die Menschen zu lieben. Es war eine Lektion, die Monika schon früh hatte lernen müssen. Dallas tat es, um seinem Gott zu gefallen, dem er keine Vorwürfe mochte. Nach Jablonskis Ansicht brauchte es den Befehl des Allmächtigen, um einem Ideal dauerhaft zu folgen und nicht zu verbittern. Dennoch blieb dies ein schweres Unterfangen, von dem niemand sagen konnte, wie lange Jablonski es durchhalten konnte, ganz gleich wie sehr sein himmlischer Vater es auch einforderte. Aber egal, Monika würde nie erfahren, wann Dallas seine Grenzen erreichte. Sollte das geschehen, wären sie und Elena bereits auf und davon. Es war beschlossene Sache, dass sie den wilden Haufen verlassen und nach Mexiko gehen würden, so wie Mayfield es vorgeschlagen hatte. Ich verliere euch nur ungern, gestand Jablonski, während sie von Hedleys Grab zum Stützpunkt zurückging, wo Elena bereits wartete. Wollt ihr es euch nicht noch einmal überlegen? Monika rührte es, dass er versuchte, sie zurückzuhalten, obwohl er wusste, dass der Entschluss bereits feststand. Naja, es war auch nur, um seiner tiefen Sympathie für die beiden Ausdruck zu verleihen. Sie schüttelte langsam den Kopf und sagte, Wir haben schon alles an Bord des Gleiters gebracht. Petey kontrolliert noch die Systeme. Noch ein paar Minuten, dann sind wir startklar und dann sind wir weg. Der Gleiter ist eigentlich ein schwerer Verlust für mich. Ja, kann sein, aber Elena hat ihn sich verdient. Ohne sie hättest du jetzt gar nichts mehr. Er ging nicht weiter darauf ein. Ich, ich halte nichts vom Angebot der Akkörter, gab er stattdessen zu bedenken. Wofür wollt ihr kämpfen? Für deren Interesse? Für deren Anführer? Anführer, die ihr nicht kennt. Ihr werdet immer Fremde für sie sein. Und hier? Ist es hier anders? Die Menschheit zerbricht in Stämme und Gruppierungen. Wer nicht dazugehört, ist ebenfalls ein Fremder. Also was soll's. Was Besseres als den Tod findet man überall. Ich kann es euch also nicht ausreden. Wünsch uns einfach Glück. Dulles Jablonski verabschiedete sich, ohne weitere Worte zu machen. Er wollte es nicht weiter hinaus zögern. Kapitel 10 Dominic saß auf dem Felsgrat eines Höhenzuges, der zur Sierra Nevada gehörte, die südöstlich der Ruinen von Mexico City lag. In der Ebene dazwischen erhob sich der Rumpf eines riesigen Akator-Schiffes, das bis zur Hälfte in den Boden eingegraben war. Es füllte einen Krater aus, den der Absturz einer Cayman-Kralle geschlagen hatte. Der Rest des riesigen Raumschiffes wölbte sich wie der Buckel eines Wales aus dem Erdboden. Seine rindenartige Oberfläche glänzte silbrig in der heißen Nachmittagssonne. Das Schiff hieß Rakara und war schon vor Jahrhunderten außer Dienst gestellt worden. Als Geisterschiff war die Rakara am Rande des Utrakan-Systems im All getrieben, bis Brooks einen ungewöhnlichen Verwendungszweck für sie gefunden hatte. Sie sollte eine gewichtige Rolle bei der Gründung der neuen Streitkräfte bzw. der Gründung des neuen Glaubens spielen, den er zu erschaffen gedachte. Dieses Vorhaben setzte einige spannende Ereignisse in Gang, die selbst für Huland Mastrey nicht ganz einfach zu meistern waren. Denn abgesehen von den kriegerischen Gemeinsamkeiten zwischen Menschen und Außerirdischen im Allgemeinen gab es auch Gemeinsamkeiten, wenn es um Glaubensdinge ging. Auch interstellare Spezies schienen wenig Toleranz zu kennen, wenn es um die Auslegung religiöser Lehren und die Bildung von Sekten ging. Zurag Mastrey hatte einige Priester der Akato-Kirche, die gemeinhin als Heretiker galten oder einen zweifelhaften Ruf besaßen, zu Geistlichen der Kirche des neuen Zweiges ernannt. Davis und Skorsky dienten ihnen als Verbindungsmänner, die die Angelegenheiten zwischen Menschen und den angeheuerten Akato-Priestern regeln sollten. Im Grunde genommen fungierten sie zusammen mit Brooks als die eigentlichen Architekten des neuen Glaubens. Dieses skurrile Gemenge rief eine Glaubenskommission der Amtskirche, wie Brooks sie bezeichnete, auf den Plan, die sich mit der ungewöhnlichen neuen Kirche befassen sollte. Diese Glaubenskommission würde entscheiden, ob es sich beim neuen Zweig um eine Sekte oder einen von Ottaien selbst gestifteten Glaubensweg handelte. Für Hulen Mestray stand viel auf dem Spiel, besonders nachdem sein Sohn gehörig an Boden gut gemacht hatte und im Ansehen der Akato-Völker gestiegen war. Es lag also auch in kaltem Kalkül begründet, dass er zurück bei sich wissen wollte, sollten sich die Dinge gut oder schlecht entwickeln. Egal was geschehen mochte, Hulen Mestray musste der Erste sein, der angemessen reagieren konnte. Dominic ließ die letzten Stunden vor seinem inneren Auge ablaufen und registrierte, wie sehr sich die Verhaltensweisen und das Gebaren denkender Individuen ähnelten. Ganz egal, wie viele Lichtjahre sie voneinander trennten, wenn es um Politik oder Religion ging, gab es da keine Unterschiede. Die Glaubenskongregation der Akato umfasste etwa 30 Würdenträger, die in prächtigen Roben durch die Gänge und Korridore der Rakara schritten. Ihnen folgte stets eine Leibgarde in alten traditionellen Gewändern. Eine kleine Armee von 200 männlichen und weiblichen Akato. Sie trugen Schwerter und Speere, die wie eine Mischung aus Gewehr und Lanze wirkten. Brooks meinte, dass man sich vom burlesken Äußeren der Garde nicht täuschen lassen sollte. Die Gardisten zählten zu den besten Kriegern und waren erstklassig in modernen Kampftechniken ausgebildet. Es blieb unklar, wie die Geistlichen über den Status der Kirche des neuen Zweiges entscheiden mochten. Sie waren wieder abgereist, ohne ein Konzil oder eine Besprechung abgehalten zu haben, was Brooks aber nicht weiter beunruhigte. Dominic hatte erwartet, dass die Kirchenoberhäupter Ernennungen in geistliche Stellungen veranlassen würden, aber er verstand auch, dass der Servan gedachte, selbst Priester einzusetzen, die ihre Stellung dem Fürsten und nicht der Kirche verdankten. Dominic ließ seinen Blick über das weite Land schweifen. Es versprach, ein weiterer, heißer Tag zu werden. Die Vormittagssonne leuchtete von einem blauen Himmel und machte sich daran, die Erde mit ihren Strahlen zu verbrennen. Die Siedlungen, die sich von hier oben wie Brandflecken auf einem braunen Teppich ausnahmen, wuchsen stetig an, seitdem die Rakara hier gelandet und bekannt geworden war, dass die Akato erneut Krieger suchten. Entlang einer schmalen Sicherheitszone, die das Schiff umgab, drängte sich die Masse elender Behausungen, in denen unzählige Menschen Zuflucht suchten. Aus dem Gebiet stiegen unentwegt Rauchfahnen auf, die sich wie Nebel über die Dächer legten. Natürlich zog die Aussicht, dem Schlachtfeld Erde zu entrinnen, auch Menschen an, die es niemals in die Reihen der Krieger schaffen würden. Aber wer wollte ihn verwehren, ihr Glück zu versuchen? Allerdings wuchsen mit ihnen auch die allgemeine Verzweiflung und die daraus folgenden Probleme. In den Siedlungen explodierte die Kriminalität. Dominic wollte sich nicht ausmalen, was in den Gassen zwischen den Hütten und Wohncontainern alles passierte. Aber immerhin bedeutete das alles keine direkte Gefahr für die Rakara und all jene, die es in ihr Inneres geschafft hatten. Es war lediglich ein Umstand, der Dominic den Schlaf raubte, auch wenn Longhill stets beschwichtigte. Selbst wenn er beteuerte, dass er ebenfalls so seine Probleme mit alledem hatte, hielt sich sein Mitleid doch in Grenzen. Vielleicht, ja, vielleicht musste Dominic ebenfalls etwas gleichgültiger werden, wenn er nicht den Verstand verlieren wollte. Deutlich größeres Unheil drohte von den Kämern, denen nicht entgangen war, dass hier etwas vorging, das ihre Aufmerksamkeit verlangte. In den letzten Wochen hatten sie ihre Angriffe auf das Gebiet rund um die Rakara verstärkt. Auch schickten sie mehr Schnüffler aus, als das sonst der Fall war, wenn sie eine Gegend erkundeten. In gewisser Weise war das jedoch ein Vorteil, denn dadurch blieben die Sinne der Tunnelratten, die von den Akatos, Quirikaji oder Serra genannt wurden, scharf. Alleine schon die Anwesenheit der Skilks, selbst wenn sie noch weit außer Sicht waren, kitzelte die Wahrnehmung. Bei Dominic sorgte das hin und wieder für Albträume und Visionen, auf die er gern verzichten konnte. Immerhin war es ihm gelungen, mit der Mantratechnik eine Abwehrstrategie zu entwickeln, um sich dagegen zu wappnen und die Auswirkungen auf seine Psyche abzumildern. Es half ihm, sich während der mentalen Übergriffe auf eine Farbe, einen Gegenstand, ein Gedicht oder ein Lied zu konzentrieren. Von irgendwoher drang Donnergrollen heran. Dominic sah zum Himmel hinauf und suchte nach Anzeichen für ein Cayman-Schiff, was bereit war, die Akato anzugreifen, doch es war nichts zu sehen. Ein weiteres Poltern hallte über die Ebene. Als sich Dominic nach Westen wandte, sah er eine Gewitterwolke, die ihren Schatten über das Land warf. Erleichtert holte er Atem und betrachtete, wie Blitze in der dunklen Wolkenwand zuckten. Das Unwetter würde ein wenig Abkühlung bringen. Dennoch warf Dominic einen weiteren prüfenden Blick in den Himmel, um sicher zu gehen. Zu seiner Erleichterung sah er nur die Kampfschiffe der Pferdeköpfe, die wie kleine Monde in stationären Bahnen über dem Land schwebten. Besonders augenfällig nahm sich die Durana aus. Ein gewaltiges Ungetüm, das ebenfalls ein Schattendasein gefristet hatte, bis Brooks es für seine Zwecke entdeckte. Es war von Hulen Mestreis Vater in Auftrag gegeben worden und sollte ihm als mobiler Palast dienen, mit dem er sein Reich zu bereisen gedachte. Als er starb, war die Durana noch in Bau. Sie wurde zwar fertiggestellt, aber Hulen Mestreis beabsichtigte nicht, sie zu benutzen. Er bevorzugte kleinere und wendigere Schiffe und verspürte keine Lust, sich mit einer ganzen Stadt durchs All zu bewegen. Für den Menschen jedoch würde die Durana eine ideale Heimat werden. Das Schiff besaß eine Länge von 30 Kilometern und war, wie alle Raumfahrzeuge der Akator, aus Pantherholz gefertigt. Die Segmente mussten, dank der vielen Jahre, zu einer kompakten, stabilen Struktur zusammengewachsen sein. Ein Rumpf mit knochenartiger Beschaffenheit, der es den Kraftfeldern, die ihn umgaben, leicht machte, ihn bei riskanten Mandelwann vor dem Zerbrechen zu bewahren. Im Gegensatz zu normalen Schiffen stiegen die Raumfahrzeuge der Akator im Wert, je älter sie waren. Dominic konnte nicht umhin, die gewaltigen Formen der Durana zu bewundern, die sich über ihm am Himmel abzeichneten. Dank ihr und den anderen Schiffen blieben weitere Angriffe der Cayman aus, was der Besatzung der Rakara und den Siedlern in ihren ärmlichen Behausungen eine Atempause verschaffte. Es blieb jedoch eine Frage der Zeit, bis die Cayman mit größeren Kampfverbänden auftauchen würden, um Probleme zu machen. Irgendwie mussten die Käfer herausgefunden haben, dass es zwischen dem Verlust der Weltbaratan, den Siegen der Akator und den Menschen einen Zusammenhang gab. Dominic stieg in seinen Gleiter und kehrte zur Rakara zurück. In einem der Hangars erwartete ihn bereits Davis, der ihm die neuesten Daten über die Neuzugänge zeigen wollte. Er reichte Dominic ein durchsichtiges Datenpad auf dem Zahlenkolonnen und einige Statistiken leuchteten. Davis wandte sich an Dominic. Ich habe ihnen eine größere Gruppe zugeteilt, Porter. Es das letzte Mal so gut lief und ich den Eindruck hatte, dass sie etwas unterfordert waren. Dominic runzelte die Stirn. 150? Ach, sie schaffen das schon. Außerdem will Brook sie sehen. Was will er? Nur über die vergangenen Monate plaudern, denke ich. Und sie über ihren Eindruck befragen. Plaudern, ja? Sie machen Scherze. Außerdem kennen sie meinen Eindruck. Dominic fühlte sich bei dem ganzen pseudoreligiösen Humbug unwohl. Allerdings hatte er sich darauf eingelassen und steckte bereits zu tief drin. Ich versuche nur hinter dieser Scharade die letzte Chance für die Menschheit nicht aus dem Blick zu verlieren. Davis winkte ab. Ah ja, ist ja gut. Sie müssen kein schlechtes Gewissen haben. Wir haben uns bereits unseren Platz im Himmel verdient, wenn Sie mich fragen. Ich bin mir dessen nicht so sicher. Davis wandte sich ab und bestieg einen zweisitzigen Transportschlitten. Kommen Sie, Porter. Lassen wir Brooks nicht warten. Etwas später erwartete Brooks Davis und Dominic im Allerheiligsten, einem Bereich der Rakara, der sich in ihren oberen Decks befand. Ein ehemaliger Hangar, der komplett ausgeschlachtet war. Die fließenden Formen der Holzkonstruktion und die geheimnisvolle Beleuchtung durch Glasbehälter mit bioluminiszierender Flüssigkeit verliehen dem Raum etwas Entrücktes, Überirdisches. Ein einziger Strahl hellen Sonnenlichtes fiel durch ein rundes Loch im Deckenschott und traf auf eine riesige silberne Gothrax-Statue, die Dominic als den Höhepunkt der Blasphemie betrachtete, die Zurek hier betrieb. Gothra lautete der Name, den ihr die Akato verliehen hatten und den sie nicht immer ehrfürchtig aussprachen. Dominic wagte zu vermuten, dass Brooks inzwischen ebenfalls ein wenig Unwohlsein befiel angesichts der okulten, babylonischen Atmosphäre, die die Rakara erfüllte. Dieser sakrale Raum bildete das pulsierende, heidnische Herz des Schiffes, dessen Kraft in die Adern all jener hineinströmte, die ihre Ausbildung beendet hatten und eine empfängliche Seele für archaische Kulte besaßen. Die Priester, die sich bei der finalen Zeremonie abwechselten, gingen nicht auf den Gothrax ein, dessen gewaltiges Standbild zweifellos die Gedanken aller Absolventen bewegte. Und genau das lag in der Absicht der Geistlichen, die dafür sorgten, dass kleinere Figuren und Bilder dieses Monsters auf dem Schiff allgegenwärtig waren. Es würde nicht ausbleiben, dass sich die Rekruten und Soldaten fragen würden, was es mit den Gothrax auf sich hatte. Fragen, denen die militärischen Ausbilder sowie die Priester mit Schweigen begegnen würden. Das war eine vereinbarte Taktik. Antworten sollten nur diejenigen bekommen, deren eigene Neugierde sie dazu antrieb, mehr herauszufinden. Nur den Priestern war es dann erlaubt, diese Neugierde zu befriedigen. Dominic wusste, dass es unter diesen Menschen eine genügend große Anzahl von Individuen gab, die in der Verwandlung in eines dieser Ungeheuer den Aufstieg zu einer höheren Daseinsstufe sahen. Menschen zeigten sich zu vielen Perversionen bereit, wenn man ihnen Unsterblichkeit versprach oder den Status einer Gottheit. Servan Brooks stand vor der Statue und beobachtete, wie einige der Priester große Kerzen anzündeten, die vor der Figur flackerten. Sie wollten mich sprechen, Brooks, fragte Dominic. Brooks wandte sich Dominic nur langsam zu, so als fiel es ihm schwer, sich der magischen Ausstrahlung des Standbildes zu entziehen. »Lakonisch«, bemerkte er dann, »ein unglaublich hässlicher Götze, aber effektvoll. Die Wirkung solcher Dinger ist über Jahrtausende erprobt. Was denken Sie, Porter? Werden wir genug Freiwillige für die Transformation haben, um die Akatos zufriedenzustellen?« Die Antwort schloss an Dominics düstere Gedanken an. »Ich wäre erstaunt, wenn nicht«, Servan Brooks nickte. »Und Sie? Was meinen Sie, Davis?« Davis gab sich zuversichtlich. »Das Ganze wird eine eigene Dynamik entwickeln. Wir werden uns bald nicht mehr vor Märtyrern retten können.« »Ja, das sieht wohl so aus. Aus ihrer Gruppe, Porter, haben sich vier an die Priester gewandt, um mehr über die Gothrex zu erfahren. Bei zweien davon ist Okon zuversichtlich, dass sie sich für die Transformation entscheiden werden.« Okon-du-Rakai war der Oberpriester einer Riga aus zehn Geistlichen. Er hätte in der Amtskirche eine hohe Stellung bekleiden können, doch etliche seiner Ideen stießen in den etablierten Kreisen auf Widerstand. Er galt als Heretiker. Soweit Dominic ihn einzuschätzen vermochte, gehörte er zu den weniger puritanischen Geistlichen. Anders als die meisten Priester der Akato-Kirche schien er eine etwas ungezwungenere Lebensanschauung zu haben. Jedenfalls verfügte er über einen ansehnlichen Vorrat an Rebo, einem traditionellen Starkbier, das die Akato brauten, und sorgte seit seinem Eintreffen dafür, dass er nie auf dem Trockenen saß. Dominic sagte, »Bei all dem Chaos, das die Außerirdischen mit sich brachten, als sie zu uns kamen, ging ich davon aus, dass die Menschheit irgendwie doch dabei profitieren und ihren nächsten Schritt in die Zukunft machen würde.« »Warum habe ich jetzt das Gefühl, dass wir uns eher rückwärts bewegen, zurück in die Steinzeit?« Dominic deutete mit einem verächtlichen Kopfnicken auf das Ding, das Brooks zu Recht als Götzen bezeichnet hatte. Brooks ließ sich etwas Zeit mit seiner Antwort. »Porter, wir tun gerade mehr für die Zukunft der Menschen als irgendjemand zuvor.« »Ich dachte, wir hätten das bereits geklärt. Und ich habe von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, was ich davon halte. Ein anderer Weg wäre mir lieber.« »Tja, aber dennoch«, schaltete sich Davis in das Gespräch ein, »ist das unsere beste Chance.« »Ich hätte mich gegen dieses Vorhaben ausgesprochen, würden die Soldaten keine Wahl haben, ein Leben als Gothrek zu führen.« »Aber diese Wahl haben sie. Es ist ihre Entscheidung.« Für Dominic war das alles immer noch eine Lüge, aber er wollte die Sache nicht noch einmal aufrollen. »Lassen wir das. Worum geht es, Brooks? Was wollen Sie mir sagen?« Der Servan benahm sich wie jemand, der sich um eine unangenehme Information zu drücken versuchte. »Naja, Porter, wir müssen sicherstellen, dass niemand andeutet, die Gothrex seien lediglich ein wissenschaftliches militärisches Experiment. Schließlich geht es hier ja um Erleuchtung, nicht wahr?« »Also Sie meinen, es soll nicht profan wirken, Brooks, ja?« »Richtig.« »Und das soll dann wohl heißen, jemand hat sich bereits der Blasphemie schuldig gemacht?« Brooks nickte mit säuerlichem Gesicht. »Ja, ich habe bereits einige der Tunnelratten vom Projekt abgezogen. Longhill und Cleese gehören dazu. Sie begleiten Zurek auf seinem nächsten Feldzug. Sie bleiben natürlich in der Garde, aber ich werde ein Auge auf sie haben.« »Ah, verstehe. Deswegen muss ich jetzt eine größere Truppe betreuen. So ist es, Porter. Aber Sie schaffen das schon.« »Hallo, hier ist Alan, der Autor der Nomads-Reihe. Schön, dass dir das Video bisher gefallen hat. Es würde Georg und mich sehr freuen, wenn du es teilen, liken und meinen Kanal abonnieren könntest. Klicke auf den Link unter dem Video. Er führt dich auf den Shop von www.bloodword.com. Nutze dort den Rabattcode GOTHREG. Damit kannst du dir dieses Hörbuch kostengünstig bestellen. Und darüber hinaus unterstützt du mich in meiner Tätigkeit als Autor. Dafür wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Und nun geht es weiter mit dem nächsten Kapitel. Viel Spaß. Kapitel 11 Mayfield war ein erbärmlich schlechter Pilot. Er brachte es nicht fertig, den Gleiter ruhig zu halten und steuerte immer wieder in Turbulenzen hinein, die das Fahrzeug ordentlich durchschüttelten. Eigentlich wäre Monika geflogen, aber die Anstrengungen der letzten Tage forderten anscheinend ihren Tribut. Mit zehn anderen Kriegern der Sedona-Miliz, die den wilden Haufen verlassen hatten, versuchte sie, im Mannschaftsbereich der Dorian etwas Ruhe zu finden, während Mayfield den Gleiter maltretierte. Wie befürchtet trafen sie immer häufiger auf Cayman-Schiffe, je weiter sie nach Süden vordrangen. Dabei handelte es sich nicht um die riesigen Pette, die sich weit über der Erdatmosphäre den ein oder anderen Schlagabtausch mit den Akato lieferten. Es waren kleinere Einheiten, die scheinbar auf Erkundungsmission waren und sich in Bodennähe bewegten. Zuerst bekundeten sie kein großes Interesse an der Dorian, die für sie wohl nur ein steinzeitliches Kuriosum darstellte, verglichen mit den Cayman- oder Akato-Fahrzeugen. Aber kürze Zeit später versuchte eines dieser Schiffe, den Gleiter abzuschießen. Doch egal, was der Cayman auch anstellte, es gelang ihm nicht, die Dorian vom Himmel zu holen. Monika war zu dieser Zeit am Steuer und konnte die Absichten des Angreifers erkennen. Sie sah jedes seiner Manöver voraus und reagierte, sodass jeder Schuss ins Leere ging. Nach einer Weile gab der Cayman auf und flog davon. Die Mannschaft zeigte sich erleichtert und Elena, die ebenfalls die Frustration des Cayman-Piloten gefühlt hatte, klopfte ihrer Freundin auf die Schulter. Monika jedoch blieb nachdenklich und angespannt. Der Cayman würde gewiss wiederkommen, wenn er sich einigermaßen gefangen hatte. Und wenn er Bericht erstatten würde, mussten sie damit rechnen, dass sie es mit einem ganzen Geschwader zu tun bekämen. Elena wandte sich an Monika. Denkst du, dass die Käfer Selbstachtung besitzen? Monika setzte ein verdutztes Gesicht auf. Wie, meinst du das? Naja, wenn er stolz ist, wird er vielleicht versuchen, die Sache alleine zu regeln, bevor er seinen Vorgesetzten erzählt, dass er nicht imstande war, ein paar primitive Erdlinge vom Himmel zu holen. Das würde ich auf jeden Fall so machen. Monika sah nervös aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das noch einmal durchstehe. Elena befürchtete, dass ihre Freundin recht behalten könnte. Die Chancen, ihr Reiseziel zu erreichen, standen schlecht, aber es war besser, den Kameraden nichts von ihren Bedenken zu sagen. Es brachte nichts, sie zu beunruhigen, auch wenn sie sich bereits ihren Teil dachten. Monika schlug vor, keine Pausen mehr zu machen und sich beim Fliegen abzuwechseln. Wieder sackte die Dorian einige Meter ab, stieg erneut höher und fiel abermals wie ein Stein in die Tiefe. Es kostete Elena immer mehr Mühe, ihr Mittagessen bei sich zu behalten. Sie verließ ihren Sitz und spreizte sich im Türrahmen zum Cockpit, in dem Mayfield seine Flughünste ausprobierte, während Petey Jenkins unermüdlich Ratschläge und Tadel von sich gab. Fallwindemann, schnautzte Petey seinen Kumpel an und versuchte seiner Rolle als Co-Pilot gerecht zu werden, indem er auf das Hologramm über der Konsole deutete. Und hier gibt's Aufwind, nicht zu dicht an die Felswand ran. Und direkt voraus steigt Wärme in die Höhe. Turbulenzen ohne Ende. Dschungelgebiet ist Gewittergebiet. Da verschieben sich die Luftmassen rasant. Mayfield ignorierte Jenkins und steuerte gelassen über die Baumwipfel hinweg. Hey, ich hab alles im Griff. Ist eben nur mein Stil. Ich mag einen wilden Wett. Quatsch, du bringst uns noch alle um, Mann. Ich bin auf deiner Seite, Petey, bemerkte Elena. Wie weit haben wir es noch? Petey Jenkins wies auf einen hellen Punkt, der deutlich am Himmel über dem südlichen Horizont zu sehen war. Er leuchtete wie ein kleiner Stern. Das Ding da ist genau über unserem Ziel. Oh, und was ist das? Die Scanner können auf die Entfernung noch nicht viel erfassen, aber es scheint ein Schiff zu sein. Stationär über der Erde in einer Höhe von gut 100 Kilometern. Cayman? Nein, sieht nicht da noch aus. Eher Akato, wenn ich die amorphen Formen berücksichtige, aber es sieht stromlinienförmiger aus und ist wirklich gewaltig. Vielleicht ein Wachschiff. Eventuell wäre es gut, nicht zu nah heranzufliegen, meinte Elena. Petey widmete sich für einige Momente den Sensoren. Es sind noch weitere Objekte im Orbit. Ich sehe allerdings keine Jagdeinheiten. Oh, Moment. Was ist? Da kommt eines von den Dingern. Eventuell unser Freund von vorhin. Okay, lass mich fliegen, forderte Elena den Piloten auf, der jedoch nicht sofort reagierte. Lass mich fliegen, verdammt! Sollte nicht Monika das machen? Sie ist noch zu erschöpft. Nun mach schon Platz. Geh an die Heckkanone. Was soll das denn nützen? Geh einfach, laffte sie den Mann an und packte ihn an der Schulter, als wolle sie ihn aus dem Sessel zerren. Geh einfach an die Achterkanone und warte ab, bis sich eine Möglichkeit ergibt. Mayfield verließ stirnrunzelnd den Pilotensitz und zwängte sich an der jungen Frau vorbei in den Mannschaftsraum, um sich an das Geschütz zu setzen. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Elena übernahm das Steuer, beschleunigte und jagte die Dorian knapp an den Felsklippen entlang in einen Canyon hinein. Dicht über der Oberfläche eines Flusses, der sich schäumend durch die enge Schlucht schlängelte, fing sie den Gleiter ab. Elena konnte den Cayman fühlen. Je dichter er herankam, umso deutlicher nahm sie seine Empfindungen wahr. Es war tatsächlich derselbe, der ihnen vor ein paar Stunden das Leben schwer gemacht hatte. Elena spürte, wie seine Kampfeslust stieg. Das pfeilförmige Cayman-Schiff setzte sich ans Heck des Gleiters und begann sofort zu feuern. Elena wich aus und steuerte die Dorian in steilem Winkel nach oben. Mayfield fluchte. Wie soll ich so denn irgendwas treffen? Bereit halten, schrie Elena zurück, als Monica in die Kanzel kam und sich hinter ihrem Sessel postierte. Jenkins löste seine Gurte. Hey, ist besser, wenn du übernimmst, Monica. Er purzelte aus dem Cockpit, stolperte zu den anderen Kameraden und schnallte sich in einem der Sitze an. Monica war die Erschöpfung der letzten Auseinandersetzung mit den Cayman noch anzusehen, aber sie wusste, dass sie sich um diesen Job nicht drücken konnte. Jetzt ist unser Kumpel aber sauer, keuchte sie und zurrte die Gurte fest. Ich kann seine Gedanken fast hören. Die Dorian trudelte im Sturzflug dem Dschungel entgegen. Der Cayman feuerte erneut und traf den Gleiter an Steuerbord. Zwei Streifschüsse, die das Fahrzeug durchrüttelten, aber keinen großen Schaden anrichteten. Ich hab ihn irritiert. Konnte ihn etwas kitzeln. Elena klang erfreut. Ja, er ist verunsichert. Wir sind eine neue Erfahrung für ihn, bestätigte Monica, während die Dorian zwischen einigen Okanda-Baumriesen dem Waldboden entgegenstürzte. Der Cayman blieb dicht auf. Elena verringerte das Tempo. Ihr Verfolger reagierte, indem er auswich und Backbord an der Dorian vorbeiflog. Die Druckwelle, die er vor sich herschob, traf den Gleiter wie ein Meteoriteneinschlag. Elena hatte Schwierigkeiten, die Maschine unter Kontrolle zu halten. Der Moment, in dem der Cayman damit beschäftigt war, die Kollision zu verhindern, bot Elena jedoch die Gelegenheit, tiefer in die Gefühlswelt des Insektenwesens einzudringen. Der Augenblick, in dem all seine Sinne mit dieser Aktion zu tun hatten, schien eine Schranke niederzureißen, die das normalerweise verhinderte oder zumindest erschwerte. Dieses Türchen war Elena schon bei seinem vorangegangenen Angriff aufgefallen. Es hatte sich einen Spalt weit geöffnet, als Monica ausgeruht und verwegen genug war, den Cayman an seine Grenzen zu bringen. Hast du das mitbekommen? Monica erfasste den Angreifer mit den Sensoren und schoss eine Salve ab, die wirkungslos an seinen Schilden verpuffte. Ja, hab ich, antwortete Elena. Jetzt nicht nachlassen. Wir müssen ihn noch einmal überfordern. Elena beschleunigte. Der Gleiter schoss steil nach oben und durch das dichte Laubdach in den Himmel hinein. Die Mittagssonne schien blendend in das Cockpit, während die Dorian weiter in die Höhe raste. Am besten versuchen wir ihn zu rammen, damit rechnet er bestimmt nicht, schlug Monica vor. Bist du verrückt? Nein, aber du, gab Monica zurück und es klang nur halb wie ein Scherz. Du hast es bei Headley bewiesen. Mach was Unerwartetes. Zeig's mir. Zeig's dem Käfer. Die silberglänzende Jagdmaschine des Außerirdischen tauchte wieder aus dem Grün des Dschungels auf und stieg in flachem Winkel über die Baumkronen aufwärts. Elena rief durch das Schiff. Ich lade 300% Energie in Ihre Kanone, Mayfield. Machen Sie sich bereit zu schießen, wenn Sie die Gelegenheit haben. Mayfield war fassungslos. 300%? Das wird das Geschütz zerreißen. Kann sein, aber das wird unsere Lage auch nicht schlimmer machen. Elena ließ die Dorian zur Erde hinabstürzen und beschleunigte zusätzlich. Die Andruckfelder summten und pressten Piloten und Passagiere tief in ihre Sitze. Während sich Elenas Blickfeld verengte und sie in Ohnmacht zu fallen drohte, kam das schillernde Schiff in sich. Bist du noch bei uns, Fred? Wollte Monica wissen. Mayfields Antwort kam prompt. Ich kotze mein Frühstück aus, aber ich bin feuerbereit. Elena nahm den Cayman erneut ins Visier und ließ einen Hagel von Plasmaladung auf das pfeilförmige Schiff hinabprasseln. Sie richteten zwar keinen Schaden an, aber die Schilde mussten die vernichtende Energie irgendwie kompensieren. Sie konnte die Überlegungen des Cayman wahrnehmen. Seine Irritation. Seine Angst. Er verstärkte die Schildenergie in der Bugsektion. Elena richtete ihr ganzes Denken auf die Kollision aus. Sie dachte nicht daran zu blöffen und im letzten Augenblick auszuweichen. Sie ließ diesem Gedanken kein bisschen Raum. In ihrem Kopf gab es nur den Moment des Aufpralls. Sie musste diese Wahnsinnstat wirklich wollen, wie Monica es gefordert hatte. Da gab es keinen Platz, ans Überleben zu denken. Die Dorian war jetzt ein Geschoss. Nur dazu da, ihren Gegner zu zermalmen. Sie fühlte wie Panik in den Gedanken des Cayman aufstieg. Zweifel. Unsicherheit. Zorn. Elenas Präsenz in seinem Gehirn machte es ihm unmöglich, klare Entscheidungen zu fällen und der Tod war nur noch einen Sekunden Bruchteil entfernt. Der Cayman verlor die Nerven, oder wie immer man das bei ihnen nannte, wich nach der Seite aus und fegte an der Dorian vorbei. Mayfield jagte dem Käfer eine krachende Salve hinterher, die seine Hecksektion traf und ihn zum Trudeln brachte. Ja, der Cayman war dabei, die Fassung zu verlieren. Elena spürte, wie die Verbindung zum Bewusstsein des Cayman stärker wurde. Die Tür öffnete sich erneut. Es fühlte sich an, als wäre Elena in ein Loch getreten. Für einen Augenblick taumelte sie ins Leere, packte instinktiv Monikas Hand. Bilder, Emotionen begannen in ihren Kopf zu strömen. Eine Flut von Eindrücken, die sie nicht bewältigen konnte. Ich übernehme das, Elena, hauchte Monika und die Visionen wirbelten davon. Kümmer dich um die Landung, und dann sehen wir uns mal an, was wir da abgeschossen haben. Einige Zeit später bewegte sich Monika wie durch einen Traum. Die Erde unter ihren Füßen fühlte sich weich und sumpfig an. Die Luft, schwül und von Nebelschwaden durchzogen, nachdem ein kurzes Gewitter niedergegangen war. Die Sonne stach heiß auf die Lichtung herab, die Monika betrat, und an deren anderem Ende das Cayman-Schiff in hohem Gras lag. Eine Flügelspitze berührte den Boden, die andere zeigte Richtung Himmel. Zwei der drei Landebeine steckten tief in der feuchten Erde. Monika war es gelungen, dem Piloten gehörig zuzusetzen. Er schien zumindest nicht in der Lage gewesen zu sein, eine passable Landung zu vollbringen. Der Kontakt zu ihm war noch da, aber ohne Eleanor nicht mehr ganz so intensiv wie zuvor. Monika hatte sich dem Schiff einen Steinwurf weit genähert, dann nahm sie eine Bewegung wahr und blieb stehen. Er steckte in einer der silbernen Rüstungen, die sie schon auf der Baxter-Station zu Gesicht bekommen hatte. Er hielt eine Pistole und versuchte auf Monika anzulegen, doch seine unsicheren und fahrigen Bewegungen machten das unmöglich. Er feierte einen Schuss ab, der weit an Monikas Kopf vorbeizischte. Sie konnte die Verwirrung des Außerirdischen spüren und setzte ihren Weg mit festen Schritten fort. Wieder versuchte er, sie ins Visier zu nehmen, als Monika einen mentalen Vorstoß wagte. Sie verstärkte ihre Konzentration, fixierte die Gefühle des Cayman, die sie wie die Wärmestrahlung einer brennenden Fackel fühlen konnte, und ging selbstbewusst auf das Wesen zu. Die Reaktion blieb nicht aus. Für einen Moment wurden die Empfindungen der Kreatur intensiver. Es war, als hätte Monika in eine erlöschende Glut geblasen. Panik loderte auf, begleitet von einer Menge anderer Gefühle, die wie Funken aufstorben. Einen Herzschlag lang reflektierte diese emotionale Explosion auf Monikas Geist, schlug ihr entgegen wie ein Feuerhauch, aber sie ließ sich nicht davon abhalten, ihre Anstrengungen zu verstärken. Die Gedanken und Gefühle des Cayman schienen zu verblassen, je unnachgiebiger Monika sich zeigte. Nach wenigen Augenblicken sank der Cayman zusammen. Räkelos kauerte er auf dem Boden und ließ zu, dass Monika an Bord seines Schiffes gehen konnte. Das Innere des Fahrzeuges besaß viel Ähnlichkeit mit dem eines irdischen Schiffes. Stromlinienartige und kantige Formen lösten einander ab. In der Kanzel gab es Monitore, Hebel und Knöpfe, die gewiss auch ein Mensch Hand zu haben vermochte, wenn er deren Zweck kannte. Durch die Verbindung mit dem Cayman hatte Monika eine ungefähre Ahnung davon. Sie traute sich durchaus zu, das Ding zu fliegen. Das Cockpit bot Platz für zwei Piloten, die hintereinander sitzen konnten. Monika setzte sich in den vorderen Sessel und fühlte, wie sich die Sitzpolster ihren Körperkontoren anpassten. Wieder jagten Bilder und Eindrücke durch Monikas Kopf, die diesmal nicht vom Piloten stammten, dessen Präsenz sie kaum noch wahrnehmen konnte. Woher sie stammten, war nicht leicht zu lokalisieren, aber sie fühlten sich schwer und erdrückend an, als träte unvermittelt ein urzeitliches Ungetüm aus einem dunklen Dschungeldickicht hervor. Monika sprang reflexartig aus dem Sessel. Hatte sie gerade die Schiffs-KI kennengelernt, die versuchte, mit ihr Kontakt aufzunehmen? Falls ja, was würde als nächstes passieren? Gab es für diesen Fall so etwas wie ein Selbstzerstörungsprotokoll? Oder würde das Schiff abfliegen, um sich einem Jack an Bord einer Cayman-Klinge zu unterziehen? In den folgenden Sekunden hatte Monika genug damit zu tun, ihre aufkeimende Furcht niederzukämpfen. Sie beruhigte sich langsam, als eine Reaktion des Schiffes ausblieb. Aber da war noch etwas anderes, das für einen Augenblick ihre Sinne erhellt hatte wie ein Blitzschlag. Worte! Jemand sprach zu ihr, stellte eine Frage. Die Stimme wallte auf und ab. Sie war wie ein unsteter Windhauch. Pass mal auf, hörte Monika sich selbst flüstern, indem sie die Worte rezitierte, die sie hörte. Es ist echt fantastisch. Musst du erleben, sonst glaubst du es nicht. Monika sprang in ihrer Erinnerung zurück. Sie befand sich auf der Baxter-Station und lag auf dem Rücken eines Cayman-Kriegers, den sie gerade getötet hatte. Dominic Porter war bei ihr und sie streckte die Hand nach ihm aus, um seine Stirn zu berühren. Besser als jeder Trip, hörte Monika die Stimme sagen. Besser als jeder Trip, wiederholte sie. Monika spürte, wie Elena die Kanzel betrat. Schöne Beute haben wir da, Monika. Was für ein Erfolg. Monika stürzte in die Realität zurück und sah Mayfield und Pete Jenkins, die durch den Türrahmen spähten. Ihr solltet doch im Gleiter bleiben. Ist nicht dein Ernst, meinte Petey. Wir konnten dich doch nicht allein da drinnen lassen. Wir dachten nicht, dass du an Bord gehst. Warum nicht? Naja, was wäre denn, wenn das Ding mit dir abgeflogen wäre? Wisst ihr, das kann es immer noch und ihr werdet dann dabei, um zu sehen, wohin die Reise geht. Petey und Mayfield sahen sich gespannt um, aber Monika beschwichtigte. Keine Sorge, ich denke, es braucht in jedem Fall einen Piloten, damit es fliegt. Elena ließ ihre Finger über die Konsolen gleiten und zuckte plötzlich zurück, als hätte sie einen Stromschlag erhalten. Was zum? zischte sie in einer Mischung aus Wut und Überraschung, aber nach einem Augenblick der Irritation senkte sich Elenas Hand wieder herab, um die Stelle nochmals zu berühren. Monika bemerkte, dass es Bereiche auf den Konsolen gab, die golden schimmerten und wie Sensorbereiche aussahen. Was ist passiert? wollte sie von Elena erfahren. Elena sah scheinbar durch Monika hindurch. Sie kommunizieren über diese Schaltflächen. Ich fühle eine mächtige Präsenz. Nimm die Hand weg, befahl Monika und ihre Freundin gehorchte instinktiv, als hätte sie abermals einen Stromschlag erhalten. Benommen, hauchte sie, ja, ist wohl besser so. Aber was machen wir jetzt mit dem Schiff? Sprengen wir es in die Luft? Nein, ich denke, das Ding ist ein perfekter Passierschein. Wenn wir damit ankommen, müssen wir die Akato nicht erst von unserem Können überzeugen. Wir müssen nur irgendwie nah genug an sie herankommen, ohne dass sie uns beschießen. Lassen wir die Dorian vorausfliegen, damit sie sehen, dass da etwas Ungewöhnliches vorgeht. Dann fragen Sie vielleicht zweimal, bevor Sie uns aufs Korn nehmen. Donnergrollen begann die Luft zu erfüllen. Monika vermutete eines der üblichen Gewitter, wie sie allen Talben über den Regenwäldern niedergingen. Doch das durchdringende Rumpeln hielt an und wurde von Sekunde zu Sekunde stärker. Triebwerke, Schiffe im Anflug, bemerkte Mayfield. Große Schiffe, so wie sich das anhört. Monika blickte durch das Kanzelfenster und sah, wie sich eine Gruppe von Cayman-Schiffen über den Himmel schob. Sie flogen tief und jagten blitzende Salven in Richtung Boden. Weiter oben zeichneten sich die Konturen eines mächtigen Cayman-Raumers ab, der gerade von Energielanzen getroffen wurde, die von der Erdoberfläche aus ins All stachen. Sieht so aus, als starrten sie gerade eine Großoffensive. Verdammt, und wir waren so nah dran. Monika konnte ihr Unglück nicht in Worte fassen. Wir sind noch nicht am Ende, Monika, meinte Mayfield. Verschaffen wir uns eine bessere Position und beobachten, was passiert. Dann loten wir unsere Möglichkeiten aus. Monika nickte. Sie hatte zwar Bedenken, aber sie setzte sich in den Pilotensessel, um den Jäger zu storten. Sag den anderen, sie sollen uns mit der Dorian folgen. Du denkst wirklich, du kannst das Ding fliegen? Dachtest du, ich mach Scherze? Ich glaub, du bist verrückt. Okay, Mayfield, pass auf. Der Cayman hat mir unfreiwillig ein paar Kenntnisse vermittelt. Die Tür schwingt nach beiden Seiten. Können ja sein, aber Theorie und Praxis sind unterschiedliche Dinge. Monika lächelte milder. Du hast ja keine Ahnung, was ich alles vermittelt bekommen hab. Eleanor grinste Mayfield an. Den Siebis sei Dank. Die Reisenden haben uns reich beschenkt. Peti gefiel die Sache nicht. Ich bleib bei den Kameraden im Gleiter. Mayfield schien hin und her gerissen, wollte sich jedoch nicht einen Feigling schimpfen lassen. Sprich nur für dich, Peti. Ich werd die Mädchen nicht allein lassen. Kapitel 12 Dominic kam nicht dazu, seine neue Truppe zu begrüßen und mit ihrem Training zu beginnen. Der Angriff der Cayman erfolgte plötzlich und kostete die Akato ein Schlachtschiff, dessen Trümmer wie Meteore in den Bergen herabregneten, die die Ebene einkesselten. Zeitgleich setzten Cayman-Krallen auf, denen Legionen von Soldaten entströmten und sich in das Land um die Rakara ergossen. Die größte von ihnen landete im Norden und beherrschte ein riesiges Areal, in dem weitere Landeboote niedergingen und allerlei Waffensysteme entluden. Das Ausmaß dieser Landeaktion war beispiellos und kam völlig unerwartet. Das Schildsystem des Tempelschiffes summte unter den vielen Schlägen, die es zu verkraften hatte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Energie verbraucht war und der Schutzschirm zusammenbrechen würde. Auch die Ansammlungen von Häusern ringsum erlitten Zerstörungen. Rauch stieg aus den Siedlungen auf. Dominik und seine Soldaten konnten im Moment nicht viel tun. Sie alle waren bereits Krieger, besaßen aber noch keine Ausbildung an Jagdmaschinen oder den Kanonenboten der Akato und es war auch nicht sicher, ob das jemals der Fall sein würde. Die Akato zögerten auch weiterhin, den Menschen Zugang zu ihren schweren Waffen zu geben. Alles, was sie tun konnten, war, Skelks mit ihren trainierten Sinnen aufzuspüren und sie im Nahkampf zu töten. Mit den Akato an der Seite konnte man das schaffen. Doch alleine auf sich gestellt, musste eine Gruppe als Einheit funktionieren, sonst wurde es zu gefährlich. Auf der Brücke beobachtete Dominik zusammen mit Brooks und Davis, wie sich die Schlacht entwickelte. Unzählige Hologramme erleuchteten den Kommandostand der Rakara, in dem der Akato-General Ito versuchte, einen Gegenschlag in die Wege zu läuten. Die Offiziere bemühten sich, ihre Fassung zu bewahren, was nicht allen gelang. Dominik wusste, dass bisher nur wenige Akato einen Angriff dieser Größenordnung erlebt hatten. Die schiere Anzahl von Objekten, die der Computer handhaben musste, versetzte Dominik in Staunen. Ito nahm sich einen Moment Zeit und wandte sich an Brooks. »Jetzt werden sich die neuen Gardisten bewähren müssen. Wie nennt man das bei ihnen? Feuertaufe?« Brooks nickte ernst. Er konnte nichts dagegen machen, aber sein Gesicht verlor gerade jede Farbe. »Wir haben 22 Einsatzverbände und nochmal doppelt so viele in der Ausbildung.« »Sie werden sie alle in den Kampf schicken.« Ito tippte ihm wenig, er erbietig an die Stirn. »Gothra wünscht es so.« Dominik bemerkte den sarkastischen Zug sehr wohl, der unwillkürlich um die Mundwinkel des Akatos spielte. »Pevel ist gerade unten im Trainingsdeck. Er soll Waffen ausgeben,« sagte Davis, dann nahm er Haltung an. »Wo genau sollen wir uns nützlich machen?« »Wir kämen Festungen, sind fast alle nördlich niedergegangen.« Ito deutete auf das große Hologramm, das einen Teil der Erde und die Schiffe im Orbit abbildete. »Die größte von ihnen koordiniert die Angriffe, aber ich sehe keine Möglichkeit, sie aus dem Orbit heraus zu beschießen. Das Abwehrschild ist stark und ich habe angeordnet, die Schlacht in der Umlaufbahn nach Norden zu verlagern, sodass die Cayman nicht direkt ihre Verstärkung anlanden können. »Wir können die Cayman-Festungen nur mit Bodeneinheiten wirkungsvoll attackieren, aber dazu müssen wir Horden ihrer Soldaten ausschalten.« Dominik warf einen Blick auf das Holo, das die Erde und das Kampfgebiet zeigte. »Die Markierungen, die die Flotten darstellten, verschoben sich in Richtung Texas und Nevada.« »Ito führ fort.« »Sammeln Sie Ihre Leute an der Steuerbordseite der Rakara und warten Sie, bis man ihnen Order gibt. Ich werde ihnen einige Bataillone zur Seite stellen. Es versteht sich, dass die Akato-Offiziere die Befehlsgewalt innehaben. Sie werden ihren Anweisungen folgen und sie beschützen, wie sie das bisher gemacht haben. Es bleibt mir nur, ihnen eine gute Jagd zu wünschen.« »Ich, äh, bleib von hier oben aus mit euch in Kontakt«, informierte Brooks, als seine zwei Gehilfen, Maren Zulkow und Norman Brownstein, die Brücke betraten. Dominik lag eine suffisante Bemerkung auf der Zunge, die dem Servan deutlich machen sollte, wie sicher er sich fühlte, wenn Brooks über ihn wachte. Aber er schluckte die Worte hinunter und verließ mit Davis den Kommandostand. Mittels eines Schwebegleiters durchquerten sie die Korridore des Schiffes. Irgendwo begann ein Geschütz zu feuern. Die schweren Salven folgten im Sekundentakt aufeinander wie Hammerschläge und jagten dumpfe Stöße durch den riesigen Rumpf. Die ganze Zeit überschwoll ein tiefer, durchdringender Alarmton durch die Luft. Akato-Soldaten eilten an Davis und Porter vorüber, um zu ihren Stationen zu gelangen oder die Jäger zu bemannen. Dominik nahm das alles nur am Rande wahr. Seine Gedanken galten der Aufgabe, die ihm schwer im Magen lag, und den vielen Männern und Frauen, die er gleich anführen sollte. Dominik verpasste beinahe den Moment, als Davis vom Gleitschlitten sprang und in einem der Korridore verschwand. Der Transporter fuhr weiter und erreichte die Halle, in der Dominik während den vergangenen Wochen seine Rekruten trainiert hatte. Einige schienen schon kampfbereit und bezogen Aufstellung. Nach und nach traf der Rest der Truppe ein, um vom Waffenmeister und seinen Hilfsrobotern Ausrüstung entgegenzunehmen. Helme, Körperpanzer, Gewehre, Pistolen und Munition. Dominik beobachtete, wie 500 Soldaten zu Kampfmaschinen wurden. Schwere Infanteristen, leichte Angreifer und Defensivkräfte, die sich um den Ausbau von Stellungen zu kümmern hatten. Sie alle bildeten einen Einsatzverband fähiger Krieger, die bereits gezeigt hatten, was sie konnten. Die Ausbildungstrupps bereiteten Dominik jedoch Kopfzerbrechen. Sie waren von der Anzahl her gut dreimal größer. In ihnen befanden sich genügend Menschen, die den Abschluss ihrer Ausbildung nicht schaffen würden. Jetzt aber mussten sie kämpfen und konnten sich nicht davor drücken. Es war schwer zu sagen, wie sie sich in der Schlacht verhalten mochten. Ob sie die Nerven verloren oder über sich hinaus wuchsen. Ob sie als Kanonenfutter änderten oder als kampferfahrene Krieger zurückkehrten. Dominik fühlte sich angesichts der Größe dieser Einheiten und des Szenarios, mit dem er zurechtkommen musste, völlig überfordert. Doch es blieb ihm, wie so oft, keine Zeit, über derartige Probleme nachzudenken. Er musste sich darauf konzentrieren, seine Kampfrüstung anzulegen und die Funktionsfähigkeit seiner Waffen zu überprüfen. Den Rest vermochte er kaum zu beeinflussen. Dominik gönnte sich dann einen Moment und betrachtete die Soldaten, die unter seinem Befehl standen. Wir sind jetzt alle in Gottes Hand, murmelte er, als wäre gerade sein abhandengekommener Glaube zu ihm zurückgekehrt. Dann richtete er sich auf. »In zehn Reihen antreten und in losem Tritt folgen«, schrie Dominik, nachdem der letzte Krieger seine Montur angelegt hatte. Er lief in den Schleusenkorridor hinein, um das Schiff zu verlassen. Das Stampfen der Stiefel dröhnte in seinen Ohren. Aus einem der Seitengänge marschierte eine Abteilung von gut 300 Akato heran. Sie fügten sich in die Reihen ihrer menschlichen Spürhunde ein, die sie auch Squierkaji oder Serra nannten. Die ungewöhnliche Truppe erreichte das Ende des Korridors und nahm Aufstellung vor einer gewaltigen Schleuse, die nach draußen führte. Zusammen mit den Akato warteten die Menschen darauf, dass sich das große Schleusentor wie ein Vorhang öffnete und den Blick auf ein flammendes Inferno freigab. Auf Explosionen, Rauch und Qualm durchzuckt vom Licht unzähliger Energiefinger und Plasmabolzen. Bis jetzt hörte man die Schlacht nur und spürte das Zittern des Bodens unter den Füßen. Skorsky, Davis, Foster, Kelman und die anderen aus Dominics ehemaligem Trupp führten ebenfalls ihre Einsatzverbände an. Aber wo das sein würde und ob sie sich in der Schlacht begegnen würden, konnte Dominic nicht sagen. In jedem Fall bedeutete es gerade für jede der Tunnelratten und der Schneekatzen einen steilen Karriereaufstieg, für den sie noch nicht bereit waren. Bestimmt war er nicht der Einzige unter all den Menschen hier, dem gerade das Herz in die Hose rutschte und dem der kalte Schweiß auf der Stirn stand. Er konnte die Präsenz der Cayman fühlen. Weit entfernt, aber deutlich spürbar. Seine weniger empfindlichen Kameraden würden sie auch bald wahrnehmen und dann alles daran setzen, die schwerbewaffneten Akato zu schützen, damit diese ungestört Vernichtung in die Reihen der Cayman trugen. Dominic war so in Gedanken, dass er den Akato nicht bemerkte, der an der vorderen Reihe der Menschen vorbeischritt und sich vor ihm aufbaute. Du, du bist Anführer der Squirkaji. Dominic salutierte. Ja, Sir. Sir. Wiederholte der Offizier etwas verächtlich. Ich bin Ruga Traganak. Ich werde deine Truppe anführen. Wir werden nicht zulassen, dass der Feind das Tempelschiff entweut. Tempelschiff. Entweihung. Der Wahnsinn hatte offenbar auch schon bei den Akato-Eingang gefunden. Der Offizier wirkte jung, zumindest nach Akato-Maßstäben. Dominic wusste inzwischen das Alter der Pferdeköpfe abzuschätzen. Ruga Traganak mit seiner blonden Mähne und den dunklen Augen, die noch einen bläulichen Schimmer besaßen, war gewiss nicht älter als 50 Erdenjahre. Dominic salutierte abermals. Ja, Sir. Der schrille Ton einer Trillerpfeife, die Ruga Traganak unvermittelt an die Lippen gesetzt hatte, halte über ihre Köpfe hinweg. Einige der Akato-Offiziere nutzten diese einfache und altertümliche Signalpfeife, um ihre Truppen im Bodenkampf zu dirigieren. Das war Dominic nicht neu. Es folgten noch zwei kurze Pfiffe und die Schleuse begann sich zu öffnen. Wer es erwartet hatte, glich die Welt vor dem Schiff einer Hölle aus Rauchdunst und flackernden Blitzen. Das Poltern der Explosion lag als andauerndes Grollen über der Szene. Ein weiterer Pfiff, der den Lärm übertönte, und die Akato stürmten hinaus in den Sicherungsstreifen, der die Rakara umgab. Sie liefen in Richtung Mauer, hinter der sich die Wohncontainer und Baracken der Siedlungen türmten, von denen etliche in Flammen standen. Die Soldaten folgten Ruger Traganak, der auf eine Straße zueilte, die durch die Siedlung hinaus in die Wüste führte. Dominic und die anderen Menschen hatten Mühe, mit den Pferdeköpfen mitzuhalten, die dem Kampf entgegenfieberten. In der Siedlung, die die Rakara wie ein Ringwall umgab, herrschte Chaos. Schwer zu sagen, ob bereits Skelks oder Cayman in die Siedlung eingedrungen waren. Dominic hielt das für eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich hatten herabfallende Trümmer aus dem Orbit die Brände verursacht. Er blickte nach oben und sah einen weiteren glühenden Trümmerhagel herabregnen. Sie schlugen weit im Nordosten ein und brachten den Horizont zum Leuchten. Ob es sich um die Fragmente eines Akato- oder Cayman-Schiffes handelte, war nicht zu erkennen. Am Rande der Siedlung angekommen, bezogen die Akato-Stellungen und bauten Geschützstellungen aus. Das Land fiel in Richtung Nordwestenleucht ab. In der Ferne konnte man die Ruinen von Mexico City sehen, zwischen denen die Cayman-Kralle niedergegangen war. Das kegelförmige Gebilde erhob sich auf acht Beinen über die zertrümmerten Gebäude und begann das Feuer einzustellen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Cayman-Kriege an ihr Einsatzziel herangerückt waren. Einige Panzerfahrzeuge rollten aus den Landeboden der Akato und stoppten vor den Reihen der Soldaten. Große, klobige Fahrzeuge, die wie grob behauene Holzklötze wirkten. Die kurzen Läufe ihrer Waffen zielten in die Ebene. Die Truppen richteten Marser und Abwehrgeschütze ein, die kurz darauf das Feuer eröffneten. Die Gefechte dauerten die ganze Nacht hindurch an, dann bis in den Morgen und in den folgenden Abend hinein. Die Flotten beider Kriegsparteien waren nicht mehr zu sehen. Offenbar hatten sich die Kämpfe tiefer ins All verlagert. Schwer zu sagen, ob das im Interesse der Akato lag oder ob es Schlimmeres bedeutete. Es gab intensive Bodengefechte, die sich über das ganze Land erstreckten, soweit das Auge reichte. Weder die Akato noch deren Gegner wollten es riskieren, dass den Bodentruppen die Schrapnellgeschosse detonierter Raumer oder die Schiffe selbst auf die Köpfe fielen. In den vergangenen Stunden erlebten Dominic und seine Soldaten etliche Skerkangriffe, die sie jedoch abwehren konnten, ohne viel Verluste zu erleiden. Berauscht vom Erfolg seiner Einheit, den sie nicht zuletzt ihren menschlichen Spürhunden zu verdanken hatten, war Ruga Traganak mit seiner Truppe weiter vorgedrungen, als er es beabsichtigt hatte. Jetzt befanden sie sich in einer flachen Talmulde, gut 25 Kilometer von der Rakara entfernt. Der Akato-Offizier stand mit einigen seiner Kämpfer am Rand der Mulde und spähte über das Land hinweg, das in tiefer Abenddämmerung lag. Er hatte nach Dominic schicken lassen, der sich nun dem großen Außerirdischen näherte. Der Akato-Offizier setzte sein Okular ab und winkte ihn ungeduldig heran. »Trödle nicht herum«, blaffte er Dominic an und deutete in die Ferne. »Was ist da vor uns in dem Canyon?« Dominic fühlte die Gegenwart der Cayman deutlicher als jemals zuvor. Aber da war noch etwas anderes. Etwas seltsam Vertrautes, Intensives. Für einen Moment dachte er, es könnte ein Gothrak sein oder eine ganze Herde von ihnen. Das hätte ihn zumindest nicht überrascht. Die Präsenz war überdeutlich, aber es schien sich weder um diesen neuen Monster noch um Skilks oder Cayman-Krieger zu handeln. Die Empfindung war schwer einzuordnen. Es war als Pocher ein gewaltiges Herz unter dem Land, das Ströme von Energie in seine Gedanken pumpte. »Scooter, Skoralkraner, träumst du etwa?« knurrte der Akato. »Sie halten Abstand«, erklärte Dominic, so plötzlich aus den Überlegungen gerissen. »Aber ich fürchte, sie wollen uns einkreisen.« Er machte eine Handbewegung, welche die ganze Gegend um sie herum einschloss. Wieder nahm er einen Impuls wahr. »Der größte Ansammlung von Skilks befindet sich nordöstlich unserer Stellung, etwa vier Kilometer entfernt.« Ruger Traganak wies seine Leute an, Stellung zu beziehen, um Vorstöße aus dieser Richtung abzuwehren. Einige Panzer setzten sich in Bewegung. Ein Trupp schwer bewaffneter Akato begann, ein Geschütz zu postieren und auszurichten. Dominic hielt es für notwendig, sich nicht den Rückweg abschneiden zu lassen. »Welche fühle Feindbewegungen in Südwest?« behauptete er. »Distanz etwa sechs Kilometer. Sie könnten uns in den Rücken fallen.« Der Offizier gab entsprechende Befehle. Kurz darauf flog ein Gleiter ab, der eine Gruppe Kämpfer in die entsprechende Position brachte. Inzwischen war die Dämmerung verblasst und die Sterne kamen hervor. Ruger Traganak hob erneut das Fernglas vor sein Gesicht. »Wir sind der Festung sehr nahe gekommen. Wir sind weiter vorangekommen als die anderen Gruppen. Weiter als gewohnt. Als ich auf anderen Welten kämpfte, war das immer ein Risiko, eine Dummheit. Aber ihr seid nützlich. Ich kann viel riskieren.« Dominic befürchtete, dieser Umstand könne den Ehrgeiz des Akato wecken. Er beschwichtigte. »Wir sind keine Götter. Wir kämpfen. Wir bluten. Und wir sterben.« Der Akato grunzte. »Mir wird von uns auch nicht verlangt. Aber wir werden sehen, wie weit wir die Sache Skira rausreizen können.« Noch ehe Dominic einen Einwand erheben konnte, gab der Offizier den Befehl, abzurücken. Ein Teil der Truppe blieb zurück, um die Talmulde zu einem Stützpunkt auszubauen. Der Rest machte sich wenig später daran, weiter vorzurücken. Dominic überprüfte sein Gewehr, den Inhalt seiner Provianttasche und die metallenen Medizinampullen, die in seinem Gürtel steckten. An einen jungen, ambitionierten Offizier zu geraten, gehörte schon immer zu den Dingen, vor denen es Dominic am meisten geräute. Kapitel 13 Es war keine Überraschung, dass der unüberlegte Vormarsch die ganze Truppe in Schwierigkeiten brachte. Dominic und seine Kameraden hielten sich zwar vortrefflich und verlangten den Akato Bewunderung ab, doch die Verluste stiegen. Inzwischen war es den Cayman auch gelungen, weitere Landungsboote abzusetzen. Dominic fühlte, wie die Menge an Feinden anwuchs. Zumindest schienen sie nicht weniger zu werden und Traganax-Bataillon allmählich einzuschließen. Das Terrain bestand aus Hügeln und trockenen Flusstälern. Die Hänge waren von dichtem Buschwerk bewachsen. Felsblöcke, die ins Flussbitt gerutscht waren, behinderten die Sicht oder boten Schutz, je nachdem, wie man es betrachtete. Kurz vor Morgengrauen begann ein tiefes Brummen, die Luft vibrieren zu lassen. Ein Durachkar, erklärte Traganak. Ein Protektor. Dominic verfolgte, wie ein großer Raumer der Akato über den Himmel schwebte. In der rauen Oberfläche des Schiffes fing sich das Licht der Morgensonne und beleuchtete dessen knorrige Formen. Er wird den Tempel schützen, erläuterte Ruga Traganak weiter. Damit war jeder Zweifel beseitigt. Dieser gigantische Angriff, der sich über weite Teile des Landes und des Orbits erstreckte, galt der Rakara. Die Caymen waren bereit, alles ins Gefecht zu werfen, um sie zu zerstören. Und die Menschen im Umkreis gleich mit. Ich muss mir einen Eindruck unserer Lage verschaffen. Von hier unten aus geht das nicht. Ich muss aus dem Canyon raus, sagte Dominic. Ruga sah zum Rand der Schlucht hinauf. Ich gebe dir ein paar Soldaten mit. Geht kein Risiko ein. Dominic und seine pferdeköpfigen Begleiter arbeiteten sich durch Geröll und Buschwerk hinauf zur Kante des Canyons. Oben angekommen, widmete er sich dem Schiff, das sich auf der Rakara herabsenkte. Über dem Tempelschiff flimmerte die Luft. Ein Energieschild von immenser Stärke. Dominic gelang es nicht, seine Belustigung zu unterdrücken. Er lachte und erntete die irritierten Blicke der Akator. Einer von ihnen wollte wissen, was hat das zu bedeuten, ziehen sich die Caymen zurück, gibt es gute Nachrichten, was fühlst du, Mensch? Das sind aber eine Menge Fragen, gab Dominic zurück, nachdem er sich wieder gefangen hatte. Ich denke nur daran, wie wichtig wir plötzlich für euch und die Käfer sind. Er sah zu dem Akator hinauf, der ihn angesprochen hatte. Wie ich mich fühle? Unentbehrlich fühle ich mich. Wie eine Knarre, die jemand nicht missen möchte, weil er Angst hat. Unvermittelt geriet Dominic ins Taumeln. Zuerst glaubte er, einer der Pferdeköpfe hätte ihm einen Tritt in die Kniekehle verpasst. Er fiel gegen den Akator, der ihn von sich stieß. Was soll das? Fauchte ihn der Außerirdische an. Dominic fand sich auf der Zora wieder. In einem der Mannschaftsquartiere. Die grauen Metallwände, vollgekritzelt mit Symbolen und Bildern fremder Welten. Das sind Teile unserer Visionen, hörte er eine Stimme sagen. Nichts davon ist nur ein Traum. Alles ist real. Vertrau mir. Dominic erkannte die Stimme wieder. Es war die von Monika Simons. Und die Szene entstammte einer gemeinsamen Erinnerung. Hast du genug gesehen? Erkundigte sich der Pferdekopf und schüttelte Dominic durch. Dann gehen wir wieder nach unten. Hier sind wir nur Zielscheiben. Ein Moment noch. Dominic fühlte, wie die Visionen aus seinem Kopf verschwanden, als flöge ein Bienenschwarm aus seinem Schädel. Sie wirbelten davon und für einen Moment konnte Dominic wahrnehmen, woher diese Gedanken gekommen waren. Es war schwer zu sagen, ob ihm seine Sinne in Streich spielten. Die schlaflosen Stunden, die Anspannung, die Emotionen der Cayman, die immer auf ihn eindrängten. Ein Effekt, hervorgerufen durch all die toten Skirks, deren Blut das Land drängte. Das ganze Gebiet verwandelte sich dadurch in einen gewaltigen Resonanzkörper, auf den Dominics Neuronen ansprachen. Was ist jetzt? drängte der Kater. Wir müssen weiter nach Nordwest, platzte es aus Dominic heraus. Warum? Er wusste selbst nicht, warum. Er folgte nur einem Impuls oder einer Eingebung. Traganak wird es wissen. Er hatte gewiss Gründe, mich vorauszuschicken, antwortete Dominic. Er erntete, ungläubige Blicke. Offenbar herrschte Uneinigkeit unter den Akkater darüber, für wie fähig man den jungen Offizier hielt. Dominic beschwichtigte. Die Götter haben Pläne mit uns. Wer kann schon sagen, welche Bestimmung sie uns zugedacht haben. Das weiß man nur, wenn man den Weg bis zu Ende gegangen ist. Du machst Scherze, Mensch. Nein, bei uns Menschen gibt es ein Sprichwort. Wollt ihr es wissen? Dominic schaute in die Runde. Die Akkater sahen einander skeptisch an. So wie es aussah, fürchteten sie sich vor dem, was Dominic zu sagen hatte, so als könne es ein schlechtes Omen bedeuten. Schließlich sagte er, Gott bedient sich der Narren, um seinen Willen auszuführen und um die Weisen zu beschämen. Ergänzte einer der Pferdeköpfe. Der Tor ist der Mund Otains. So ist es, bestätigte Dominic. Genau so ist es. Kapitel 14 Inzwischen tauchten wieder größere Kampfverbände beider Parteien am Himmel auf. Sie versuchten, Bodentruppen abzusetzen, doch das dichte Abwehrfeuer machte es beinahe unmöglich. Die Cayman-Kralle deckte die Landungsboote mit Salven ein und auch von den Stützpunkten, die die Cayman installieren konnten, wurden die Akkater beharkt. Aber immerhin ging es den Insektuiden nicht anders, wenn sich ihre Invasionsschiffe der Erdoberfläche nährten und von den Kanonen der Akkater vom Himmel gepflückt wurden. Auf frappierende Weise erinnerte Dominic die Situation an die Grabenkämpfe in einem der vielen Kriege der Menschheitsgeschichte. Er entsann sich an seinen Geschichtsunterricht. An wackelige Bilder in schwarz-weiß, in denen Soldaten über kahle Landstriche wankten, eingedeckt von Artilleriesalven, die das Land in eine Kraterlandschaft verwandelten. Ein grauer Todesacker, auf dem sie wie Gespenster umherwandelten. Dominic hätte nie geglaubt, sich einmal in einer ähnlichen Lage wiederzufinden. Nachdem sie eine Weile über flaches Land marschierten, waren sie froh, als Ruga Traganak den Rückzug zur Basis anordnete und sie wieder in einen der Canyons hinabstiegen. Auch wenn sich die Skelks in diesem Terrain etwas angriffslustiger zeigten, die steilen Wände schützten sie wenigstens vor dem Bombardement. Zwar gelang es ihnen, die Attacken der Ungeheuer stets abzuwehren, doch jedes Mal mussten sie Verluste hinnehmen. Außerdem war es unmöglich, den Weg zum Stützpunkt zurückzunehmen, den sie gekommen waren. Dominic fühlte die Gegenwart tausender Skelks, die mittlerweile das Land zwischen ihnen und der Basis durchstreiften. Die Truppe war auf etwa 500 Krieger geschrumpft. Akato und Menschen drängten sich in einer engen Schlucht, auf deren Grund ein kleiner Bach floss. Das schmale Tal mündete in einer Höhle, die jedoch nicht tief in den Felsen hineinreichte. Die Soldaten sammelten sich auf den Steinen des Bachbettes und ruhten sich ein wenig aus. Die Intensität der Kämpfe nahm etwas ab, was den Soldaten Zeit verschaffte, wieder Kraft zu tanken. Dominic wollte dennoch nicht zu lange tatenlos bleiben und teilte die verbliebenen Kameraden in vier Gruppen ein, die sich um das Lager verteilen sollten, um Wache zu stehen. Viele Akato schlossen sich ihnen an und kletterten wieder aus dem Tal hinaus. Sie fühlten sich bei den Menschen offenbar sicherer als in der Gemeinschaft ihrer Artgenossen. Die Akato-Offiziere stritten miteinander. Ruga Traganak kam nicht umhin, sich eingestehen zu müssen, in den vergangenen Stunden viel von seiner Autorität eingebüßt zu haben. Er beschloss, alles daran zu setzen, zum Stützpunkt zurückzukehren, nachdem sich die Soldaten genügend ausgeruht hatten. Dominic behagte die Enge des Tales nicht. Da er nicht damit rechnete, in den nächsten Minuten neuer Order zu erhalten, schloss er sich einem der Wachtrupps an. Sie stiegen die Klippen hinauf und bezogen hinter ein paar Felsen und Sträuchern Stellung. Ein mexikanischer Soldat, etwas älter als Dominic, mit schwarzen Haaren und dunklen Augen, der den Abschluss seiner Ausbildung noch vor sich hatte, wandte sich an Dominic. Was ist er mit den dunklen Engeln? Wollte er wissen. Würden Sie uns beistehen? Bei den dunklen Engeln handelte es sich um Gothrax. Der Begriff war eine Schöpfung der Rekruten und zeigte den Akkatu-Priestern, dass ihre Planungen in die gewünschte Richtung gingen. Der religiöse Bezug fand ihre Billigung und diese Bezeichnung zu verwenden, wurde nicht verboten. Ich habe gehört, fuhr der Mann fort. Man könne einer von ihnen werden. Das ist eine großartige Vorstellung. Diese Worte überraschten Dominic. Den Wunsch nach Metamorphose, die er ganz und gar nicht als berauschend empfand, bildete die zweite Phase des Planes, den sich Brooks, Davis und Skorsky ausgedacht hatten. Offenbar war etwas durchgesickert und begann bereits, Frucht zu tragen. Dominic bezweifelte jedoch, dass einer der Rekruten bereits einen leibhaftigen Gothrak zu Gesicht bekommen hatte. Die Akkatu sahen diese spezielle Züchtung für die Feldzüge vor, die sie in Asgarun bzw. den inneren Welten durchführten. Er hielt es für unwahrscheinlich, dass sie diese Geheimwaffe hier auf der Erde benutzen und aufs Spiel setzen wollten. Auch wenn Dominic den speziellen Gothrax mit Abscheu begegnete, in ihrer derzeitigen Lage hätte er gerne einige der Killermaschinen bei sich gehabt. »Echa, ich kann dazu nichts sagen«, antwortete Dominic und spähte über das dunkle Land hinweg. »Es ist also ein heiliges Geheimnis.« »Alles andere als heilig«, lag es ihm auf der Zunge. Laut sagte er, »es ist nicht gut, zu viel darüber zu erfahren.« »Also ist es mehr, als unser Verstand zu tragen, Vermark.« »Ja, ja, genau so ist es. Der Mann hatte den Sachverhalt besser getroffen, als er es wohl beabsichtigt hatte. Damit wollte es Dominic bewenden lassen.« »Sie haben sie gesehen.« »Ja, das muss beeindruckend gewesen sein.« Dominic wollte nicht lügen. Sie waren in der Tat beeindruckend. Noch während er sich eine passende Antwort überlegte, die diese Unterhaltung beenden sollte, nahm er erneut einen Impuls wahr. Wiederum eine angenehme und vertraute Empfindung, begleitet von Bildern, die in seinem Kopf wie ein Film abliefen. Er sah einen Canyon, der dieselbe Beschaffenheiten aufwies wie jene, in denen sie seit Stunden marschierten. Er sah einen markanten Felsblock, der wie ein umgestürzter Obelisk im Bachbett lag. Dominic jagte in einem fremden Körper über Steine und schlammige Pfützen hinweg und folgte dem gewundenen Verlauf der Schlucht. Er sprang über einen verkohlten Baumstamm und landete in einem Tümpel. Wasser spritzte auf. Dominic fühlte, wie die lauwarme, stinkende Brühe über sein Gesicht ran. Die Vision verblasste und löste sich auf. »Was ist denn mit ihnen?« Der mexikanische Soldat bewegte die Hand vor Dominics Augen hin und her. »Sind Sie wieder bei uns?« Dominic sah, dass auch andere Soldaten herangekommen waren und ihn irritiert und neugierig anstarrten. »Was ist passiert?« »Was glotzt dir?« »Sie waren für ein paar Minuten wie erstarrt,« teilte ihm der ältere Soldat mit. »Hatten Sie einen Traum?« Dominic wiegelte ab. »Wir alle haben diese Impulse. Manchmal ist es eben stärker.« »Sie sind weit weg.« »Die Skirks, meine ich.« »Sie sind nicht in der Nähe,« gab der Mann zurück. Dominic sah ein, dass es keinen Sinn hatte, Ausflüchte zu suchen. Er sprach nicht mit Leuten, denen es an Erfahrungen mit den Caymen mangelte. Warum also so tun, als wäre nichts geschehen?« »Meine Sinne sind schärfer als eure,« erklärte Dominic. »Das ist uns bekannt. Deswegen würden wir gerne erfahren, was wir tun sollen.« Der Mexikaner hielt einen Moment inne und studierte Dominics Gesicht, wie ein Arzt, der nach Anzeichen einer Erkrankung suchte. »Sie wissen bestimmt, was wir zu tun haben. Oder nicht?« Dominic wandte sich ab und spähte über die Wildnis hinweg. Ihn überkam das unwiderstehliche Verlangen, der Sache auf den Grund zu gehen und die Quelle der Visionen zu finden. Sie musste in der Nähe sein, denn die Eindrücke besaßen Stärke und die Bilder klare und fest umrissene Konturen. Alles Nebelhafte, das den Visionen so oft anhaftete, war fort. Dominic fragte sich aber auch, ob es sich vielleicht um eine Falle handelte. Konnte das, was er empfand, die Spiegelung seiner eigenen Gefühle und Erinnerungen sein, aufgegriffen und zurückgeschickt wie eine Reflexion. Ein geschickt ausgeworfener Köder, um ihn zu fangen. Auszuschließen war das nicht. Die Cayman wussten mittlerweile viel über die Zusammenarbeit der Akato mit den Menschen. Wer konnte schon sagen, ob sie nicht konkrete Informationen darüber besaßen, wem sie den ganzen Schlamassel zu verdanken hatten. Oder bewertete Dominic seine Rolle gerade als zu wichtig. Er wandte sich wieder dem Mexikaner zu. Wie heißen Sie? Antonio Mendez. Und bist du gläubig, Antonio? Ich weiße, dass Gott mir meinen Weg zeigt. Also bist du hier aus einem bestimmten Grund? Ja. Gut. Dominic stand auf und schulterte sein Gewehr. Ich brauche Leute, die Vertrauen haben und Mut. Was er damit eigentlich sagen wollte, war, dass er Krieger benötigte, die keine Fragen stellten, die ihre Mission über alles stellten und bereit waren, sich auf Dummheiten einzulassen. Eine fanatische, religiös geprägte Grundstruktur konnte dabei nützlich sein. Eine Gruppe aus zehn Soldaten, bestehend aus Männern und Frauen, reagierten auf Dominics Worte, indem sie sich erhoben und neue Magazine in ihre Waffen schoben. Wohin wollt ihr? Protestierte einer der Akato. Sein Name war Paru und er gehörte zu den Unteroffizieren. Nur die Ruhe, Paru. Einige von uns bleiben bei euch und werden kläffen, wenn euch die Skirks zu nahe kommen. Wollt ihr euch verdrücken? Die große Hand des Pferdekopfes sank auf den Knauf seiner Pistole. Dominic hatte inzwischen gelernt, auf die Drohungen und den Ärger der Akato mit Gelassenheit zu reagieren. Ich werde dafür sorgen, dass ihr keine bösen Überraschungen erlebt. Etwas später hatte die kleine Gruppe es geschafft, unbehelligt ein gutes Stück über die Ebene zurückzulegen, bevor sie wieder in eine Schlucht hinabgestiegen war. Hier erkannte Dominic einige Details wieder, die er in seiner Vision gesehen hatte. Die Form einer Klippe, die einem Geierkopf ähnelte, und einen halbmondförmigen Tümpel. Danach durchquerten sie einen sumpfigen Bereich, in dem der Bach, der leise unter dem Geröll murmelte, wieder etwas zutage trat. Die bedrückende Stille, die in der Schlucht herrschte, legte sich wie eine Stoffdecke über die Ohren. Die Schritte der Soldaten auf dem staubigen Kies klangen dumpf. Alle Tiere hatten sich in ihre Schlupfwinkel verkrochen. Kein Windhauch regte die stehende Luft. Hin und wieder erhellte ein Blitz die Dunkelheit. Dominic sah nach oben. Eingerahmt von den dunklen Felsgraten zeigte sich ein Fetzen des Sternenhimmels. Das Flackern entfernter Explosionen ließ ein paar niedrige Nebel- oder Rauchschwaden aufleuchten, die über das Land zogen. Eine Detonation grollte, und die folgende Erschütterung löste ein paar Steine, die in die Schlucht polterten. Nach einer Weile weitete sich das enge Tal. Etwas mehr Licht sickerte nun auf den Grund des Canyons. Der verkohlte Baum, den Dominic gesehen hatte, kam in Sicht, und danach der markante Felsen. Aber gleichzeitig geschah noch etwas anderes. Details der Umgebung tauchten auf, als lichtete sich ein Nebel, der die Dinge bisher verhüllt hatte. Ein Nebel, der jedoch nur in Dominics Bewusstsein existiert hatte, und der jetzt verschwand. Jemand manipulierte die Information, die vom Auge zum Gehirn drangen, und radierte gewisse Einzelheiten aus. Dominic staunte, als er einen Gleiter sah, der in der Schlucht gelandet war. Und noch verblüffter war er über das Cayman-Schiff, das dahinter stand, wie ein riesiger silberner Raubvogel. Zwei Männer tauchten quasi aus dem Nichts auf und richteten ihre Gewehre auf Dominic und seine Begleiter. Waren sie am Ende doch in eine Falle getappt? Aber welchen Sinn sollte das haben? Unruhe machte sich unter den Kameraden breit. Allem Anschein nach nahm auch sie die Veränderung ihrer Umgebung wahr. Jemand fluchte, und ein anderer sprang hinter einem großen Stein in Deckung. Waffen runter, beruhigt euch! Befüll Dominic den Soldaten, die dabei waren, ihre Gewehre zu entsichern. Der Ältere der beiden unbekannten Männer hob die Hand und trat vor. Alles okay, wir tun euch nichts. Wir mussten nur sicher gehen, dass ihr nichts Dummes macht. Dominic konnte den Blick vom Schiff der Cayman nicht abwenden. Der Ältere Mann fuhr fort. Ja, ich weiß, ist schon eine ungewöhnliche Kombo. Aber, naja, mein Name ist Mayfield, der Junge hier ist Petey. Peter Jenkins, korrigierte der junge Mann. Einer von Dominics Leuten meldete sich zu Wort. Was soll das? Macht ihr gemeinsame Sache mit den Käfern? Mayfield grinste. Wenn das so wäre, wäre keiner von euch mehr am Leben. Dominic interessierte etwas anderes. Er tippte gegen seine Schläfe. Wie habt ihr das gemacht? Oh, wir haben gar nichts gemacht. Mayfield drehte sich kurz um, als noch weitere Bewaffnete aus dem Gleiter stiegen. Alles unter Kontrolle, rief er ihnen zu. Das ist der, den wir erwartet haben. Hat noch ein paar Kumpels mitgebracht. Er drehte sich wieder zu Dominic. Dich haben wir tatsächlich erwartet. Kein Scheiß. Warum mich? Äh, das erklärt sie dir am besten selbst. Mayfield bedeutete Dominic mitzukommen. Äh, ihre Leute können sich im Gleiter ausruhen. Macht euch keine Sorgen, hier sind wir sicher. Wir haben Kaffee. Wer will kann einen haben. Nur Kuchen gibt's keinen. Wir sind ja schließlich im Krieg. Sie nährten sich dem Gleiter, als jemand die schmale Rampe unter dem Bauch des Cayman-Schiffes herabstieg. Es handelte sich um eine Frau und die Art, wie sie sich bewegte, kam Dominic vertraut vor. Sein Herz machte einen Sprung, als sich ihre Blicke trafen. Die Verblüffung äußerte sich in einem Keuchen, als hätte ihm jemand in den Bauch geboxt. »Eleanor?« Er blieb stehen und betrachtete die junge Frau, auf deren Mina sich das gleiche ungläubige Staunen breitmachte. Sie hielt kurz inne, bevor sie mit festem Schritt näher kam. »Hah, dieses Miststück hat mir nichts davon gesagt.« Dominic stemmte die Hände in die Hüften. »Nette Begrüßung.« Eleanor schüttelte den Kopf und musterte Dominic eindringlich. »Wisst du es wirklich? Hast dich ganz schön verändert.« »Ja, du aber nicht.« »Das ist kein Kompliment, Dominic. Wer sich in diesen Zeiten nicht anpasst, ist ein Dummkopf.« »Ist Monika hier?« »Und Ben?« »Benjamin?« »Ja, Monika ist hier.« »Ben?« »Na ja, das ist kompliziert.« »Und das Thema kann warten.« Sie ergriff Dominics Hand. »Komm, ich bring dich zu ihr.« Die beiden betraten das Innere des außerirdischen Fahrzeugs. Dominic staunte über die Formen und den Glanz, den es ausstrahlte. Gleichzeitig aber gewann er die Überzeugung, dass seine Eindrücke mit den Empfindungen einer fremden Präsenz unterlegt waren. So als ob das Schiff versuchte, eine Art geistiges Make-up aufzulegen, um den neuen Besitzer zu beeindrucken. Das selbe Gefühl hatte er schon einmal gehabt. Er entsann sich an die Höhle auf Dostra, wo ihm Longhill Betsy gezeigt hatte. Jenes Oponi-Schiff, das in Wirklichkeit Sira hieß und das mit ihm in Verbindung getreten war. Eine Stimme wallte durch seinen Kopf. »Schön, dich zu sehen.« »Ich konnte es gar nicht glauben, als ich dich da draußen gefunden hatte.« »Fast bin ich versucht, es Vorsehung zu nennen.« »Ich hab dich einige Male angestupst, aber du hast seltsam reagiert.« Dominic und Eleanor erreichten die Kanzel, wo Monica Simmons in einem übergroßen Sessel zu schlafen schien. Ihre Finger umklammerten die Steuerknüppel, so als wolle sie gleich starten. Monica fuhr fort, ohne die Lippen zu bewegen. »Interessant, was die Akato hier aufgezogen haben. Ich frag mich, was du damit zu tun hast.« »Ja, ich frag mich das auch. Ich kann nur sagen, dass mich die Ereignisse ziemlich überrollt haben. Die Akato sehen in uns eine Möglichkeit, die Cayman zu besiegen. Und die Cayman sehen das offenbar auch so. Ah, die wollen hier alles vernichten.« Monica schwieg einen Moment. »Wunderst du dich gar nicht, wie wir an dieses Ding hier geraten sind?« Dominic lachte leise. »Mich überrascht fast gar nichts mehr. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Allerdings muss ich gestehen, nicht mit annähernd so viel Erfolg.« »Auch ein Cayman-Schiff geköpert, was?« »Nein, es war ein anderes. Aber es scheint, dass gewisse Rassen eine Vorliebe dafür haben, Symbiosen mit ihren Schiffen einzugehen.« »Das sind keine wirklichen Symbiosen,« korrigierte Monica. »Ich kann mich jederzeit lösen, ohne Schaden zu nehmen. Aber im Augenblick will ich das nicht. Es ist berauschend.« »Ich weiß, wovon du sprichst, aber leider haben wir gerade andere Probleme.« Eleanor schien die Unterhaltung mitverfolgt zu haben. »Wir wollen uns den Akato anschließen. Wir suchen eine Möglichkeit, von hier zu verschwinden. Das Schiff hier sollte unsere Eintrittskarte sein.« Dominic nickte kurz und fragte, »Wo ist übrigens der Pilot?« »Habt ihr ihn irgendwo gefangen gesetzt?« Eleanor lächelte kurz. »Oh, ich glaub, der irrt irgendwo da draußen rum und versucht, seinen Verstand wiederzufinden.« »Puh, na ja, schade. Es wäre vielleicht nützlich gewesen, ihn ein wenig auszufragen.« Erneut erklang Monikas Stimme in seinen Gedanken. »Ist nicht nötig. Ich habe eine Menge seiner Erinnerungen in meinem Kopf. Es ist zwar schwer, sie zu ordnen, aber ich denke, ich bekomme es hin, schlau daraus zu werden.« »Ha, na ja, also wenn die Cayman hier alles platt machen, hat euer Geschenk keinen Wert mehr.« Nachdenklich berührte Dominic einige der goldenen Sensorflächen. »Aber wenn wir es nutzen könnten, um das Blatt zu wenden?« Für einen Moment meinte er, einen Stoß in den Rücken erhalten zu haben und in einen Abgrund zu stürzen. Dominic zog die Hand zurück. »Das ist der Cayman, der den Angriff leitet,« erklärte Monika. »Er ist wie eine Spinne im Netz, die die Fäden in der Hand hält. Pass auf, dass du ihn nicht auf uns aufmerksam machst. Ich versuche gerade unsere Position zu verschleiern, was nicht gerade ein Kinderspiel ist. Aber bis jetzt halte ich mich ganz gut.« Dominic hatte genug gesehen und erfahren. Es boten sich tatsächlich ganz neue Möglichkeiten. »Wenn wir es schaffen könnten, das Schiff gegen die Cayman zu verwenden,« »was dann?«, wollte Elena wissen. »Das würde zum einen unser Leben retten und zum anderen den Akato-Respekt einflößen.« »Heißt das, Sie respektieren uns nicht?« Dominic hätte gerne etwas anderes gesagt. »Wir sind Spürhunde für Sie. Und Sie halten uns an der kurzen Leine, wenn wir nicht gerade für Sie kämpfen.« Er ließ nicht zu, dass Elena oder Monika an dieser Stelle nachbohren konnten. »Monika, du hast unsere Sinne manipuliert, als wir hierher kamen. Dinge aus unseren Köpfen radiert. Habe ich recht?« »Ja.« »Ich wollte nicht, dass einer von euch meint, er müsse auf jemanden schießen. Ich habe bemerkt, wie angespannt ihr wird.« »Oh, kanntest du das auch bei den Cayman?« »Ich habe die Schnüffler davon abgehalten, uns zu nahe zu kommen.« »Und du hast diese Spinne in ihrem Netz bislang getäuscht, ja?« Monika nickte, die Augen noch immer geschlossen. »Es ist nicht leicht. Mach dir nichts vor. Irgendwann gehen mir die Kräfte aus, und dann wird es brenzlig.« »Ich überlege, dass...« »Na ja, vielleicht sollten wir unsere Kräfte bündeln,« sagte Dominik, der ihre Verunsicherung fühlte. »Wenn wir verlieren, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Cayman uns hier finden.« »Wie du sagst, du wirst müde, und die Spinne schlägt dann zu.« »Bis dahin sollten wir doch etwas bewirkt haben.« »Hast du irgendetwas Nützliches aus dem Kopf des Käfers ziehen können?« »Etwas über die Cayman-Klinge.« Monika brauchte eine Weile mit ihrer Antwort. Schließlich kommunizierte sie. »Ein paar Bilder aus dem Inneren. Du spielst doch nicht mit dem Gedanken, dort einzudringen.« »Doch, das tue ich.« Ihr Gesicht verloren Farbe. »Mit den wagen Informationen und lediglich mit Vermutungen, was uns dort drinnen erwartet. Ist das doch Wahnsinn.« »Irgendwie ist es das doch immer, oder nicht?« Er richtete seine Aufmerksamkeit für einen Moment auf Eleanor, die stets für ein Wagnis gut war. »Ich meine, wir gehen beharrlich vorwärts und überwinden jedes Hindernis, kämpfen, Probleme lösen, weitermachen.« Ich wüsste nicht, wann ich mir jemals genau darüber im Klaren gewesen wäre, was ich zu erwarten hatte. Oder wie meine Chancen standen. Ist das bei euch etwa anders? In den folgenden Sekunden sagte niemand ein Wort oder wagte auch nur einen Gedanken zu denken. Aber Emotionen waren unmöglich zu beherrschen. Schneller als jede Überlegung brachen sie alle Barrieren und legten die wahren Absichten bloß. Dominik konnte spüren, wie wilder Tatendrang in Eleanor aufstieg. Es war wie das Aufflackern einer Gelut, in die jemand hineingeblasen hatte. Die Hitze, die gerade von ihr ausging, war atemberaubend und bedrohlich zugleich. »Wir sollten es versuchen, Monika.« »Ich bin gut im Täuschen, wie du weißt,« meinte die junge Frau zuversichtlich. Dominik spürte zwiespältige Empfindungen in Monika aufsteigen. Ein Anflug von Abscheu und Furcht war ebenfalls dabei. Was immer Eleanor gerade mit ihren Worten angedeutet hatte, Monika reagierte darauf ziemlich heftig und schien beinahe ihre Selbstkontrolle zu verlieren. Eine schreckliche Szene wirbelte durch Dominiks Kopf. Jemand erhielt einen Kopfschuss aus nächster Nähe und während der Körper zu Boden fiel, löste sich das Bild wieder auf wie eine Nebelwolke im Wind. War das eine Absicht, die zu einer Vision geworden war, oder eine Erinnerung? Und wenn ja, von wem stammte sie? Zu viele Fragen, mahnte sich Dominik. Es galt sich einer großen und gefährlichen Aufgabe zu widmen. Nichts anderes durfte ihn jetzt beschäftigen. Eleanor fügte an, Ich würde es zu gern an einem Cayman-Boss versuchen. Lass es uns ausprobieren, Monika. Es wird der Hammer, wenn wir es schaffen. Dominik hatte seine Probleme, die schreckliche Szene zu vergessen, die durch seinen Kopf spukte, und das umso mehr, je stärker er sie zu verdrängen suchte. Mit belegter Stimme sagte er, Ich denke, das ist ein guter Plan. Fast könnte man glauben, das Schiff hier ist uns nur aus diesem Grund in die Hände gefallen. Und naja, in der Vergangenheit hat man so etwas ja schon öfter gemacht. Ich meine, in eine feindliche Basis eindringen und das Kommando ausschalten. Ja, das dreckige Dutzend, bemerkte Monika. Mein Vater hat die Klassiker geliebt. Ah, und diesen anderen Film, in dem sie die Pläne von dem imperialen Planetenkiller stehlen. Alle gehen drauf. Ah, ich denke da eher an das griechische Pferd, wiegelte Dominik ab. Eleanor hob die Augenbrauen. Trojanisch, dachte ich. Tja, genau genommen waren es die Griechen, die es gebaut und eingesetzt haben. Eleanor lächelte. Du bist also immer noch ein Klugscheißer, was? Kapitel 15 Den Soldaten war anzusehen, dass ihnen Dominiks Plan nicht gefiel. Zumindest unter den weniger Gläubigen fand er keinen großen Anklang. Gut, dass er auf Antonio Mendez zählen konnte, der die Zweifel seiner Kameraden nicht dulden wollte. Mit einer feurigen Rede, die er teilweise in Spanisch hielt, wenn er einige seiner Landsleute direkt ansprach, fachte er den Mut der Truppe an und zerstreute ihre Bedenken. Ich denke, sagte Mendez schließlich, hier ist keiner mehr, der nicht erfüllt ist, von tiefstem Vertrauen in den göttlichen Willen. Dominik setzte indes seine Hoffnungen mehr in Monikas Fähigkeiten als in die obskuren und launischen Pläne eines unsichtbaren Überwesens. Sein Vater hatte gerne in Sagen und griechischer Mythologie geschwilgt. Mythen, so hatte er immer gesagt, enthielten ewig gültige Wahrheiten. Deswegen hätte man sie über die Jahrtausende auch nicht vergessen. Die Idee, eine Stadt mit Hilfe eines hölzernen Pferdes einzunehmen, so erinnerte sich Dominik, kam von Odysseus. Dem ersten antiken Helden, der weniger auf die Götter als auf seinen eigenen Verstand vertraute. Eine Revolution für die damalige Zeit. Ein Affront gegen den Glauben und ein Plädoyer für den menschlichen Geist und dessen Findigkeit. Aber im Augenblick wusste Dominik nicht, wovor er sich mehr fürchtete. Vor der Aufgabe, die er sich selbst gestellt hatte und die mehr einem Selbstmordkommando glich, oder vor Mendez, in dessen Augen er eine Mischung aus christlichem Gottvertrauen und der Glut seines indianisch-heidnischen Erbes zu sehen glaubte. In Mendez hatte Dominik einen Gefolgsmann gefunden, den eine abergläubische Furcht sowie die Vorstellung, das Werkzeug höherer Mächte zu sein, zu unglaublichen Taten zu führen, vermochten. Unglaublich bedeutete in diesem Fall eine Worthülse, die man sowohl mit großartigen oder abscheulichen Attributen füllen konnte. Ob die Gefährten des Odysseus ihm auch so viel Kopfzerbrechen bereitet hatten? Und wenn ja, wie gefährlich war das für Schiff und Mannschaft gewesen? Äh, gut, sagte Dominik, um die Stille zu brechen, die durch seine Überlegungen entstanden war. Machen wir uns also auf, die Welt zu retten. Entweder gehen wir jetzt ins Vergessen, oder wir werden für immer Helden sein. Die Sedona-Miliz, die durchweg aus Skeptikern bestand, blieb bei ihrem Gleiter, während sich die Truppe von glaubenserfüllten Kriegern daran machte, zusammen mit Dominik in das Cayman-Schiff zu steigen. Als nähmen sie an einer Prozession teil, schritten sie mit ernsten Gesichtern die Rampe hinauf. Einige von ihnen murmelten Gebete, aber die meisten schwiegen mit grimmigen, entschlossenen Minen. Niemand unter ihnen zeigte auch nur den Anflug eines Staunens angesichts der Tatsache, das Innere eines außerirdischen Fahrzeugs zu betreten. Dominik besaß eine Crew, die von tiefstem Pflichtbewusstsein erfüllt war und die nichts anderes vor Augen hatte, als ihre Mission erfolgreich abzuschließen. Hinzu kam der religiöse Aspekt, der sie gewiss zu todesverachtenden Kampfmaschinen machte. Wiederum beschlich Dominik ein Gefühl des Unwohlseins bei diesem Gedanken. Er hätte nicht gedacht, dass Brooks Plan, eine Art Religion zu gründen, so schnell Früchte tragen würde. Noch mehr beunruhigte es ihn jedoch, dass er sich gerade dieser Früchte bediente und auch noch froh darüber war. Die Soldaten betraten die Schleuse, die zur Kanzel führte. Das Schiff war zwar nicht als Transporter ausgelegt, aber für die großen, insektoiden Kreaturen gebaut worden und bot so dennoch genug Platz für die kleinen Menschen, sofern sie sich zusammendrängten. Dominik trat in das Cockpit, aber er hielt keinen Kontakt zu Monika, die in tiefe Trance versunken war. Eleanor, die direkt hinter dem Pilotensessel stand, hatte damit erwartungsgemäß keine Probleme und vermittelte zwischen ihr und Dominik. Ohne ihn, um Erlaubnis zu fragen, drang sie in seine Gedanken ein. Wir sind jetzt ein Teil der Cayman-Streitkräfte. Monika täuscht eine Beschädigung des Schiffes vor. Sie hofft, dass man uns einlässt, aber bisher hat sie noch keine Antwort. Dominik wusste nicht, was er darauf antworten sollte und versuchte es mit einer flapsigen Bemerkung. Hey, aber nicht, dass das Schiff uns verpetzt. Eleanor gab sich zuversichtlich. Wird nicht passieren. Der Pilot hat sein Schiff nicht alarmiert, als wir an Bord gingen. Es fand somit keine erzwungene Übernahme statt. Er hat es uns also einfach überlassen und es scheint den Vorgang akzeptiert zu haben. Im Grunde genommen ist es nur ein Pferdchen, das auf dem Schlachtfeld zurückgelassen wurde. Eleanor klopfte wie zur Bestätigung mit der flachen Hand gegen die Rückenlehner. Dominiks Zweifel waren nicht ausgeräumt. Im Augenblick wäre es ihm lieber gewesen, diesen ganzen Odysseus-Plan nicht vorgeschlagen zu haben. Aber das tat nichts zur Sache. Hätte er jetzt Bedenken geäußert und versucht, die Sache abzublasen, wäre es ohnehin zu spät gewesen. Er fühlte, wie sich das Schiff vom Boden löste und rasch Geschwindigkeit aufnahm. Durch die Scheiben des Cockpits sah er die Landschaft unter sich hinweggeleiten. Im Mondlicht glänzend kam die Cayman-Klinge in Sicht und er nahm die Skelkswör, die das Land durchstreiften. Die Empfindung war stärker denn je, was er wohl der Kombination von vier Gehirnen zu verdanken hatte. Denen der zwei Frauen, seinem eigenen und dem des Schiffes. Und er konnte die Emotionen des Cayman-Kommandanten fühlen, der in seiner Festung saß und seine Truppen befehligte. In Dominics Kopf begann sich ein Abbild zu formen, als müsse sein Verstand die Vorgänge visualisieren, um sie begreifen zu können. Ein Netz aus leuchtenden Fäden, das sich in einem unregelmäßigen Muster über das Land zog. Ein Geflecht aus pulsierenden Strängen, die sich innerhalb der Festung zu einem glühenden Knäuel verknoteten. Die Hitze, die von diesem Knäuel ausging, war unerträglich, als würden sich die Gedanken und Gefühle aber tausende Cayman aneinander reiben und dadurch ein mentales Feuer entfachen, das sich durch Dominics Neuronen brannte. Eine unbarmherzig sengende, sonneneurale Energie, die alles überstrahlte. Eleanor ergriff seine Hand und es wurde etwas besser. Der Schmerz ließ nach und das Bild in seinem Kopf verlor an Deutlichkeit. Es schrumpfte, nahm nicht mehr sein ganzes Denken ein. Eleanor nahm auch Mendez' Hand. Wir müssen die Kraft des Cayman auf mehrere Schultern verteilen. Nehmt euch an den Händen. Diese Maßnahme zeigte augenblicklich Wirkung, auch wenn Dominic den Anblick schwer bewaffneter Kämpfer, die sich gegenseitig an den Händen fassten, als skurril empfand. Dieses Bild wäre perfekt, wenn sie nun anfangen würden, ein Liedchen zu singen. Madre de Dios, keuchten Mendez und einer seiner Landsleute fast gleichzeitig. Ich dachte schon, Gott hätte uns vergessen. Inzwischen waren sie der Cayman-Klinge schon so nahe, dass man Einzelheiten erkennen konnte. Wie einige Male zuvor sah Dominic Reliefs, die wie Bahnen von Leiterplatten wirkten und die gesamte Oberfläche der Festung überzogen. Noch immer wusste er nicht, ob sie einen Zweck erfüllten oder nur als Zierer dienten. Daneben gab es auch Strukturen, deren Sinn sich ohne weiteres erschloss. Geschütze und Sensorantennen, Luken und Schleusen zur Versorgung des Schiffes. In den Vertiefungen, die die einzelnen Etagen kennzeichneten, waren Kampfeinheiten stationiert. Cayman in ihren Rüstungen liefen dort herum und machten sich einsatzbereit. Sie bewegten irgendwelche Geräte und Kanonen in Transportfahrzeuge, die darauf warteten, in den Einsatz geschickt zu werden. Ein Tor öffnete sich und Monika lenkte das Schiff hinein. Es ging durch Tunnel und Schächte, die weiter hinein ins Zentrum der Festung führten. Die Korridore verengten und weiteten sich wieder, nur um in riesigen Hallen zu münden. Dominic sah Maschinen, die ihn an Förder- und Schmelzanlagen erinnerten. Hochöfen und Fertigungsstraßen. Sie schöpfen noch keinen Verdacht, informierte Elena. Aber Monika sagt, es kommen Anfragen rein. Hat sich Monika etwa verflogen, wollte Dominic wissen. Elena blieb ihm die Antwort schuldig und Dominics Anspannung stieg weiter an. Auch wenn die gedanklichen Einflüsse der Cayman erheblich abgedämpft in sein Bewusstsein drang und sich auf die Kameraden verteilten, die Gegenwart des Cayman-Lenkers war wieder stärker spürbar. Wie das Feuer eines wütenden Vulkanes strahlte sie aus dem Zentrum der Festung. Monika steuerte das Schiff näher an eine Säule heran, die offenbar die Mittelachse der Cayman-Klinge bildete. Darin schien sich das Wesen zu befinden, das sie irgendwie besiegen oder töten mussten. Wir sind aufgeflogen. Er hat Alarm ausgelöst. Macht euch bereit. Elenas Worte klangen tonlos. Dominic fand keine Gelegenheit mehr zu fragen, welche Strategie sie oder Monika im Sinn hatten und ob sie überhaupt wussten, wie man an den Lenker herankam. Das Schiff beschleunigte unvermittelt, krachte in die Säule und bohrte sich hinein wie ein Rambock. Metall knirschte, zerriss und verbog sich. Einige Bereiche zerbarsten wie Eis- oder Kristallplatten, die krachend und splitternd in die Tiefe stürzten. Elenas schrie jetzt. Wir müssen raus. Monika wird uns für die Augen der Käfer unsichtbar machen. Dominic sperrte sich die Frage, ob Monika das alleine schaffen konnte und wiederholte Elenas Worte als Befehl. Bewegt euch! Tötet so viele Feinde wie möglich! Die Waffen der Akato in den Händen der kleinen Menschen erwiesen sich als bestens geeignet, die Käfer in Stücke zu schießen. Die Geschosse zerfetzten ihre natürliche Panzerung und durchdrangen auch die Rüstung. Der ungewohnte Erfolg stachelte die Soldaten weiter an, die darin gewiss den Zorn der Götter sahen, als Vergeltung auf die Cayman niederwirbelte. Während sie durch die Korridore eilten, trafen sie auf Cayman, die die Eindringlinge zuerst nicht wahrzunehmen schienen und viel zu langsam reagierten. Noch ehe sie wussten, was geschah, wurden sie von den Menschen niedergestreckt. Aber nach und nach begannen die Cayman vorsichtiger zu werden. Ihnen wurde klar, dass sie es mit einem unsichtbaren Gegner zu tun hatten, der noch dazu ihre Bewegungen beobachten oder vorausahnen konnte. Ein paar Mal gerieten Dominic und seine Leute in Bedrängnis. Ihr Vormarsch geriet ins Stocken. Erneut informierte Elena die Truppe. Sie ziehen Kriege ab, um das Zentrum zu sichern. Monika hat Probleme, uns noch länger aus ihrer Wahrnehmung zu löschen. Dann soll sie es eben lassen. Wir haben unsere geschärften Sinne. Monika soll sich auf die Cayman konzentrieren, die als Verstärkung kommen. Kann sie die irgendwie verwirren? Elena grinste. Ja, sie hat da eine Idee. Es dauerte scheinbar eine Ewigkeit, bis sie endlich ein Portal erreichten. Es befand sich am Ende eines breiten Korridors. Dort führten etwa zehn, zwölf Stufen hinauf zu einer geschlossenen Tür. Dahinter musste sich der Lenker verbergen. Je schwächer Monika wurde oder je intensiver sie gegen die Cayman-Soldaten ankämpfte, umso deutlicher drängte sich seine Präsenz in Dominics Kopf. Nicht auszudenken, mit welcher Wucht er sich zwischen die Synapsen drängen würde, sollte Monika aufgeben oder getötet werden. Panzerknacker, forderte Dominic. Seine Stimme überschlug sich. Kerbschlagladung! Schnell! Drei seiner Soldaten eilten die Stufen hinauf und holten die Sprengsätze aus ihren Rucksäcken, um sie an der Tür zu platzieren. Drei Cayman traten aus einem der Seitengänge und Mendez eröffnete sofort das Feuer. Einer der Cayman ging in die Knie und blieb liegen. Aus den großen Löchern in seiner silbernen Panzerung stiegen Rauchkringel in die Höhe. Irgendwo weit entfernt donnerte eine Explosion und ließ den Boden schwanken. In den Gängen schienen sich Kämpfe abzuspielen. Offenbar nahmen sich die Käfer gegenseitig unter Feuer. Da kommen noch mehr, schrie Mendez und jagte eine Explosivsalve den Korridor hinunter, aber die Käfer waren nun besser vorbereitet. Sie reagierten mit präziseren Schüssen. Eine Garbe klatschte über den Köpfen des Sprengkommandos gegen die Panzertür. Ein anderer Soldat stürzte getroffen zu Boden, rappelte sich jedoch wieder auf und stürmte den Käfern entgegen, ehe ihn ein gut gezielter Schuss endgültig niederstreckte. Dominic hörte einen seiner Männer brüllen. »Ladung fertig zum Zünden. Wir haben keine Deckung. Soll ich trotzdem sprengen?« Dominic feuerte die Energiepatrone seines Gewehres leer und lud eine neue ins Magazin. »Sprengen! Jetzt!« Obwohl sich der größte Teil der Explosionsenergie ins Innere der Kammer entlud, schleuderte die Detonation die Soldaten über den Boden des Korridors. Hitze und Qualm rollten über die Truppe hinweg. Benommen kam Dominic wieder auf die Beine und warf eine Granate in den wallenden Rauch hinein. Der Zündungsblitz drang durch den grauen Nebel und zeigte die Silhouetten einiger Kammern, die in Deckung gingen oder von der folgenden Explosion in die Luft gewirbelt wurden. Dominic wandte sich an Mendez, der schon wieder einsatzbereit war und seine schwere Waffe im Anschlag hatte. »Halten Sie die Käfer auf, solange Sie können, Mendez. Wir kümmern uns um den Boss.« Mendez organisierte den kleinen Haufen von Kämpfern für das Abwehrgefecht. »Nachtssichtbrillern und Rauchfilter aufsetzen.« Dominic und Elena eilten die Stufen zur Panzertür hinauf, in der ein großes Loch klaffte. »Ein Wunder, wenn der Lenker die Sprengung überlebt hätte,« überlegte Dominic und sprang durch das Loch. Elena folgte ihm und erstarrte nach ein paar Schritten vor Entsetzen. »Das kennen wir doch schon,« hauchte sie, während draußen das Gefecht entbrannte. Sie hatte Recht. Der Anblick, der sich ihnen bot, erinnerte auf frappierende Weise an die Stätte, an der die Saviors ihren Gott Opfer darbrachten. Auch jetzt starrte Dominic auf ein vielarmiges, monströses Wesen, das in einer Apparatur aus Kabeln, Schläuchen und Streben hockte. Aus dem riesigen, schwarzen Schädel wuchs eine Mähne dicker und dünner Tentakel, die mit der Maschinerie der Festung verbunden waren. Lange Beißzangen befanden sich am Maul der Kreatur, die wie polierter Stahl schimmerten. Es blickte reglos auf die Eindringlinge herab. »Skerabay, so sehr,« flüsterte Elena, »schön, dich wiederzusehen.« Kapitel 16 Der mentale Schlag, den Elena erhielt, ließ sie taumeln. Es war, als würde ihr Bewusstsein zu einem mathematischen Punkt zusammengequetscht, während die Empfindungen und Erinnerungen des Lenkers mit der Gewalt eines Tornados in ihren Schädel drängten. Emotionen und Eindrücke, gesammelt von einer Kreatur, die seit Jahrtausenden das All durchreiste. Elena sah gewaltige Schlachten, fühlte die Tode abertausender Cayman-Soldaten, deren letzte Momente im Gedächtnis des Lenkers abgespeichert waren. Sie spürte auch jetzt, wie unzählige Skirks litten und auf der Ebene rund um die Rakara starben. Das Land begann ihr Blut zu trinken. Der Boden selbst wurde Teil von Elenas Geist. Sie vermochte jeden Schritt zu lokalisieren, den jemand tat. Sei es Mensch, Tier oder einer der Außerirdischen. Pflanzen und Bäume, die das Blut der Skirks in ihre Wurzeln saugten, wurden sichtbar. Mit einem Mal wurde ihr klar, wie der Lenker empfand. Weh und auf welche Art er seine Nachrichten empfing. Die unfassbare Flut ungefilterter Informationen und Erinnerungen, die er auf sie richtete, drohte Elena in den Wahnsinn zu treiben. Ja, sie in den Wahnsinn zu treiben, wäre da nicht der Ozean an Wissen, den sie durch die Sibis empfangen hatte und der sie schützte. In ihn konnte sich sowohl ihr Geist als auch der des Lenkers ergießen, ohne dass sie zermalmt wurden. Elena vermochte noch immer nicht zu sagen, was sie von den Sibis halten sollte. Ob sie Seele besaßen oder nichts weiter waren als empfindungslose Behältnisse für all die Daten aus den unzähligen Universen, die sie in sich aufsogen und sammelten. Gefäße für die Tränen der Zeit. Was immer die Sibis mit ihr getan und mit welcher Gabe sie Elena beschenkt hatten, sie war in ihren Neuronen platziert worden, ohne dabei ihre fragile menschliche Persönlichkeit zu vernichten. Dennoch war das Ungestüm des Cayman überwältigend, während sie gemeinsam in die Tiefen einer Dimension abtauchten, die für Götter geschaffen war. Erfahren im Umgang mit all diesen Empfindungen drohte der Cayman Elena in Fetzen zu reißen. Visionen von Tod und Verwüstung, die er in ihr Denken stanzte. Bilder von atemberaubender Schönheit und unbegreiflichem Schrecken zugleich. Gigantische Flotten, brennend, explodierend vor dem Hintergrund eines roten Riesen, der sein Feuer zornig in das Weltall spiel. Fremdartige Schiffe von ungeheuerlicher Größe, berstend in den wirbelnden Stürmen eines blauen Gasplaneten. Heere von Cayman, die über die Ebenen einer zerbrechenden Welt eilten. Wankende Berge, deren Trümmer in mehrere glühenden Magmas stürzten. Einer von zahllosen Weltuntergängen, die der Cayman erlebt hatte, eingebrannt in seine Erinnerung. Aber in diese mentalen Gemälde stahlen sich auch andere Szenen hinein. Der Flammenozean erlosch. Der Planet im Todeskampf verschwand und Finsternis breitete sich aus. Eleanor rang nach Atem, während sie in einem Gewölbestand, in dessen Wänden sich Risse bildeten. Trümmer und Staub ergossen sich in den Raum und verschütteten die junge Frau. Lebendig begraben unter Tonnen von Schutt und Beton, die sie umhüllten und umschlossen wie ein Panzer aus Stein. Die Welt wurde dunkel und kalt. Alle Geräusche erstarben. Eine Situation aus der Kindheit, als ihr Haus von Bomben getroffen wurde und einstürzte. Einen ganzen Tag verbrachte sie in dieser schwarzen Hölle, frierend und nach Atem ringend, bis man sie fand und rettete. Aber hier schien die Hoffnung auf Rettung vergeblich. Der Cayman würde sie nicht wieder freilassen. Sie war verdammt, in dieser Situation zu bleiben, solange es ihm gefiel. In Eleanor stieg Panik und nackte Verzweiflung auf. Sie wollte schreien, doch ihre Kehle war wie zugeschnürt. Gerade als Eleanor meinte, den Verstand zu verlieren, da fühlte sie die Nähe von Monika und Dominik, die ebenfalls in das Zwischenreich aus Träumen, Emotionen und Gedanken geraten waren. Monikas Stimme erklang. Ich bin bei dir, Kleines. Keine Sorge, wir kriegen den Kerl schon klein. Ich hab das ja schon einmal hinbekommen. Dominik schwieg. Er schien zu sehr beschäftigt, sich in diesem Mahlstrom zu behaupten, aber alleine seine Gegenwart ließ Eleanor neuen Mut schöpfen. Tatsächlich begann sich das Dunkel zu lichten und das tobende Chaos, in dem sie noch immer umhertrieben, begann sich zu beruhigen. Es war, als verfestigte sich der Boden unter ihren Füßen, um es ihr zu ermöglichen, sich gegen die Angriffe des Lenkers zu behaupten. Eleanor bekam wieder Luft und stemmte sich gegen die mentalen Salven, die der Cayman auf sie abschoss. Erneut erhob sich Monikas Stimme. Ich dreh den Spieß jetzt um. Auch ein Käfer hat Albträume und geheime Ängste. Kapitel 17 Dominik bewegte sich in einem seltsamen Traumreich. Einer Dimension, in der ihm Eleanor, Monica und der Cayman wie antike Titanen erschienen, die vor einer Kulisse aus Feuerflammen ein Kampf auf Leben und Tod bestritten. Die Kraft, die von dieser Szene abstrahlte, ging weit über den bildlichen Eindruck hinaus. Der allein war schon atemberaubend genug. Für Dominik war es, als müsse er gegen einen Orkan angehen, der von Sekunde zu Sekunde an Stärke gewonnen. Irgendwann konnte er sich nicht mehr wehren und wurde fortgewirbelt wie ein Blatt im Sturm. Dominik fand sich in einem weiteren Albtraum wieder. Mendez war bei ihm und schrie ihm ins Gesicht. Noch konnte er nichts von dem hören, was der Mann ihm entgegenbrüllte. Die Worte drangen nur langsam in sein Ohr, als kämen sie von weit weg. Du musst da kämpfen! Mendez packte Dominik an der Schulter und zog ihn auf die Beine. Aufstehen und kämpfen! Ein Plasma-Gewehr ratterte los und die einschlagenden Salven hüllten das andere Ende des Korridors in Rauch und Flammen. Eine Granate detonierte. Und jemand brüllte einen Triumphschrei. Es war schwer zu sagen, wie viel Zeit zwischen seinem Eintritt in die Traumsphäre und seiner Rückkehr in die Realität vergangen war. Sollte es so lange gedauert haben, wie Dominik es empfand, dann hatten sich Mendez und die anderen Soldaten gut gegen die Cayman gehalten. Die Käfer wagten nicht, den Korridor zu betreten, um ihrem Lenker zur Hilfe zu kommen. Dennoch hatten sie den Eindringlingen hart zugesetzt. Die Truppe, die mit Dominik kämpfte, war auf sieben Mann geschrumpft. Ein entschlossener Angriff würde genügen, sie völlig aufzureiben. Sie trauern sich nicht rein, bemerkte Mendez. Tatsächlich war nach der letzten Salve und der Granatenexplosion stiller eingetreten. Dominik fragte sich, ob es Monika und Elena gelungen sein mochte, den Lenker zu überwältigen. Doch er hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, da trat ein hünenhaftes Wesen in den Korridor. Zweifellos ein Cayman, doch er war größer als alle, die Dominik bisher zu Gesicht bekommen hatte und er trug eine massive schwarze Panzerung, die wie Chittin glänzte. Hinter ihm drängten seine Artgenossen in den Gang hinein. Mendez und die anderen eröffneten wiederum das Feuer, doch die Plasmageschosse zeigten nur geringe Wirkung. Sie schienen an der Rüstung abzuprallen, die offenbar von einer Art Kraftfeld umhüllt war. Der Riese stopfte heran. Die anderen Cayman traten ab und an hinter ihm hervor und gaben Schüsse ab. Eine Rakete detonierte hinter Dominik. Die Druckwelle schleuderte die Truppe durch die Luft. Ihr Widerstand war damit beendet. Mendez kroch benommen über den Boden und versuchte sein Gewehr wieder in die Finger zu bekommen, doch ein Cayman war zur Stelle und drückte ihm seinen Fuß in den Nacken. Der riesige Krieger beugte sich zu Dominik hinab und schloss die scharfen Krallen um seine Kehle. Der Cayman zog den zappelnden, nach Luft ringenden Menschen in die Höhe und öffnete das Visier seines Helmes. Ein schwarzer Insektenschädel kam zum Vorschein, in dem eine Reihe blauer Facettenaugen glitzerte. Um Dominik herum löste sich die Welt in Schämen auf. Die Stimme des Cayman bohrte sich in seine Stirn wie eine eiskalte, kristallene Klinge. Der vernahm eine Abfolge von Klick- und Zirp-Geräuschen, die sich rasch in menschliche Worte verwandelten. »Wie konntet ihr unbemerkt eindringen?« wollte der Cayman wissen. »Wie habt ihr das gemacht?« »Rede?« Dominik bekam kaum noch Luft. Antworten konnte er also nur gedanklich. Gewiss lag es in der Absicht des Außerirdischen, ohne Widerstand weiter in Dominiks Gedanken vorzudringen. Aber Dominik hatte nicht vor, dem Käfer eine Tür zu öffnen und sein Geheimnis zu offenbaren. Er kramte ein Bild aus seiner Erinnerung hervor. Eine Begebenheit aus seiner Schulzeit. Streit mit Crafter Crafter war ein Schläger, von dem es in jeder Schule mindestens ein Exemplar gab und der sich gerade daran machte, Dominik eine Lektion zu erteilen. Ebenso wie der Cayman hatte der Schulhof-Schläger seine Finger an Dominiks Kehle. Crafter war sich seiner Sache sicher und rechnete nie mit Widerstand. Jedenfalls hatte Dominik nie beobachten können, dass es jemand versuchte. Crafter war groß und sportlich, Quarterback in seinem Team. Unwahrscheinlich, dass einer der jüngeren Schüler den Mut aufbrachte, sich seinen Forderungen zu verweigern. Was auch immer Dominik dazu bewogen hatte, eine Melange aus Dummheit und Courage womöglich, vielleicht auch nur ein Reflex, er rammte sein Knie zwischen die Beine des Jungen, der ihn sofort losließ und sich vor Schmerzen wand. Kaum hatte Dominik diese Szene in seinem Kopf hervorgerufen, lösten sich die Cayman-Krallen von seinem Hals. Dominik stürzte zu Boden und die reale Welt sickerte augenblicklich in sein Bewusstsein zurück. Allerdings konnte der Anblick, der sich ihm jetzt bot, kaum absonderlicher sein als einer der skurrilen Träume von vorhin. Die Cayman kauerten mit gekrümmten Rücken auf dem Boden, die Arme vor der Brust gekreuzt, als befänden sie sich im Tempel einer ihrer Gottheiten. Mendez nahm sein Gewehr auf. Die Mistkäfer puste ich jetzt weg. Dominik hielt ihn zurück. Nein, lassen Sie es gut sein. Wir, wir haben gewonnen. Mendez sah Dominik in einer Mischung aus Verwirrung und dem Vertrauen eines Gläubigen an. Langsam senkte er die Waffe. Wenn Sie es sagen... Die Überlebenden von Dominiks Truppe kamen nach und nach wieder auf die Beine. Auch sie zeigten sich verwirrt angesichts der seltsamen Szene, die sich ihnen bot. Ihre Blicke richteten sich schließlich auf Dominik, von dem sie eine Antwort erwarteten, eine Erklärung, was das alles zu bedeuten hatte. Aber auch wenn er eine gewisse Ahnung davon hatte, was die Ursache war, im Augenblick war er ebenso erstaunt wie Sie. Sie alle hatten gerade dem Tod ins Angesicht geblickt. Ihre Situation war hoffnungslos gewesen. Und nun das. Dominik bemerkte eine Bewegung in seinem Rücken. Als er sich umwandte, sah er Elena, die erschöpft und auf wackeligen Beinen aus dem gesprengten Schott trat. Alles in Ordnung. Wir haben gewonnen, keuchte sie. Sie ließ sich auf den Boden gleiten und lehnte sich müde gegen den Türrahmen. Dominik erklomm die Stufen und setzte sich zu ihr. Ihr habt es geschafft? Wie? Wie? Das musste Monika fragen. Sie hat den Hauptteil erledigt. Ich habe nur etwas geholfen. Dominik schüttelte langsam den Kopf. Ich frage mich, wie das alles möglich ist. Kommunizieren die Cayman und andere Spezies auf diese seltsame Art? Elena suchte einige Momente nach den richtigen Worten, bevor sie antwortete. Naja, die Lenker jedenfalls haben vollen Zugriff auf diese Dimension, die ich als Traumsphäre bezeichnen würde. Die Skilks und andere Cayman besitzen ebenfalls diese Fähigkeiten, aber bei weitem nicht so umfangreich wie ihre Befehlshaber. Ah, und was spielen die Siebis für eine Rolle? Elena war offensichtlich nicht sicher, was sie sagen sollte. Sie versuchte es dennoch. Ich denke, sie sind der Schlüssel zu allem. Sie durchqueren Sphären und Welten, von denen wir keine Ahnung haben. Bei einem Kontakt mit ihnen bleibt etwas an uns hängen. Mehr kann ich auch nicht sagen. Und was ist mit Monika? Elena zögerte einige Sekunden. Sie wird nicht mit uns kommen, erklärte sie dann. Monika muss den Lenker im Zaum halten, sonst wachen die da auf. Sie deutete mit einem Kopfnicken auf die Erstorten Cayman. Und dann machen sie uns das Leben wieder zur Hölle. Soll das heißen, sie bleibt hier, in dieser Festung? Ja, Dominik. Genau das heißt es. Kapitel 18 Als die Soldaten durch die Korridore schlichen, trafen sie auf keinen einzigen Feind mehr, der in der Lage gewesen wäre, sie anzugreifen. Die Cayman verharrten weiterhin reglos in ihrer embryonalen Haltung. Stand-by-Modus nannte ein Soldat aus Dominiks Truppe diesen Zustand und stieß probehalber mit der Mündung seines Gewehres gegen eine der Kreaturen. Lass das, zischte eine Frau und schlug ihrem Kameraden mit der Faust gegen die Schulter. Man soll nicht mit dem Teufel spielen. Zur Bekräftigung trat der Mann gegen den Cayman, sodass dieser auf die Seite kippte. Es erfolgte keine Reaktion. Für diesen Teufeln muss sich niemand mehr fürchten, verkündete Mendez mit Inbrunst. Gott hat sie besiegt und zu Stein verwandelt. Naja, genau genommen waren es zwei Göttinnen, korrigierte Dominik in Gedanken. Und zum Glück waren die beiden keine Gorgonen, die die Macht besaßen, Lebewesen in Stein zu verwandeln. Für alle hörbar, murmelte Mendez weiter. Wir wandeln auf Gottes Pfaden. Porter hat uns die Tür geöffnet, um seine Wege zu betreten und sie zu erkennen. Es war nicht das erste Mal, dass jemand auf die Bedeutung von Dominiks Namen Bezug nahm, den gerade ein Hauch von Vorsehung umspielte, wenn man Mendez' Worte wirken ließ. Dominik ließ es geschehen und versuchte nicht abzuwiegeln. Er wollte den Sieg und die damit einhergehende Erleichterung nicht durch eine Glaubensdebatte beeinträchtigen. Rund um die Rakara gab es keine Kampfhandlungen mehr. Auch hier trafen Dominik und seine Leute auf reglose Cayman-Krieger, die in Formationen ganzer Bataillone eingefroren waren oder als einzelne Einheiten in glänzenden Rüstungen die Ebene sprengelten. Der Weg zurück zum Stützpunkt durch diese schauderhafte Szenerie erwies sich als beschwerlich und lang. Kurz vor Mittag verwandelte ein Regenguss das Land in einen See aus braunem Morast, in dem die Soldaten knietief einsankten. Gegen Nachmittag klarte es wieder auf. Die Sonne stach heiß vom Himmel und sorgte für eine schwüle Hitze, die sich klebrig über das Land legte. Die Dämmerung zog herauf, als die Soldaten das Tal erreichten, in dem sie die Sedona-Miliz samt ihrem Gleiter zurückgelassen hatten. Elena wurde freudig begrüßt, aber die Stimmung verdüsterte sich, als klar wurde, dass Monika nicht mit ihr gekommen war. Tja, es wohl zu viel verlangt, wenn mal was ohne Verluste abgehen könnte. Gute Herr im Himmel lässt sich seine Dienste teuer bezahlen, knurrte Mayfield bitter. Mendez widmete ihm einen düsteren Blick. Der Herr zeigt seine Güte nur dem, der bereit und würdig ist. Wenn du das sagst, glaube ich das ja glatt. Dominic ging dazwischen. Machen Sie den Gleiter startklar. Er wird in die Streitkräfte eingegliedert. Mayfield sah Elena an. Sie nickte zustimmend. Wenig später setzte der Gleiter im Stützpunkt auf und die Soldaten traten ins Freie, nur um von einem wütenden Akkato-Soldaten empfangen zu werden. Es handelte sich um Paru, den Unteroffizier, der Bedenken bezüglich Dominics Ausflug geäußert hatte und glaubte, die Menschen wollten desertieren. Er zog seine Pistole und zielte auf Dominic. Ihr habt euch unerlaubt von der Truppe entfernt. Ihr wolltet verschwinden. Ja, genau, und deswegen kommen wir jetzt zurück, was? Und bringen einen Gleiter mit, mit dem wir längst über alle Berge sein könnten. Dominic blickte Paru ohne Furcht an. Traganak wird das nicht durchgehen lassen. Ihr seid alle verhaftet. Man wird euch hinrichten lassen. Mendez und seine Kameraden rückten näher an Dominic heran. Die Sicherungshebel ihrer Waffen klickten. Unterdessen waren noch mehr Akkato und Menschen gekommen und drängten sich um den Gleiter. Paru begann zu schimpfen. Seid ihr verrückt geworden? Ihr widersetzt euch einem Offizier. Du solltest niederknien vor dem Bezwinger der Cayman, verkündete Mendez mit voller Stimme, als intonierte er einen Psalm. Oder warum, glaubst du, sind wir noch alle am Leben und die Feinde krimmen sich auf dem Schlachtfeld? Paru zielte noch immer mit seiner Waffe auf Dominics Kopf, aber er schien unschlüssig, was er tun sollte. Ich würde jetzt wirklich gerne nachsehen, was in euren Schädeln so vorgeht. Es kam Bewegung in die Menge, die den Gleiter einschloss. Ruger Traganak schob sich durch die Reihen, schubste ein paar Menschen beiseite und stellte den jungen Unteroffizier zur Rede. Was ist hier los? Knurrte der große Akkater und funkelte Dominic an, bevor er sich an Paru wandte. Schiago Garagrui. Verdammt. Der Unteroffizier steckte die Pistole ins Holster. Aber er tat das mit herausfordernder Langsamkeit. Nun galt Traganaks Knurren Dominic. Was haben Sie sich dabei gedacht, Porter? Ich kann Paru verstehen. Niemand hätte etwas dagegen, wenn ich Sie sofort, Kascher, erschieße. Donne, würden Sie denjenigen hinrichten, der Ihnen den Sieg gebracht hat? fragte Mendes, ehe Dominic antworten konnte. Ist er etwa deine Zunge? fragte Traganak. Nein, gab Dominic zurück. Aber er spricht die Wahrheit. Der Akkater stutzte und sah sich um. Seine Artgenossen und die Menschen, die die Szene beobachteten, lauschten gespannt. Es war so still, dass man den Wind hören konnte, der über die Ränder der Talmulde wisperte. Sie, Porter, wollen also die Ursache unseres Sieges sein? Er verschränkte die Arme vor der Brust. Ja, antwortete Dominic und versuchte, seine Worte einfach zu wählen, damit jeder Akkater verstand, was er sagte. Seine Stimme hallte durch die Nacht. Aber ich war es nicht alleine. Meine Krieger und ich drangen in die Cayman-Festung ein. Er bezwang den Lenker. Ein Raunen ging durch die Menge und der Akkater-General musterte Dominic mit skeptischem Blick. Er schien mit sich zu ringen, nicht sofort in lautes Gelächter auszubrechen. Wie soll euch das gelungen sein? Mit einer Jagdmaschine, die wir entern konnten. Traganax-Mine versteinerte. Ich soll euch das glauben? Dominic musste sich eingestehen, keinen Beweis für seine Geschichte zu haben. Vielleicht kann ich dazu beitragen, sie zu überzeugen, meldete sich Elena. Akkater lachte. Ja, und wie soll das gehen? Ich habe keine Lust mehr, Fantasie-Geschichten anzuhören. Elena trat vor und nahm den Akkater an der Hand. Ich will sie nicht langweilen. Mit diesen Worten setzte sie sich in Bewegung, wobei sie die Hand des Akkater nicht losließ, der sich das Wiedererwarten gefallen ließ. Beinahe wie hypnotisiert folgte er der jungen Frau. Auch seine Soldaten und die Menschenkrieger schlossen sich den beiden an und erklommen schweigend die Klippe. Oben angekommen bot sich ein Ausblick auf die Ebene, in der unzählige Cayman kauerten, eingerollt wie Kellerasseln. Bereit für die Überraschung? Fragte Elena den General und ließ endlich seine Hand los. Anschließend nährte sie sich einem der Cayman und zwängte ihre Finger zwischen die Fugen seiner Rüstung. Unmittelbar darauf erwachte die Kreatur wieder zum Leben, richtete sich auf und sah sich nach allen Richtungen um. Er schien aufgeregt, so als sei er gerade aus dem Schlaf erwacht, nur um sich dann in einem realen Albtraum wiederzufinden. Zur selben Zeit kehrte das Leben in die Körper seiner Artgenossen zurück, die sich ebenfalls aus ihrer Starre lösten und ihre Waffen in Anschlag brachten. Traganak zog seine Pistole. Seine Soldaten wichen entsetzt zurück. Ein Schuss löste sich und jagte als glühender Komet über die Ebene hinweg, um irgendwo an einem Felsen zu verpuffen. Elena streckte ihre Hand aus und berührte den Cayman ein weiteres Mal. Als hätte sie einen Schalter betätigt, begann die Insektuide-Kreatur, ihre Gliedmaßen wieder zusammenzufalten. Auch die anderen Cayman krümmten sich und kehrten in ihre kauernde Haltung zurück. Elena wandte sich dem faszinierten Publikum aus Arcato und Menschen zu. Genügt das als Beweis? Sie stolzierte an dem staunenden Arcato-Hauptmann vorbei und stellte sich an Dominics Seite, der sie irritiert betrachtete. Das war nicht ich, beruhigte sie ihn leise. Sonst wäre ich tatsächlich eine Göttin. Ich habe nur kurz Monika Bescheid gegeben, diese Show abzuziehen. Und es hat doch super funktioniert. Epilog Von diesem Moment an fanden immer mehr Menschen die Akzeptanz der Arcato. Auch wenn es noch viele unter ihnen gab, die weiterhin Vorbehalte gegen die kleinen Wesen hegten, war doch der Damm gebrochen. Hulen Mestray, der ohnehin schon immer großes Interesse an den Erdbewohnern hegte, trieb den Ausbau der Durana weiter voran. Für die Menschen im Dienste des Hauses Mestray sollte das gewaltige Schiff eine Heimat zwischen den Sternen sein. Die Durana sollte nicht der einzige Raumer bleiben, den die Menschen für sich nutzen konnten. Im Laufe der Zeit bildete sich eine kleine Flotte, die die Durana begleitete. Zurek Mestray, dem sein Vater die Flotte anvertraute, hatte weiterhin ein wachsames Auge auf die ganze Angelegenheit und trug Sorge, dass es immer genügend Arcato-Personal gab, das die Schiffe befehligte und zu ihren Einsätzen führte. Dominic schlenderte durch die Korridore der Skitra, bis ihn sein Weg an einen seiner Lieblingsplätze führte, an dem er sich gerne aufhielt, wenn das Schiff in den Hyperraum sprang oder ihn verließ. Ein ovales Fenster am Bug, in dessen Rahmen er sich setzen konnte, wie bei fast allen Bullaugen auf den Arcato-Schiffen. Dominic lehnte sich zurück und prägte sich die Namen der Neulinge ein, um die er sich in der nächsten Zeit zu kümmern hatte. David Moore, der rothaarige Junge mit den wasserblauen Augen, aufgeweckt und intelligent allem Anschein nach. Sandra Dix, ein hübsches ovales Gesicht, in dem grüne Augen glitzerten, von schulterlangem braunem Haar umrahmt. Ein impulsiver Charakter, ein weiterer Junge, vielleicht der jüngste in der Truppe. Er hatte ein schmales Gesicht mit wissbegierigem Ausdruck, viele Sommersprossen und kurze weißblonde Haare. Den Namen hatte Dominic vergessen, vielleicht hatte der Junge sich auch gar nicht vorgestellt. Dann noch so ein junger Kerl. Zu dick für einen Soldaten. Peter Norden. Und, ach ja, Alex Dunhall. Ja, genau, so hieß der mit den Sommersprossen, erinnerte sich Dominic. Niala Lopez, eine junge Frau mit dunklen Haaren und einem breiten Gesicht. Zwei andere Jungs, beide blond und hager. Christian Peskin und Frederick Zest, sowie ein dunkelhaariges Mädchen namens Linda Sung mit leicht asiatischen Gesichtszügen. Hinzu kam ein kleiner, gedrungener Mann mit kurzen grauen Haaren und einem perfekt gestutzten Bart, der um das Kinn herum noch eine kupferrätliche Farbe zeigte. Aaron Kruger. Ein wortkarger Krieger. Jedenfalls hatte er lediglich eine kurze Begrüßung gemurmelt und es dabei belassen, als Dominic ihn im Wohncontainer beim Sortieren seiner Waffen überrascht hatte. Er war der einzige von den Neuankömmlingen, der um vieles älter war und Kampferfahrung besaß. Das war für Dominic ganz offensichtlich. Dann waren da noch die Leute der Sedona-Miliz, sowie Mendez und diejenigen, die sich ihm angeschlossen hatten. Sie waren Dominic seit ihrem waghalsigen Einsatz im Inneren der Cayman-Klinge nicht mehr von der Seite gewichen. Und Dominic hatte sich nicht dagegen gewehrt, auch wenn ihre Bewunderung für ihn teilweise religiöse Züge annahm. Seine Aufmerksamkeit galt ohnehin Eleanor, die jetzt wieder bei ihm war. Beinahe wäre er versucht gewesen, das Ganze einer schicksalhaften Vorsehung in die Schuhe zu schieben, wie Mendez das ständig tat. Aber egal, wie viele Gedanken er sich machte, das alles trat in den Hintergrund vor der Tatsache, dass die Cayman nach dem Desaster bei ihrem Angriff auf die Rakara auf dem Rückzug waren und viele ihrer Stützpunkte aufgegeben hatten. Die Menschheit hatte nun die Möglichkeit zu überleben und konnte ihren Weg in die Zukunft fortsetzen, auch wenn zunächst alles in den Diensten und unter dem wachsamen Auge der Akato stattfand. Früher oder später würden die Menschen die Tür aufstoßen, sich ihrer Fesseln entledigen und sich alleine durchschlagen. Das war das Ziel, das Dominic voll und ganz unterstützte, auch wenn der Weg bis dahin durchaus seine dunklen Seiten besaß. Aber wann wäre das je anders gewesen? Der Pfad der Menschheit durch die Geschichte besaß genügend düstere Stellen, auf die sie nicht stolz sein konnte. Warum sollte man für die Zukunft etwas anderes erwarten? Die Unschuld war allen raumfahrenden Rassen schon früh abhandengekommen, soweit Dominic erfahren hatte. Dominic fühlte, wie die Skitra Geschwindigkeit aufnahm. Die Sterne vor dem Fenster verschwommen und im nächsten Moment jagte das Schiff durch die seltsame Zwischenwelt, die noch keinen passenden Namen hatte, der für die Menschen Sinn ergeben hätte. Entscheidend war, was sie hinter dieser Passage erwartete. Feinde, Freunde, in jedem Fall das Unbekannte, das Fremde, das Geheimnisvolle. Begriffe, die in der Geschichte der Erdbewohner stets Bedeutung besessen hatten und die die treibenden Kräfte hinter all ihren Bestrebungen bildeten. Nichts anderes war von Belang. Diese kleingeistigen Worte sollten keinen Platz mehr in ihren Köpfen haben, denn die Menschheit war unterwegs zu den Sternen. Das war Nomads 7 zu den Sternen aus der Nomads Reihe von Alan J. Stark. Die Reihe wird fortgesetzt mit Buch 8, die inneren Welten.